Vorbemerkung der Verfasserin Ich kann mir nicht denken, dass es auf der Welt eine harmlosere und gesetzestreuere Sorte Menschen gibt, als die Experten der britischen Werbewirtschaft. Die Vorstellung, dass in diesem Umfeld je ein Verbrechen geschehen könnte, ist so abwegig, dass sie nur der ungezügelten Fantasie eines Kriminalschriftstellers entspringen kann, der es gewohnt ist, die Tat dem jeweils Unverdächtigsten in die Schuhe zu schieben. Sollte sich in diese frei erfundene Geschichte irgendwo ein Name oder Werbespruch eingeschlichen haben, von dem man auf eine wirkliche Person, Firma oder Ware schließen könnte, so wäre dies reiner Zufall und keineswegs in der Absicht geschehen, auch nur den kleinsten Schatten auf eine existierende Ware, Firma oder Person zu werfen. Der Tod kommt zu Pims Werbedienst. Ach, übrigens, sagte Mr. Hankin zu Miss Rossiter, die gerade aufstehen und gehen wollte, wir bekommen heute einen neuen Texter. Ja, Mr. Hankin? Breeden, heißt er. Viel kann ich Ihnen nicht über ihn sagen. Mr. Pim hat ihn persönlich eingestellt, aber Sie werden bitte dafür sorgen, dass man sich um ihn kümmert. Ja, Mr. Hankin. Er bekommt Mr. Deans Büro. Ja, Mr. Hankin. Ich würde meinen, dass Mr. Ingleby sich seiner annehmen und ihm zeigen könnte, was er zu tun hat. Sie können Mr. Ingleby mal zu mir schicken, wenn er einen Augenblick Zeit hat. Ja, Mr. Hankin. Das wär's. Und, ach ja, bitten Sie Mr. Smale, mir die Dairyfield-Kladde zu überlassen. Ja, Mr. Hankin. Miss Rossiter klemmte sich ihren Stenogrammblock unter den Arm, zog die verglaste Tür geräuschlos hinter sich zu und trippelte flink den Korridor entlang. Bei einem verstohlenen Blick durch eine andere Glastür sah sie Mr. Ingleby auf einem Drehstuhl sitzen, die Füße auf dem kalten Heizkörper und sich angeregt mit einer jungen Frau in Grün unterhalten, die auf der Schreibtischkante saß. Verzeihung, sagte Miss Rossiter, um der Höflichkeit Genüge zu tun. Mr. Hankin lässt fragen, ob sie einen Augenblick Zeit für ihn haben, Mr. Ingleby. Wenn's wegen Tomboy Toffees ist, antwortete Mr. Ingleby abwehrend, das wird gerade getippt. Hier, nehmen Sie die zwei Dinger lieber mit, damit die kühne Behauptung einen gewissen Anstrich von Wahrhaftigkeit, es geht nicht um Tomboy Toffees, es geht um einen neuen Texter. Was, jetzt schon? rief die anwesende junge Frau. Bevor die Schuh verbraucht? Mein Gott, der kleine Dean ist erst am Freitag beerdigt worden. Das ist das Tempo der modernen Zeit, sagte Mr. Ingleby. Sehr betrüblich für so einen altehrwürdigen, vornehmen Laden. Vermutlich darf ich mal wieder das Kneblein abrichten. Warum nur immer ich? Quatsch, meinte die junge Frau. Sie brauchen ihm nur einzuschärfen, dass er das Direktionsklo nicht benutzen und nicht die Eisentreppe runterfallen darf. Sie sind die Herzlosigkeit in Person, Miss Mietjahrt. Naja, solange Sie den Kerl nicht auch noch zu mir reinsetzen, da können Sie beruhigt sein, Mr. Ingleby. Er bekommt Mr. Deans Büro. Aha. Was ist er für einer? Mr. Hankin sagt, er weiß es auch nicht. Mr. Pimm hat ihn eingestellt. Ach, du lieber Himmel, ein Günstling der Direktion, stöhnte Mr. Ingleby. Dann habe ich ihn schon gesehen, glaube ich, sagte Miss Mietjahrt. Farblos, wirkt ziemlich eingebildet. Ich bin ihm gestern über den Weg gelaufen, wie er aus Pimmys Büro kam. Hornbrille, Kreuzung zwischen Ralph Lynn und Bertie Wooster. Tod, wo ist dein Stachel? Na ja, dann sollte ich mal Leine ziehen und mich um ihn kümmern. Mr. Ingleby nahm die Füße vom Heizkörper, rekelte sich langsam zur vollen Höhe empor und trottete unglücklich davon. Na, das bringt wenigstens ein bisschen Abwechslung, meinte Miss Mietjahrt. Finden Sie nicht, dass wir davon in letzter Zeit eher etwas zu viel hatten? Übrigens könnte ich wohl Ihren Obolus für den Kranz haben. Ich sollte Sie daran erinnern. Ach ja, natürlich. Wie viel macht's? Einen Schilling? Hier haben Sie zweieinhalb. Davon können Sie dann gleich meinen Einsatz mit abziehen. Heißen Dank, Miss Mietjahrt. Hoffentlich ziehen Sie diesmal ein Pferd. Wird höchste Zeit. Ich bin schon fünf Jahre in diesem Laden und habe noch nie einen Platz gezogen. Ich glaube, ihr mogelt bei der Auslosung. Bestimmt nicht, Miss Mietjahrt. Sonst würden wir die Pferde nicht immer in die Druckerei gehen lassen. Wollen Sie nicht mal selbst ziehen? Miss Parton tippt gerade die Namen. Na schön. Miss Mietjahrt ließ sich langbeinig von der Schreibtischkante gleiten und folgte Miss Rosseter ins Schreibzimmer. Das Schreibzimmer war eine kleine, ungemütliche Zelle und im Augenblick zum Bersten voll. Ein pummeliges junges Mädchen mit Brille, den Kopf zurückgelegt und die Augen zusammengekniffen, um den Rauch ihrer Zigarette nicht hineinzubekommen, hämmerte auf einer Schreibmaschine den Namen der für das Rennen gemeldeten Pferde herunter, assistiert von einer Freundin, die ihr aus dem Morningstar diktierte. Ein gelangweilter junger Mann in Hemdsärmeln schnitt die Namen der Toto-Teilnehmer von einer vorgetippten Liste und drehte die Zettel zu geheimnisvollen kleinen Rollen zusammen. Ein magerer, lebhafter junger Mann, der auf einem umgedrehten Papierkorb saß, blätterte in den Durchschlägen in Miss Rosseters Ablagekorb und gab ironische Kommentare zu den Texten ab, während der stämmige, dunkelhaarige junge Mann mit Brille, an denen seine Bemerkungen gerichtet waren, in einen Roman von P. G. Woodhouse vertieft saß und aus einer großen Dose Kekse stibitzte. An den Türpfosten lümmelten sich, sodass sie den Eingang versperrten, ein junges Mädchen und ein weiterer junger Mann, anscheinend Besucher aus einer anderen Abteilung und unterhielten sich rauchend über Tennis. »Hallo, ihr Süßen«, rief Miss Rosseter fröhlich, »Miss Mietjad nimmt heute die Ziehung vor und wir kriegen einen neuen Text da.« Der stämmige junge Mann sah kurz auf, sagte »Armer Teufel« und vertiefte sich wieder in sein Buch. »Einen Schilling für den Kranz und sechs Pens fürs Toto«, fuhr Miss Rosseter fort und kramte in einer Blechdose herum. »Kann mir einer zwei Schilling wechseln?« »Wo ist die Liste, Paten?« »Streich Miss Mietjad durch, ja?« »Hab ich Ihren Beitrag schon, Mr. Garrett?« »Bin pleite bis Samstag«, sagte der Woodhouse-Leser. »Hört euch den an«, rief Miss Paten, »entrüstet. Man sollte uns glatt für Millionäre halten, wenn wir hier immer die Abteilung finanzieren müssen.« »Zieht mir mal einen Gewinner«, antwortete Mr. Garrett, »dann könnt ihr es nachher davon abziehen.« »Ist der Kaffee noch immer nicht da?« »Sehen Sie mal nach, Mr. Jones«, sagte Miss Paten zu dem jungen Mann am Türpfosten, »ob der Laufjunge nicht bald kommt. Und du geh noch mal die Pferde mit mir durch, Kindchen.« »Mietjad, Bright«, »Tura Lural«, »Phidipides, der Zweite«, »Roundabout, roundabout ist gestrichen«, sagte Mr. Jones. »Und da kommt der Laufjunge.« »Gestrichen? Nein, wann denn?« »Wie schade. Auf den habe ich doch beim Morningstar-Wettbewerb gewettet. Wer sagt das?« »Der Evening-Banner«, »Extra-Ausgabe«, »im Stall ausgerutscht«, »mist«, sagte Miss Rossiter kurz und bündig. »Da geht mein Tausender flöten.« »Ach ja, so ist das Leben.« »Danke, mein Kleiner.« »Stell's auf den Tisch.« »Hast du an die Gurke gedacht?« »Brav.« »Wie viel?« »Einen Schilling fünf Pens?« »Leih mir mal einen Penny, Pardon.« »Hier, bitte.« »Moment noch.« »Mr. Willis?« »Ja?« »Ich brauche mich.« »Einem Schilling.« 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 »Wir malen Bleistift und Radiergummi für den Neuen.« »Wie heißt er?« »Breden.« »Wo kommt er her?« »Weiß Hanky auch nicht. Aber Miss Mityard hat ihn schon gesehen.« »Bertie Wooster mit Hornbrille«, sagt sie. »Aber älter«, sagte Miss Mityard. »Guterhaltener Vierziger.« »Du liebes bisschen.« »Wann kommt er?« »Heute Morgen.« »Ich an seiner Stelle hätte noch bis morgen gewartet und wäre zum Rennen gegangen.« »Ah, da kommt Mr. Engelby. Der wird's wissen.« »Kaffee, Mr. Engelby? Haben Sie schon was gehört?« »Star of Asia, Twinkle Toes, St. Nittush, Duke Humphrey.« »Zweiundvierzig«, sagte Mr. Engelby. »Danke, keinen Zucker.« »War noch nie in der Werbung.« »Balliol College.« »Oh Gott«, stöhnte Miss Mityard. »Sie sagen es. Wenn es etwas noch widerwärtigeres gibt als alles andere, dann ist es Balliolität«, pflichtete Mr. Engelby ihr bei, denn er hatte am Trinity studiert. »Breaden ging aufs Balliol und saß zu Füßen von Gamaliel«, sang Mr. Garretts, indem er sein Buch zuklappte. »Um nichts er sich scherte, ganz wie sich's gehörte«, ergänzte Miss Mityard. »Wetten, dass Sie jetzt keinen Reim mehr auf Balliol finden?« »Flittermaus«, Tom Pinch, »Fly by Night«, und seine Sprache war »Universiell«. Welch klassische Verskunst. Man tut, was man kann. »Dreh die Zettel ganz fest zusammen, Kindchen, leg sie in den Deckel der Keksdose.« »Zum Teufel!« »Das ist Mr. Armstrongs Summa.« »Stell eine Untertasse auf meinen Kaffee.« »Wo ist mein Stenoblock?« »Zwei Doppelfehler hintereinander, und da hab ich gesagt, ich finde die Durchschläge von Magnolia nicht. Angefangen mit 50 zu 1. Wer hat meine Schere eingesteckt?« »Entschuldigen Sie, Mr. Armstrong möchte seine Nutrax-Durchschläge und gut durchschütteln. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen.« »Mr. Engelby, haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?« Bei Mr. Hankins leicht sarkastischem Ton löste das Gruppenbild sich wie von Zauberhand auf. Die Pfostensteher und Miss Partons Busenfreundin verzogen sich unauffällig auf den Korridor. Mr. Willis, den Ablagekorb in der Hand, sprang hastig auf, riss wahllos einen Durchschlag heraus und starrte ihn zürnend an. Miss Partons Zigarette fiel ohne großes Aufheben zu Boden. Mr. Garrett, der seine Kaffeetasse nicht schnell genug loswerden konnte, lächelte geistesabwesend und machte ein Gesicht, als habe er sie nur zufällig in die Hand genommen und wisse gar nicht, dass sie da war. Miss Meatyard legte die lose geistesgegenwärtig auf einen Stuhl und setzte sich darauf. Miss Rossiter, die Mr. Armstrongs Durchschläge in der Hand hielt, benutzte diesen glücklichen Umstand, um beschäftigt auszusehen. Nur Mr. Ingleby verschmähte allen Schein. Mit leicht unverschämtem Grinsen stellte er seine Kaffeetasse hin und näherte sich gehorsam seinem Vorgesetzten. Das, sagte Mr. Henkin, indem er taktvoll die allseitige Verlegenheit übersah, ist Mr. Breeden. Sie werden ihm zeigen, was er zu tun hat. Ich habe die Dairyfield-Kladde in sein Büro schicken lassen. Sie könnten ihm zunächst die Margarine geben. Ich glaube nicht, dass Mr. Ingleby zu Ihrer Zeit in Oxford war, Mr. Breeden. Er war am Trinity. An Ihrem Trinity meine ich, nicht an unserem. Mr. Henkin hatte in Cambridge studiert. Mr. Breeden streckte eine gepflegte Hand aus. Guten Tag! Guten Tag, echote Mr. Ingleby. Sie musterten einander mit der Reserviertheit zweier Katzen bei ihrer ersten Begegnung. Mr. Henkin lächelte sie beide an. Und wenn Ihnen zur Margarine etwas eingefallen ist, Mr. Breeden, kommen Sie damit zu mir, damit wir es uns ansehen. Abgemacht, sagte Mr. Breeden schlicht. Mr. Henkin lächelte wieder und trottete friedlich davon. Na, dann mache ich Sie am besten mal erst mit allen bekannt, sagte Mr. Ingleby schnell. Miss Rossiter und Miss Parton sind unsere beiden Schutzengel. Sie tippen unsere Texte, verbessern unser Englisch, versorgen uns mit Bleistiften und Papier und füttern uns mit Kaffee und Kuchen. Miss Parton ist die Blonde und Miss Rossiter die Brünette. Die Herren der Schöpfung bevorzugen im Allgemeinen Blond, aber ich persönlich finde sie beide gleich engelhaft. Mr. Breeden verneigte sich. Miss Meatyard, Somerville College, eine der strahlenderen Zierten unserer Abteilung. Sie dichte die ordinärsten Limericks, die je in diesen keuschen Mauern erklungen sind. Dann werden wir uns gut verstehen, versicherte Mr. Breeden in herzlichem Ton. Mr. Willis zu ihrer Rechten, Mr. Garrett zu ihrer Linken, beides Leidensgefährten. Das wäre schon die ganze Abteilung, außer Mr. Hankin und Mr. Armstrong, die allerdings Direktoren sind, und Mr. Copley, einem Mann von Gewicht und Erfahrung, der nicht zum Herumalbern ins Schreibzimmer kommt. Er nimmt seinen Elf-Uhr-Imbiss immer außer Haus ein und wehnt sich über uns stehend, was ihm indessen nicht zukommt. Mr. Breeden ergriff die Hände, die sich ihm entgegenstreckten, unter höflichem Murmeln. Möchten Sie sich an unserem Renntoto beteiligen, erkundigte sich Miss Rossiter mit einem Blick zur Geldbüchse. Sie kommen gerade noch zur Ziehung zurecht. Oh ja, bitte, sagte Mr. Breeden. Was kostet das? Sechs Pens. Ja, bitte. Ich meine, furchtbar nett von Ihnen. Natürlich, klar. Man muss doch beim Renntoto mitmachen, wie? Damit beträgt der erste Preis genau einen Pfund, sagte Miss Rossiter mit einem dankbaren Seufzer. Ich hatte schon Angst, ich müsste selbst zwei Lose kaufen. Schreib ein Los für Mr. Breeden aus, Parton. B-R-E-D-O-N. Wie Sommer auf dem Breedenberg, ja? Ganz recht. Miss Parton tippte gehorsam den Namen und legte eine weitere Niete in die Keksdose. Na, dann sollte ich Sie mal gleich in Ihre Hundehütte führen, meinte Mr. Ingleby mit Leichenvitamine. Aber ja, sagte Mr. Breeden. Oh ja, natürlich. Wir sind alle auf diesem Flur, fuhr Mr. Ingleby fort, indem er voranging. Sie werden sich mit der Zeit schon zurechtfinden. Hier ist Mr. Garrets Zimmer und hier ist das von Mr. Willis und da ist Ihres zwischen Miss Midyards und meinem. Diese Eisentreppe gegenüber führt ein Stockwerk tiefer, da sind hauptsächlich Gruppenleiter und Konferenzräume. Fallen Sie da übrigens nicht runter. Der Mann, dessen Zimmer Sie bekommen, ist vorige Woche runtergepurzelt und war tot. Was? Wirklich? rief Mr. Breeden bestürzt. Genick gebrochen und Schädel eingeschlagen, sagte Mr. Ingleby, an einem dieser Knöpfe. Was haben denn die Knöpfe auf einem Treppengeländer verloren? entrüstete sich Mr. Breeden. Damit die Leute sich den Schädel daran einschlagen, das gehört sich nicht. Allerdings nicht, sagte Miss Rossiter, die mit Notizblöcken und Löschblättern beladen hinzukamen. Angeblich sollen sie verhindern, dass die Laufjungen auf dem Geländer runterrutschen, aber es ist die Treppe selbst, die so... Äh, hoppla, gehen Sie lieber weiter, da kommt Mr. Armstrong. Die Firma hört es nicht gern, wenn allzu viel über die Eisentreppe gesprochen wird. So, und hier sind Sie zu Hause, sagte Mr. Ingleby in Befolgung dieses Rats. Nicht viel anders als die anderen, außer dass die Heizung nicht besonders gut funktioniert, aber das soll im Augenblick nicht Ihre Sorge sein. Hier hat Dean gearbeitet. Der die Treppe runtergefallen ist? Ja. Mr. Breeden sah sich in der kleinen Zelle um, die einen Tisch, zwei Stühle, einen wackeligen Schreibtisch und ein Bücherregal enthielt und sagte, Oh, es war wirklich schrecklich, sagte Miss Rossiter. Muss es wohl, stimmte Mr. Breeden ihr aus vollem Herzen zu. Ich war gerade bei Mr. Armstrong zum Diktat, als wir diesen entsetzlichen Krach hörten. Er hat gesagt, großer Gott, was ist denn das? Und ich habe gedacht, das ist einer von den Laufjungen, denn letztes Jahr ist einer von ihnen mal mit einer Schreibmaschine darunter gefallen. Und das hat sich genauso angehört, nur noch schlimmer. Und da habe ich gesagt, ich glaube, da muss einer von den Jungen die Treppe runtergefallen sein, Mr. Armstrong. Und er darauf kann wohl nicht aufpassen, der Kerl. Und dann hat er weiter diktiert und mir hat die Hand so gezittert, dass ich kaum noch einen geraden Strich machen konnte. Und dann ist Mr. Ingleby vorbeigelaufen und Mr. Daniels Tür ist aufgegangen. Und dann haben wir einen fürchterlichen Schrei gehört. Und Mr. Armstrong hat gesagt, gehen Sie besser mal nachsehen, was da los ist. Und da bin ich rausgegangen und habe runtergeguckt. Aber sehen konnte ich nichts, weil da unten so viele Leute standen. Und dann ist Mr. Ingleby raufgerannt gekommen mit so einem Gesicht. Sie waren weiß wie ein Blatt Papier, Mr. Ingleby, wirklich. Schon möglich, meinte Mr. Ingleby ein wenig begiert. Drei Jahre in diesem abstumpfenden Beruf haben wir noch nicht jede menschliche Regung nehmen können. Aber das wird schon noch kommen. Mr. Ingleby hat gesagt, er hat sich erschlagen. Und ich habe gefragt, wer? Mr. Dean, sagt er. Und ich darauf, das ist doch nicht wahr. Und er, leider doch. Und da bin ich wieder zu Mr. Armstrong reingegangen und habe gesagt, Mr. Dean hat sich erschlagen. Und er hat gemeint, was heißt das, sich erschlagen. Und da ist Mr. Ingleby reingekommen und Mr. Armstrong hat ihn nur angesehen und ist rausgegangen. Und ich bin die andere Treppe runtergegangen und habe gesehen, wie sie Mr. Dean ins Konferenzzimmer getragen haben. Und sein Kopf hing ganz schief herunter. Passiert so etwas öfter, erkundigte sich Mr. Breeden. Nicht mit solch katastrophalen Folgen, antwortete Mr. Ingleby. Aber diese Treppe ist und bleibt eine Todesfalle. Ich bin ja selbst mal runtergefallen, sagte Miss Rossiter, und habe mir die Absätze von beiden Schuhen gerissen. Und das war furchtbar unangenehm, weil ich doch kein zweites Paar bei mir hatte. Und Kinder, ich habe ein Pferd gezogen, verkündete Miss Meatyard, indem sie ohne Umstände eintrat. Sie hatten leider kein Glück, Mr. Breeden. Ich war schon immer ein Unglücksrabe. Beschäftigen Sie sich erst mal einen Tag mit Derryfields Margarine, dann wissen Sie, was Unglück ist, sagte Mr. Ingleby düster. Für mich wohl auch nichts, wie? Ich fürchte nein. Natürlich hat Miss Rawlings wieder mal den Favoriten gezogen. Wie immer. Hoffentlich bricht das Vieh sich die Beine, sagte Mr. Ingleby. Kommen Sie nur rein, Torboy, kommen Sie rein. Wollen Sie was von mir? Sie dürfen Mr. Breeden ruhig stören, er wird sich schon noch daran gewöhnen, dass sein Zimmer ein öffentlicher Versammlungsraum im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das ist Mr. Torboy, Gruppenleiter für Nutrax und noch ein paar so komische Sachen. Äh, Mr. Breeden, unser neuer Texter. Guten Tag, sagte Mr. Torboy knapp. Sehen Sie mal her, dieser halbseitige Zweispalter für Nutrax. Könnten Sie da nicht vielleicht noch drei Zeilen rauskürzen? Nein, kann ich nicht, sagte Mr. Ingleby. Ich hab das Ding sowieso schon bis auf die blanken Knochen zusammengestrichen. Sie werden aber leider müssen. Bei einem zweizeiligen Untertitel ist einfach kein Platz mehr für all den Quatsch. Da ist Platz genug. Eben nicht. Wir müssen doch noch den Geschenkkoupon für die Schlaguhren unterbringen. Hol der Teufel die Schlaguhren und den Coupon! Was glauben die, wie ich das alles in einem Zweispalter unterbringen soll? Weiß ich auch nicht, aber Sie wollen es so haben. Hören Sie mal, könnten wir dieses »Wenn die Nerven Ihnen Streichespielen nicht rausnehmen« und anfangen mit »Nerven brauchen Nutrax«?« Armstrong fand das mit dem Streichespielen gut. Menschliches Verständnis und so. Nein, nein, nehmen wir lieber den patentierten Sprungdeckel raus. »Den werden Sie sich nie rausnehmen lassen«, wandte Miss Mityard ein. »Auf die Erfindung sind Sie doch so stolz. Glauben die vielleicht, die Leute kaufen Nutrax wegen des Sprungdeckels? Ach was, ich kann's nicht jetzt gleich machen. Geben Sie her.« »Die Druckerei will es spätestens um zwei haben«, wandte Tallboy unsicher ein. Mr. Ingeblit wünschte die Druckerei zum Teufel, nahm das Blatt Papier und begann unter leisen Verwünschungen den Text zu kürzen. »Von allen grässlichen Tagen der Woche ist der Dienstag der grässlichste«, bemerkte er. »Da gibt es keine Ruhe, bis wir diesen vermaledeiten halbseitigen Zweispalter vom Hals haben.« »So, jetzt habe ich die zwei Zahlen raus, und damit müssen Sie sehen, wie Sie zurechtkommen. Sie können dieses »mit« noch in die obere Zeile reinquetschen und damit die ganze restliche Zeile einsparen. »Na gut, ich werde es versuchen«, gab Mr. Tallboy nach. »Alles um des lieben Friedens willen. Sieht aber wohl ein bisschen voll aus da oben.« »Ich gebe was drum, wenn ich voll wäre«, sagte Mr. Engelby. »Nehmen Sie um Himmels Willen das Ding und verschwinden Sie damit, bevor ich zum Mörder werde.« »Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon«, meinte Mr. Tallboy und zog sich eilig zurück. Miss Rossiter hatte sich während des Streitgesprächs bereits entfernt, und Miss Meteard verabschiedete sich nun mit den Worten, »Wenn Pheidippides gewinnt, gibt's für alle Kuchen und Tee.« »So, und nun wollen wir Ihnen mal auf die Sprünge helfen«, meinte Mr. Engelby. »Hier ist die Kladde. Blättern Sie die mal durch, damit Sie eine Vorstellung bekommen, worum es geht, und dann denken Sie sich ein paar Überschriften aus.« Im Text sollte natürlich rauskommen, dass Derryfields grüne Aue-Margarine alles das ist, was Butter sein sollte, aber nur Pens das Pfund kostet. Und dann hätten die noch gern eine Kuh im Bild. »Wieso? Wird Margarine aus Rinderfett gemacht?« »Wenn Sie mich fragen, ja, aber sagen dürfen Sie das nicht. Das würde den Leuten nicht gefallen. Die Kuh erinnert eben nur unterschwellig an Butter, und der Name grüne Aue lässt einen gleich an Kühe denken, verstehen Sie? »Ich denke dabei eher an dieses Theaterstück, das mit den Negern«, meinte Mr. Breden. »Lassen Sie die Neger aus dem Spiel«, entgegnete Mr. Engelby. »Und vor allem die Religion. Keine Anspielungen auf Psalm 23, bitte. Gotteslästerung.« »Aha.« »Also etwas wie »besser als Butter und halb so teuer«, spricht das Portemonnaie an. »Schon, aber Sie dürfen nichts gegen Butter sagen. Die verkaufen nämlich auch Butter.« »Oh.« »Sie können sagen »so gut wie Butter.« »Aber wenn das so ist«, begehrte Mr. Breden auf, »was kann man dann noch zugunsten von Butter sagen? Ich meine, wenn das andere Zeug genauso gut ist und weniger kostet, gibt es kein Argument mehr, Butter zu kaufen.« »Sie brauchen keine Argumente, um Butter zu kaufen. Das ist ein natürlicher menschlicher Instinkt.« »Aha. Verstehe.« »Machen Sie sich jedenfalls über Butter keine Gedanken. Konzentrieren Sie sich auf grüne Aue Margarine. Wenn Sie was fertig haben, lassen Sie es tippen und schwirren damit ab zu Mr. Henken.« »Klar? Kommen Sie zurecht?« »Ja. Danke«, sagte Mr. Breden mit gründlich verwirrtem Gesichtsausdruck. »Und gegen eins schaue ich mal wieder rein und zeige Ihnen, wo man hier am anständigsten essen kann.« »Besten Dank.« »Tja, bis dann«, Mr. Engelby verzog sich in sein eigenes Zimmer. »Der hält hier nicht lange durch«, sagte er bei sich. »Aber einen guten Schneider hat er. Möchte nur wissen...« Er hob die Schultern und setzte sich hin, um einen Hochglanzprospekt über Sliders Bürostahlmöbel zu entwerfen. Mr. Breden, allein gelassen, nahm nicht sogleich die Margarine in Angriff. Wie eine Katze, mit der er in seiner behutsamen Neugier eine gewisse Ähnlichkeit hatte, machte er sich zuerst einmal mit seiner neuen Behausung vertraut. Besonders viel gab es hier allerdings nicht zu sehen. In seiner Schreibtischschublade fand er ein eingekerbtes, tintenfleckiges Lineal, ein paar zerbissen aussehende Radiergummis, etliche kleine Zettelchen mit tiefschürfenden Gedanken über Tee und Margarine und einen kaputten Füllfederhalter. Auf dem Bücherregal standen ein Wörterbuch, ein abstoßend wirkender Band mit dem Titel »Direktoren von A bis Z«, ein Roman von Edgar Wallace, eine hübsch aufgemachte Broschüre mit dem Titel »Alles über Kakao«, »Alice im Wunderland«, Bartlets Zitatenhandbuch, die Globe-Edition der Werke von William Shakespeare und fünf wahllose Nummern der »Kinderencyklopädie«. Das Innere des Stehpuls hatte mehr Erforschenswertes zu bieten. Es war angefüllt mit alten, verstaubten Papieren, darunter ein Regierungsbericht über das Gesetz zur Beschränkung von Konservierungszusätzen in Lebensmitteln von 1926, eine Anzahl in jedem Sinne derber Zeichnungen von ungeübter Hand, ein Bündel Probeabzüge von Anzeigen für Dairyfield-Erzeugnisse, ein paar private Briefe und ein paar alte Rechnungen. Mr. Breeden rieb sich den Staub von den verwöhnten Fingern, ließ von diesem Behältnis ab und inspizierte einen Haken nebst Kleiderbügel an der Wand sowie einen ramponierten Ordner mit Zeitungsausschnitten in einer Ecke. Dann setzte er sich auf den Drehstuhl vor dem Schreibtisch. Nachdem er hier kurz einen Leimtopf, eine Schere, einen neuen Bleistift, eine Löschrolle, zwei Notizblöcke und einen schmutzigen Kartondeckel voller Krimskrams begutachtet hatte, schlug er die Dairyfield-Kladde auf und begann die Meisterwerke seines Vorgängers zum Thema »Grüne Aue-Margarine« zu studieren. Eine Stunde später drückte Mr. Hankin die Tür auf und sah zu ihm herein. »Na, wie geht's voran?« erkundigte er sich freundlich. Mr. Breeden sprang auf. »Nicht besonders,« fürchte ich. »Anscheinend habe ich die Atmosphäre noch nicht ganz in mich aufgenommen, wenn Sie verstehen.« »Na, das kommt schon noch,« sagte Mr. Hankin. Er war ein hilfsbereiter Mensch und vertrat die Auffassung, dass neue Texter nur der Ermunterung bedurften. »Lassen Sie mich mal sehen, was Sie da machen.« »Sie fangen mit den Überschriften an.« »Ganz richtig.« »Eine gute Schlagzeile ist die halbe Werbeschlacht.« »Wenn Sie eine Kuh wären...« Nein, nein, das geht nicht. Wir können die Kunden nicht mit Kühen vergleichen. Außerdem hatten wir fast die gleiche Schlagzeile schon einmal vor Augenblick, ich glaube, so um 1923 herum. Die hatte Mr. Wardle sich ausgedacht. Sie finden sie in der viertletzten Klade. Sie lautete, »Selbst wenn Sie sich eine Kuh in der Küche halten, bekommen Sie keinen besseren Brotaufstrich als grüne Aue und so weiter.« Das war gut, fiel ins Auge, gab ein treffendes Bild und sagte alles Nötige in einem Satz. Mr. Breeden neigte den Kopf wie einer, der das Gesetz des Propheten vernahm. Der Cheftexter wanderte mit nachdenklichem Bleistift über die hingekritzelten Schlagzeilen und hakte eine von ihnen an. »Die gefällt mir.« »Besseres, buttriges, gut für Ihr Geld.« Das ist der richtige Ton. Dazu könnten Sie einen Text verfassen und vielleicht auch noch hierzu. Sie würden wetten, es ist Butter. Obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin. Die Leute bei Derryfield sind ein bisschen zugeknöpft, was das Wetten angeht. So? Schade. Ich hatte noch ein paar von der Art. »Riskieren Sie ein bisschen.« »Gefällt Ihnen das nicht?« Mr. Hankin schüttelte bedauernd den Kopf. »Zu direkt,« fürchte ich. »Stiftet die Arbeiterklasse zur Geldverschwendung an. Aber das tun Sie doch sowieso. Die Frauen lieben alle so ein bisschen Nervenkitzel. Ich weiß, ich weiß. Aber unser Kunde macht da bestimmt nicht mit. Sie werden bald merken, dass der Kunde immer das größte Hindernis für eine gute Werbung ist. Die haben alle ihren Tick. So eine Schlagzeile wäre für Darlings gerade richtig, aber nicht für Derryfield. Wir hatten 1926 mal eine erfolgreiche Schlagzeile mit sportlicher Note. »Setzen Sie aufs richtige Pferd.« »Auf Darlings unverwüstlichen Handtuchhalter.« Die haben in der Asked-Woche 80.000 Stück verkauft. Das war allerdings teilweise auch Zufall, denn wir hatten im Text ein richtiges Pferd mit Namen genannt, das dann mit 50 zu 1 herauskam. Und alle Frauen, die darauf gesetzt hatten, sind hingegangen und haben aus Dankbarkeit Darlings unverwüstliche Handtuchhalter gekauft. Die Leute sind schon komisch. »Oh ja«, pflichtete Mr. Breeden ihm bei. »Muss wohl so sein. Ich glaube, hinter der Werbung steckt doch mehr, als man mit bloßem Auge sieht.« »Und ob«, sagte Mr. Hankin ein wenig grimmig. »Also, dann schreiben Sie mal ein paar Texte dazu und kommen damit zu mir.« »Sie wissen, wo Sie mich finden?« »Oh ja, am Ende des Korridors neben der Eisentreppe. Nein, da liegt Mr. Armstrongs Zimmer. Am anderen Ende des Korridors neben der anderen Treppe, nicht der Eisernen. Übrigens.« »Ja?« »Ach nichts«, sagte Mr. Hankin unsicher. »Das heißt...« »Nein, nichts.« Mr. Breeden sah der sich entfernenden Gestalt nach und schüttelte nachdenklich den blonden Kopf. Dann wandte er sich seiner Aufgabe zu. Er schrieb ziemlich schnell ein paar Absätze zum Lob der Margarine und ging damit aus dem Zimmer. Er wandte sich nach rechts, blieb vor der Tür zu Mr. Inglebys Zimmer stehen und betrachtete unentschlossen die Eisentreppe. Während er noch da stand, ging eine Glastür auf der gegenüberliegenden Seite des Korridors auf, und ein Mann mittleren Alters kam herausgeschossen. Als er Breeden sah, stoppte er auf seinem eiligen Weg zur Treppe und fragte, »Suchen Sie irgendwas oder irgendwen?« »Oh, vielen Dank. Nein, ich meine, ja. Ich bin der neue Texter. Ich suche das Schreibzimmer.« »Am anderen Ende.« »Aha, ja. Herzlichen Dank. Das ist ziemlich verwirrend hier. Wohin führt denn diese Treppe?« »Runter, zu einigen anderen Abteilungen. Hauptsächlich sind da die Gruppenleiter und Konferenzzimmer und Mr. Pims Zimmer und einige Direktorenzimmer und die Druckerei.« »Ah, ja. Nochmals danke. Wo kann man sich hier die Hände waschen?« »Auch unten. Ich kann es Ihnen zeigen, wenn Sie wollen.« »Oh, ja. Danke. Allerherzlichsten Dank.« Der andere raste die steile, klappernde Wendeltreppe hinunter wie von einer Sehne geschnellt. Breeden folgte ihm etwas vorsichtiger. »Ein bisschen steil hier, wie?« »Ja, schon, seien Sie lieber vorsichtig. Einer aus Ihrer Abteilung hat sich hier neulich erschlagen.« »Nein, wirklich.« »Genick gebrochen. War schon tot, als wir ihn fanden.« »Na, sowas. Aber wie ist denn das passiert? Hat er vielleicht nicht gesehen, wohin er trat?« »Ausgerutscht, nehme ich an. Muss zu schnell gelaufen sein. Die Treppe ist eigentlich ganz in Ordnung. Mir ist noch nie was passiert. Sie ist auch sehr gut beleuchtet.« »Gut beleuchtet?« Mr. Breeden betrachtete Gedanken verloren das Oberlicht und den Flur, der wie der obere rechts und links von Glastüren gesäumt war. »Doch, ja, das kann man sagen. Sehr gut beleuchtet. Natürlich, er wird wohl ausgerutscht sein. Vielleicht kann man auf einer Treppe ausrutschen. Hatte er Nägel unter den Schuhsohlen?« »Weiß ich nicht. Auf seine Schuhe habe ich nicht geachtet. Ich hatte nur einen Gedanken, die Reste aufzusammeln.« »Hatten Sie ihn gefunden?« »Na ja, ich habe den Krach gehört, wie er da runtergerauscht ist, und bin gleich hingerannt und war einer von den Ersten, die dazukamen. Übrigens, mein Name ist Daniels.« »Ach ja, Daniels. So, so. Aber ist denn bei der Untersuchung nicht von den Schuhen die Rede gewesen?« »Nicht, dass ich wüsste.« »Na, dann wird er wohl keine Nagelschuhe angehabt haben. Ich meine, wenn er welche angehabt hätte, wäre sicher darüber gesprochen worden. Ich meine, das wäre ja sozusagen eine Entschuldigung, nicht?« »Entschuldigung für wen?«, wollte Daniels wissen. »Für die Firma.« »Ich meine, wenn man eine Treppe hinbaut und da fällt einer runter, dann will doch die Versicherung meist wissen, warum.« »Heißt es wenigstens. Ich bin selbst noch nie eine Treppe hinuntergefallen.« »Auf Holz klopfen.« »Das versuchen Sie auch lieber nicht,« wich Daniels der Frage nach der Versicherung aus. »Zum Waschraum geht es durch diese Tür und links den Gang hinunter.« »Herzlichen Dank.« »Keine Ursache.« Mr. Daniels stürzte davon in einen Raum voller Schreibtische und ließ Mr. Breeden allein mit der schweren Schwingtür fertig werden. Im Waschraum fand er Engelby. »Oh«, sagte dieser, »Sie haben schon selbst den Weg gefunden. Den hätte ich Ihnen noch zeigen sollen. Hab's aber vergessen.« »Mr. Daniels hat mich hergeführt. Wer ist das?« »Daniels? Ein Gruppenleiter. Er ist für einige Kunden zuständig. Sliders und Harrogate Brothers und noch ein paar. Sorgt für das Layout und schickt die Klischees an die Zeitungen und so weiter. Kein übler Kerl.« »Er ist auf die Eisentreppe nicht gut anzusprechen, scheint mir. Ich meine, er war ganz freundlich, bis ich andeutete, dass die Versicherung sich wohl mit diesem Unfall befassen würde. Da wurde er mit einem Mal ganz eisig. Er ist schon lange bei der Firma und hat es nicht gern, wenn jemand ein schlechtes Licht auf sie wirft. Schon gar nicht, wenn ein Neuer das tut. Es ist überhaupt besser, sich nicht zu wichtig zu machen, bevor man nicht mindestens zehn Jahre hier arbeitet. Das wird nicht gern gesehen. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Diese Firma wird ganz im Stil einer staatlichen Behörde geführt, fuhr Mr. Engelby fort. Eile ist unerwünscht und Initiative und Neugier bekommen höflich die Tür gewiesen. »Das stimmt«, mischte sich ein kampflustig dreinblickender, rothaariger Mann ein, der sich gerade die Finger mit Bimsstein schrubbte, als wollte er die Haut gleich mit abscheuern. »Ich wollte neulich fünfzig Pfund für eine neue Linse haben. Und was habe ich zur Antwort bekommen? Sparsamkeit, bitte, in allen Abteilungen, wie bei der Regierung. Und dabei bezahlen sie Leute wie euch dafür, dass ihr den Leuten weismacht, je mehr sie ausgeben, desto mehr könnten sie sparen. Jedenfalls werde ich hier nicht mehr alt. Das ist schon ein Trost.« »Das ist Mr. Proud, unser Fotograf«, sagte Engelby. »Er ist seit fünf Jahren drauf und dran, uns zu verlassen, aber wenn es ernst wird, sieht er ein, dass wir ohne ihn nicht auskommen und lässt sich von unseren Bitten und Tränen erweichen.« »Tja«, sagte Mr. Proud. »Die Direktion hält Mr. Proud für einen so wertvollen Mitarbeiter«, fuhr Mr. Engelby fort, »dass sie ihm ein ganz großes Zimmer gegeben hat, in dem man sich nicht umdrehen kann«, sagte Mr. Proud. »Und ohne Lüftung. Mord ist das, was die hier machen, wie die schwarzen Löcher von Kalkutta und Treppen, auf denen man sich das Genick brächt. Was wir in diesem Land mal brauchten, wäre ein Mussolini, der Ordnung schafft. Ah, fast nützt alles Reden. Trotzdem, eines schönen Tages, Sie werden es erleben.« »Mr. Proud ist unser zahmer Revolutionär«, bemerkte Mr. Engelby nachsichtig. »Kommen Sie mit drauf, Breeden?« »Ja, ich muss das Zeug hier noch tippen lassen.« »Ganz recht. Hier lang, bitte. Die Treppe neben dem Aufzug hinauf, durch den Versand, und da sind wir schon. Hinter dieser Tür finden Sie Englands ganze Schönheit versammelt. »Kinder, Mr. Breeden bringt euch was Schönes zum Abtippen.« »Geben Sie her«, sagte Miss Rossiter, »und, ach ja, Mr. Breeden, schreiben Sie doch bitte mal Ihren Namen und Adresse auf diese Karte. Die brauchen das unten für die Personalakten.« Breeden nahm gehorsam die Karte. »Bitte in Druckschrift«, fügte Miss Rossiter hinzu, nachdem sie einen gequälten Blick auf die soeben empfangenen Manuskripte geworfen hatte. »Ach, gefällt Ihnen etwa meine Handschrift nicht?« »Ich finde sie eigentlich ganz leserlich. Sauber, aber nicht protzig. Na ja, wenn Sie meinen.« »Druckschrift«, wiederholte Miss Rossiter bestimmt. »Hallo, da ist ja Mr. Tallboy. Er will sicher was von Ihnen, Mr. Engelby.« »Was? Schon wieder?« »Nutrax hat den Zweispalter gestrichen«, verkündete Mr. Tallboy, finster triumphierend. »Sie haben uns eben frisch aus einer Konferenz heraus mitgeteilt, dass Sie etwas speziell als Gegengewicht zur Slumber-Mord-Kampagne haben wollen, und Mr. Henken sagt, Sie möchten sich bitte etwas einfallen lassen und es ihm in einer halben Stunde vorlegen.« Engelby stieß einen gellenden Schrei aus, und Breeden legte seine Personalkarte hin und starrte ihn offenen Mundes an. »In Teufelsküche mit Nutrax«, rief Mr. Engelby, »und sollen alle Ihre Direktoren die Elefantenkrankheit, lokomotorische Ataxie und eingewachsene Zehennägel kriegen?« »Sehr richtig«, sagte Tallboy. »Sie bringen uns also was, ja? Wenn ich es bis drei Uhr durchkriege, kann die Druckerei...« »He da«, Mr. Tallboy, der seinen Blick ziellos im Zimmer hatte umherschweifen lassen, hatte Breedons Karteikarte gesehen. Miss Rossiters Blick folgte dem seinen. Auf der Karte stand in säuberlichen Druckbuchstaben nur ein Wort. »Death«. »Seht euch das mal an«, sagte Miss Rossiter. »Oho«, machte Engelby, der ihr über die Schulter sah. »Sie sind also der Tod, Breeden?« »Na, ich kann nur sagen, da müssten Sie eigentlich bei jedem ankommen. Das hat so was Allgemeingültiges.« Mr. Breeden lächelte bedauernd. »Sie haben mich so erschreckt«, sagte er, »mir derart in die Ohren zu brüllen.« Damit nahm er die Karte und füllte sie fertig aus. »Death, Breeden, 12a, Great Ormond Street, London, West Central 1.« Ärgerliche Indiskretion zweier Stenotypistinnen. Zum zwanzigsten Mal studierte Mr. Death-Breeden den gerichtlichen Untersuchungsbericht über den Tod Victor Deans. Da war die Aussage Mr. Prouts, des Fotografen. Es war ungefähr um die Teezeit. Der Tee kommt so gegen halb vier. Ich kam gerade aus meinem Zimmer im oberen Stockwerk mit Kamera und Stativ in der Hand. Mr. Dean ging an mir vorbei. Er kam sehr schnell den Korridor entlang und eilte auf die Eisentreppe zu. Er lief nicht gerade, aber er ging sehr schnell. Unter einem Arm hatte er ein großes, schweres Buch. Ich weiß jetzt, dass es der Times-Atlas war. Ich wandte mich in dieselbe Richtung wie er. Ich sah in die Eisentreppe hinuntergehen. Es ist eine recht steile Wendeltreppe. Er hatte vielleicht ein halbes Dutzend Stufen hinter sich, als er plötzlich regelrecht in sich zusammenfiel und meinem Blick entschwand. Es gab einen gewaltigen Krach. Man könnte es ein Polter nennen, ein in die Länge gezogenes Krachen. Ich setzte mich in Trab, als Mr. Daniels Tür aufging und er herauskam und gegen mein Stativ stieß. Während wir noch so ineinander verheddert waren, lief Mr. Engelby an uns vorbei den Flur entlang. Von unten hörte ich einen schrillen Schrei. Ich legte die Kamera hin und Mr. Daniels und ich liefen zusammen zur Treppe. Noch ein paar andere kamen dazu. Miss Rossiter, glaube ich, und ein paar von den Textern und Sekretären. Wir sahen Mr. Dean zu einem Knäuel zusammengesunken unten am Fuß der Treppe liegen. Ich konnte nicht einmal sagen, ob er die Treppe hinunter oder durchs Geländer gefallen war. Die Treppe bildet eine rechtsdrehende Spirale und macht eine volle Umdrehung. Die Stufen bestehen aus perforierten Stahlplatten. Auf dem Geländer befinden sich mehrere eiserne Knöpfe, etwa walnussgroß. Die Stufen sind ein bisschen rutschig. Die Treppe ist gut beleuchtet. Über ihr befindet sich ein Oberlicht und außerdem bekommt sie noch Licht durch die Glastür zu Mr. Daniels Zimmer sowie durch die Glastüren auf dem unteren Korridor. Ich habe hier ein Foto, das ich persönlich gestern um halb vier gemacht habe, also am Tag nach dem Unglück. Es zeigt den oberen Anfang der Treppe. Das Bild wurde bei normalem Tageslicht aufgenommen. Die Platte war eine Actinax Special Rapid mit der H&D Nummer 450. Die Belichtungszeit war eine fünftel Sekunde, Blende 16. Die Lichtverhältnisse waren ähnlich wie zur Zeit von Mr. Deans Tod. Beidemale schien die Sonne. Der Korridor verläuft ungefähr in Nord-Süd-Richtung. Der Verunglückte ist die Treppe hinuntergegangen und bekam das Licht von oben und hinten. Dass ihm die Sonne in die Augen geschienen haben könnte, ist unmöglich. Es folgte Mr. Daniels Aussage. Ich stand an meinem Schreibtisch und sprach mit Mr. Freeman über das Layout einer Annonce. Plötzlich hörte ich ein Krachen. Ich dachte, da muss wieder einer von den Laufjungen die Treppe hinuntergefallen sein. Da ist nämlich schon mal so ein Junge runtergefallen. Ich halte die Treppe nicht für gefährlich. Ich nehme an, dass der Junge zu schnell gelaufen war. Ich kann mich nicht erinnern, Mr. Dean über den Flur gehen gehört zu haben. Gesehen habe ich ihn auch nicht. Ich stand mit dem Rücken zur Tür. Es gehen dauernd Leute über den Flur, darauf achtet man gar nicht mehr. Als ich den Sturz hörte, bin ich schnell hinausgegangen. Ich begegnete Mr. Prout und stolperte über sein Stativ. Gefallen bin ich nicht direkt, aber gestolpert, sodass ich mich an ihm festhalten musste, um nicht zu fallen. Sonst war niemand auf dem Korridor, als ich hinauslief. Nur Mr. Prout. Das kann ich beschwören. Mr. Ingeby kam dann an uns vorbei, während wir uns nach dem Zusammenstoß erst wieder aufrappelten. Er kam nicht aus seinem Zimmer, sondern vom anderen Ende des Korridors. Er ging die Eisentreppe hinunter, und Mr. Prout und ich liefen ihm nach, so schnell wir konnten. Ich hörte unten jemanden schreien. Ich glaube, das war kurz bevor oder kurz nachdem ich gegen Mr. Prout rannte. Ich war in diesem Moment ziemlich durcheinander und kann das nicht mit Bestimmtheit sagen. Wir sahen Mr. Dean unten am Fuß der Treppe liegen. Es standen ziemlich viele Leute herum. Dann kam Mr. Ingeby, die Treppe sehr schnell wieder heraufgerannt, und rief, »Er ist tot!« oder »Er hat sich erschlagen!« Seine genauen Worte kann ich nicht beschwören. Zuerst wollte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, er übertreibt. Dann bin ich selbst die Treppe hinuntergegangen. Mr. Dean lag zusammengekrümmt da, den Kopf nach unten. Seine Beine waren zum Teil noch auf der Treppe. Ich glaube, dass schon jemand versucht hatte, ihn aufzuheben, bevor ich unten war. Ich habe mit Toten und Verwundeten einige Erfahrungen. Ich war Krankenträger im Krieg. Ich habe ihn untersucht und gesagt, dass er meiner Meinung nach tot sei. Ich glaube, Mr. Atkins war schon zu derselben Überzeugung gekommen. Ich habe geholfen, die Leiche hochzuheben und ins Konferenzzimmer zu tragen. Dort haben wir ihn auf den Tisch gelegt und uns bemüht, ihm erste Hilfe zu geben, obwohl ich keinen Augenblick zweifelte, dass er bereits tot war. Wir sind nicht auf den Gedanken gekommen, ihn liegen zu lassen, wo er lag, bis die Polizei kam, denn es hätte natürlich sein können, dass er doch nicht tot war, und da konnten wir ihn nicht mit dem Kopf nach unten an der Treppe liegen lassen. Als nächster hatte Mr. Atkins ausgesagt und erklärt, dass er Gruppenleiter sei und in einem der unteren Räume arbeite. Ich kam gerade aus meinem Zimmer, von dessen Tür aus man die Eisentreppe sehen kann. Es liegt nicht direkt der Treppe gegenüber, aber man kann ihre untere Hälfte überblicken. Wer diese Treppe herunterkommt, wendet mir den Rücken zu, wenn er von der letzten Stufe tritt. Ich hörte ein lautes Krachen und sah den Mann kopfüber die Treppe herunterstürzen. Er schien überhaupt keinen Versuch zu machen, sich zu fangen. Er hatte ein großes Buch unterm Arm, das ließ er im Fallen nicht einmal los. Er schien von einer Seite der Treppe gegen die andere zu schlagen und fiel sozusagen wie ein Kartoffelsack. Unten schlug er mit dem Kopf auf. Ich hatte ein Tablett mit lauter Glasgefäßen in den Händen, das habe ich abgestellt und bin hingelaufen. Ich wollte ihn aufheben, aber in dem Moment, als ich ihn anfasste, war ich sicher, dass er tot war. Meiner Ansicht nach hatte er sich das Genick gebrochen. Zu der Zeit war Mrs. Crump auf dem Korridor. Mrs. Crump hat unseren Aufwartedienst unter sich. Ich sagte zu ihr, großer Gott, er hat sich das Genick gebrochen, und sie stieß einen lauten Schrei aus. Gleich darauf erschienen noch etliche andere auf der Szene. Einer sagte, vielleicht hat er sich's nur verrenkt. Mr. Daniels sagte zu mir, wir können ihn nicht so liegen lassen. Ich glaube, es war Mr. Armstrong, der dann den Vorschlag machte, ihn ins Konferenzzimmer zu tragen. Ich habe geholfen, ihn dorthin zu tragen. Der Tote hielt das Buch so fest unterm Arm, dass wir es ihm nur mit Mühe wegnehmen konnten. Er hatte sich seit dem Sturz nicht mehr bewegt und nicht zu sprechen versucht. Ich zweifelte keinen Augenblick, dass er nach dem Sturz auf der Stelle tot war. Mrs. Crump bestätigte diese Aussage nach bestem Wissen. Sie sagte, »Ich bin Oberaufwärterin bei Pims Werbedienst. Zu meinen Pflichten gehört es, jeden Nachmittag gegen halb vier mit dem Teewagen durch die Büros zu fahren. Das heißt, ich trete die Runde um Viertel nach drei an und beende sie um Viertel vor vier. Ich war im Untergeschoss fast fertig und wollte gerade zum Aufzug zurück, um den Tee in den ersten Stock zu bringen. Demnach muss es etwa halb vier gewesen sein. Ich kam den Flur entlang und hatte die Eisentreppe vor mir. Da sah ich Mr. Dean herunterfallen. Er fiel wie ein Bündel. Es war schrecklich. Er schrie nicht und gab im Fall nicht einen Ton von sich. Er plumpste einfach herunter, wie ein toter Gegenstand. Mir blieb fast das Herz stehen. Ich war so erschlagen, dass ich mich eine ganze Zeit nicht rühren konnte. Dann kam Mr. Atkins angelaufen, um ihn aufzuheben. Er sagte, er hat sich das Genick gebrochen und da habe ich einen Schrei von mir gegeben. Ich konnte nicht anders. Ich war einfach fertig. Ich finde, dass diese Treppe ein heimtückisches, gefährliches Ding ist. Immerzu warne ich die anderen Frauen davor. Wenn man da mal ausrutscht, kann man sich kaum noch irgendwo festhalten, besonders wenn man etwas in den Händen hat. Den ganzen Tag laufen da Leute rauf und runter und dadurch werden die Stufen so glatt, das glaubt man gar nicht. Und manche sind an den Kanten schon richtig abgetreten. Das ärztliche Gutachten stammte von Dr. Emerson. Ich wohne am Queens Square in Bloomsbury. Von meinem Haus bis zur Werbeagentur PIM in der Southampton Row geht man fünf Minuten. Ich erhielt den Anruf um 15.40 Uhr und ging sofort hin. Der Verunglückte war bei meiner Ankunft tot. Ich kam zu dem Ergebnis, dass er seit etwa einer Viertelstunde tot sein müsse. Sein Genick war am vierten Wirbel gebrochen. Zudem hatte der Tote eine Quetschwunde an der rechten Schläfe, wo auch der Schädel zertrümmert war. Jede dieser beiden Verletzungen war eine hinreichende Todesursache. Ich würde sagen, dass der Mann unmittelbar nach dem Sturz gestorben ist. Außerdem war das rechte Schienbein gebrochen, wahrscheinlich, weil er da mit dem Treppengeländer hängen geblieben war. Natürlich hatte er auch noch etliche Schürfungen und Quetschungen. Die Kopfwunde könnte der Form nach daher rühren, dass er im Fallen gegen einen der Knöpfe am Geländer geschlagen ist. Ob diese Wunde oder der gebrochene Nackenwirbel die eigentliche Todesursache war, kann ich nicht sagen. Aber in beiden Fällen wäre der Tod auf der Stelle eingetreten. Ich gebe zu, dass diese Frage nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe keine Hinweise auf ein Herzleiden oder eine sonstige Krankheit gefunden, die den Schluss nahelegen könnte, dass der Verstorbene an Schwindel oder Unmachtsanfällen litt. Für Alkohol oder Drogensucht habe ich keine Anzeichen gefunden. Ich habe die Treppe gesehen und finde, dass man sehr leicht darauf ausrutschen kann. Soweit ich es beurteilen kann, schien die Sehkraft des Verstorbenen normal zu sein. Miss Pamela Dean, die Schwester des Verstorbenen, hatte ausgesagt, dass ihr Bruder zur Zeit des Unfalls bei guter Gesundheit gewesen sei und niemals irgendwelche Schwächeanfälle oder dergleichen gehabt habe. Er sei nicht kurzsichtig gewesen. Gelegentlich habe er unter Leberbeschwerden gelitten. Er sei ein guter Tänzer gewesen und gewöhnlich sehr sicher und flink auf den Beinen. Einmal habe er sich als Junge einen Knöchel verstaucht, aber, soweit sie wisse, sei von daher keine dauernde Gelenkschwäche zurückgeblieben. Es wurden auch Aussagen dahingehend gemacht, dass schon öfter Personen auf dieser Treppe verunglückt seien. Andere Zeugen meinten, die Treppe sei nicht gefährlich, wenn der Benutzer gebührende Vorsicht walten lasse. Die Geschworenen erkannten auf Tod durch Unfall und merkten in der Begründung an, dass ihrer Meinung nach die Eisentreppe durch eine massivere Konstruktion ersetzt werden solle. Mr. Breeden schüttelte den Kopf. Dann nahm er ein Blatt Papier von dem vor ihm liegenden Stoß und schrieb, Erstens, er schien in sich zusammenzufallen. Zweitens, er machte keinen Versuch, sich zu fangen. Drittens, er ließ das Buch nicht los. Viertens, er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Fünftens, Gnickbruch, Schädelbruch, jede dieser Verletzungen für sich allein tödlich. Sechstens, gute Gesundheit, gute Augen, guter Tänzer. Er stopfte sich eine Pfeife und starrte eine Zeit lang auf diese Liste. Dann kramte er in einer Schublade und fand ein Blatt Papier, dass ein angefangener Brief oder der weggelegte Entwurf eines Briefes zu sein schien. »Sehr geehrter Mr. Pym, ich halte es für richtig, Sie wissen zu lassen, dass in dieser Agentur Dinge vorgehen, die höchst unerfreulich sind, und zu ernsten...« Nach nochmaligem längerem Nachdenken legte er dieses Schriftstück wieder fort und schrieb etwas auf ein anderes Blatt Papier, radierte und schrieb emsig wieder von vorn. Bald spielte ein zögerndes Lächeln um seine Lippen. »Möchte wetten, dass da was dran ist«, sagte er leise. »Und zwar etwas ziemlich Großes. Die Frage ist nur, wie man so etwas macht. Irgendwie muss man an das Geld herankommen, aber wo kommt es überhaupt her?« »Von Mr. Pym wohl kaum. Er dürfte selbst nichts damit zu tun haben, und man kann nicht eine ganze Belegschaft erpressen. Trotzdem frage ich mich. Wahrscheinlich würde er sich's doch etwas kosten lassen, zu verhindern, dass...« Er versank in Schweigen und Meditation. »Und?« fragte Miss Parton, indem sie das nächste Schokoladen-Eclair aufspießte. »Was hältst du von unserem Mr. Breeden?« »Pimms Schoßhündchen?« fragte Miss Rossiter zurück. »Du wirst noch einen Pfund ums andere zulegen, wenn du weiter so viel von diesem süßen Zeug futters, Schätzchen. Also, ich finde ihn nett. Und seine Hemden sind einfach hinreißend. Diesen Stil wird er sich von Pims Gehalt nur nicht lange leisten können. Bonus hin, Bonus her. Und die seidenen Socken auch nicht.« »Das stimmt.« »Wahrscheinlich ist er in Samt und Seide aufgewachsen, « pflichtete Miss Parton ihr bei. »Einer der neuen Armen, stelle ich mir vor. Sein ganzes Geld bei einer Fehlspekulation verloren oder so.« »Oder seine Familie hatte es satt, ihn durchzufüttern und hat ihn vor die Tür gesetzt, damit er selbst nach Futter scharrt,« meinte Miss Rossiter. Sie nahm es mit der schlanken Linie ernster als ihre Kollegin und neigte weniger zu Sentimentalität. »Ich habe ihn neulich mal quasi gefragt, was er getan hat, bevor er zu uns kam, und er hat gemeint, so dies und das. Und mit Motoren will er ziemlich viel zu tun gehabt haben. Wahrscheinlich war er einer von diesen Silberzungen, die Autos in Kommission verkauften und als an diesem Geschäft nichts mehr zu verdienen war, musste er sich Arbeit suchen, sofern man das Texteschreiben Arbeit nennen kann. »Ich halte ihn für sehr gescheit,« sagte Miss Parton. »Hast du diese irre Schlagzeile gesehen, die er gestern für die Margarine ausgetüftelt hat? Alles in Butter mit grüne Aue-Margarine.« Henke hat sich fast totgelacht. »Ich glaube ja, Schoßhündchen wollte ihn nur auf den Arm nehmen, aber ich meine, er würde auf so was Verrücktes nie kommen, wenn er keinen Grips hätte.« »Aus ihm wird schon noch ein Texter,« erklärte Miss Rossiter entschieden. Sie hatte so viele neue Texter kommen und wie ein Schiff in der Nacht wieder verschwinden sehen, dass sie sich ein ebenso sicheres Urteil erlauben konnte wie die Chefs der Textabteilung. »Er hat das Flair, wenn du verstehst, was ich meine. Der bleibt.« »Hoffentlich,« sagte Miss Parton, »er hat so gute Manieren. Er wirft einem das Zeug nicht einfach hin, als wenn man ein Stück Dreck wäre wie der junge Willis. Und er bezahlt seine Teerechnung, ganz wie ein Gentleman.« »Noch ist nicht aller Tage Abend,« fand Miss Rossiter. »Bisher hat er eine Teerechnung bezahlt. Ich kriege richtig Bauchkrämpfe, wenn ich mir ansehe, was einige für ein Theater darum machen. Etwa dieser Garrett. Richtig ungezogen war der, wie ich am Samstag hingegangen bin. Er hat mir fast vorgeworfen, ich verdiente am Tee. Anscheinend findet er das lustig, ich aber nicht.« »Das hat er nur im Scherz gemeint.« »Oh nein, nicht nur. Und ewig hat er was zu knurren. Ob es Krapfen oder Cremeschnitten gibt, immer ist was nicht in Ordnung damit. Ich habe gesagt, »Mr. Garrett«, habe ich zu ihm gesagt, »Wenn Sie Lust haben, jeden Tag Ihre Mittagszeit zu opfern, um herumzusuchen und nach Möglichkeit etwas zu finden, was jedem Recht ist, dann dürfen Sie es herzlich gern machen.« »Aber nicht doch,« hat er gesagt, »ich bin doch kein Laufjunge.« »Und was glauben Sie, was ich bin?«, frag ich. »Vielleicht das Laufmädchen?« Da hat er gemeint, ich soll mich nicht gleich so aufregen. »Ist ja alles gut und schön, aber man kriegt es langsam über, besonders bei dieser Hitze, immer herumzurennen für andere.« Miss Paten nickte. »Der Tee war ein ständiger Zankapfel.« »Freund Breeden«, sagte sie, »macht jedenfalls keine Schwierigkeiten. Jeden Tag einen trockenen Keks und eine Tasse Tee, das ist seine Bestellung.« Und dann hat er gesagt, er ist gern bereit, genauso viel zu bezahlen wie alle anderen, obwohl ihm ja eigentlich ein Nachlass von sechs Pens zusteht. »Ich hab's gern, wenn ein Mann großzügig ist und höflich mit einem redet.« »Oh ja, seine Zunge läuft auf Kugellagern«, sagte Miss Rossiter, »und wie man hört, ist er ein Naseweiß.« »Das sind sie doch alle«, antwortete Miss Paten, »aber sag mal, weißt du schon, was ich gestern gemacht habe?« Es war fürchterlich. Breeden kam rein und fragte nach Mr. Hankins Durchschlägen. Ich war furchtbar in Eile mit so einem Quatsch vom alten Copley, der will ja immer alles in fünf Minuten fertig haben. Und da hab ich ihm gesagt, bedienen Sie sich. Na, und was meinst du? Zehn Minuten später wollte ich irgendwas vom Regal holen und da sah ich, dass er Mr. Hankins Privatordner mitgenommen hatte. Er muss blind sein, denn da steht doch in großen roten Buchstaben Privat darauf. Hanky hätte natürlich Zustände gekriegt, wenn er es erfahren hätte. Ich also nichts wie hin zu Breeden, und da saß er da und blätterte seelenruhig in Hankys Privatkorrespondenz. Also bitte. Ich sag, Sie haben den falschen Ordner, Mr. Breeden, und er wurde nicht mal ein bisschen verlegen. Er gab ihn mir nur grinsend zurück und sagte, allmählich hatte ich auch den Eindruck. Es ist aber sehr interessant zu sehen, was alle so verdienen. Oh, meine Güte, er hatte Hankys Personalliste gelesen. Ich sagte, aber Mr. Breeden, das dürfen Sie doch nicht lesen, das ist streng vertraulich. Und da sagt er nur drauf, so, und macht ein ganz erstauntes Gesicht. So ein Esel, meinte Miss Rossiter. Hoffentlich hast du ihm gesagt, er soll es wenigstens für sich behalten. Bei ihrem Gehalt sind doch alle so empfindlich. Dabei weiß ich wirklich nicht, wieso, aber alle wollen um ihr Leben gern wissen, was die anderen verdienen, und haben eine Heidenangst, die man könnte rauskriegen, was sie selbst bekommen. Wenn Breeden jetzt damit hausieren geht, wird's einen ganz schönen Aufruhr geben. Ich hab's ihm eingeschärft, sagte Miss Parton, und er schien das alles nur komisch zu finden, und hat mich gefragt, wie lange er wohl brauchen wird, bis er auf Deans Gehalt kommt. Mal sehen, wie viel hat Dean denn gekriegt? Sechs Pfund die Woche, antwortete Miss Parton, und viel mehr war er in meinen Augen auch nicht wert. Ohne ihn wird in der Abteilung jedenfalls ein besseres Klima herrschen, das muss ich sagen. Der konnte einem ja manchmal auf den Wecker gehen. Wenn du mich fragst, sagte Miss Rossiter, finde ich es nicht gut, dass man die Studierten mit den anderen zusammenwürfelt. Die von der Uni, die können austeilen und einstecken, und keiner bleibt dem anderen etwas schuldig, aber die anderen passen da irgendwie nicht rein. Die fühlen sich immer auf den Schlips getreten. Am meisten regt Ingleby sie auf, der nimmt ja nie etwas ernst. Das tun die eben alle nicht, legte Miss Rossiter ihren erfahrenen Finger zielsicher auf die offene Wunde. Für die ist alles nur ein Spiel, aber für Copley und Willis ist alles todernst. Wenn Willis metaphysisch wird, rezitiert Ingleby Limerick's. Ich persönlich bin ja tolerant, mir gefällt das eigentlich sogar, und die Uni-Leute streiten sich nicht so wie die anderen. Wenn Dean nicht die Treppe runtergefallen wäre, hätte es zwischen ihm und Willis noch mal einen schweren Krach gegeben. Ich habe nie begriffen, worum es dabei ging, bemerkte Miss Parton, wobei sie bedächtig in ihrem Kaffee rührte. Ich glaube, dass es was mit einem Mädchen zu tun hatte, sagte Miss Rossiter. Willis und Dean waren an Wochenenden immer viel zusammen, und plötzlich war es aus damit. Im März hatten sie mal einen fürchterlichen Krach. Da hat Miss Mitya sie in Deans Zimmer herumbrüllen hören. Hat sie auch gehört, worum es ging? Nein. Und wie sie nun mal ist, musste sie an die Wand klopfen und dann hingehen und ihnen sagen, sie sollen doch den Mund halten. Anderer Leute Privatangelegenheiten interessieren sie nicht. Komische Frau. Na, ich glaube, wir verdrücken uns jetzt langsam nach Hause, sonst ist morgen früh überhaupt nichts mit uns anzufangen. War ein ganz guter Film, nicht? Wo ist die Rechnung? Du hast zwei Stück Kuchen mehr gegessen als ich. Deins macht einen Schilling und einen Penny, meins macht neun Pens. Wenn ich dir einen Schilling gebe und du gibst mir zwei Pens und der Kellnerin zwei Pens und gehst an der Kasse bezahlen, sind wir quitt. Die beiden jungen Frauen verließen das Café durch den Ausgang Coventry Street, wandten sich nach rechts und überquerten den Piccadilly Circus, um zur U-Bahn hinunter zu steigen. Als sie das gegenüberliegende Trottoir erreichten, packte Miss Rossiter Miss Parton am Arm. Sieh mal, Schoßhündchen und groß sind Schale. Ach, geh, erwiderte Miss Parton, das ist nicht Schoßhündchen. Doch, er ist es. Sieh dir nur mal diesen Umhang an und die Gardenie und, meine Güte, das Monockel. Ohne von diesen Kommentaren etwas zu ahnen, kam der Herr, von dem die Rede war, nachlässig eine Zigarette rauchend auf sie zugeschlendert. Als er mit ihnen auf gleicher Höhe war, setzte Miss Rossiter ein fröhliches Grinsen auf und sagte, »Hallo!« Der Mann lüftete mechanisch den Hut und schüttelte den Kopf, ohne die höfliche Miene zu verziehen. Miss Rossiters Wangen liefen feuerrot an. »Er ist es nicht! Wie peinlich!« »Und dich hat er für eine Dirne gehalten,« sagte Miss Parton ein wenig verlegen, »aber nicht ganz ohne Genugtuung.« »Das ist doch nicht zu fassen,« stammelte Miss Rossiter perplex. »Ich hätte schwören können.« »Aber aus der Nähe sieht er ihm gar nicht ähnlich,« meinte Miss Parton im Nachhinein klüger. »Ich habe dir ja gleich gesagt, dass er es nicht ist.« »Dann hast du gesagt, er ist es doch.« Miss Rossiter warf einen Blick über die Schulter, gerade rechtzeitig, um einen merkwürdigen kleinen Zwischenfall zu beobachten. Aus Richtung Leicester Square kam eine Limousine angerollt und fuhr gegenüber der Criterion Bar dicht an den Randstein. Der Mann im Abendanzug ging darauf zu und richtete ein paar Worte an den Insassen, wobei er die Zigarette fortwarf und eine Hand auf den Türgriff legte, als wollte er einsteigen. Doch noch ehe er dazu kam, traten plötzlich zwei Männer stumm aus einem Geschäftseingang. Der eine von ihnen sprach mit dem Chauffeur, der andere legte dem eleganten Herrn die Hand auf den Arm. Es wurden ein paar kurze Sätze gewechselt. Dann stieg der eine Mann neben dem Chauffeur ein, während der zweite die Tür zum Fond öffnete. Der Mann im Abendanzug stieg ein, der andere folgte, und die ganze Gesellschaft fuhr davon. Das Ganze war so schnell gegangen, dass alles schon so gut wie vorüber war, ehe Miss Parton sich auf Miss Rossiters erstaunten Ausruf hin umdrehen konnte. »Verhaftet«, hauchte Miss Rossiters mit glänzenden Augen. »Das waren zwei Detektive. Was mag unser Monockel-Freund wohl verbrochen haben?« Miss Parton war ganz aufgeregt. »Und wir haben ihn sogar noch angesprochen und gedacht, er ist Breeden.« »Ich habe ihn angesprochen«, verbesserte Miss Rossiters. Jetzt plötzlich konnte Miss Parton sich damit brüsten, und dabei hatte sie sich vor ein paar Minuten erst ausdrücklich von dem peinlichen Zwischenfall distanziert. Beides konnte man ihr ja nun nicht zubilligen. »Also gut, du«, räumte Miss Parton ein. »Ich muss mich ja doch über dich wundern, Rossi. Einfach mit so einem Edelganoven abziehen zu wollen. Jedenfalls, wenn Breeden morgen nicht aufkreuzt, wissen wir, dass er es doch war.« Aber es konnte kaum Mr. Breeden gewesen sein, denn der erschien am nächsten Morgen wie immer zur Arbeit. Miss Rossiter fragte ihn, ob er einen Doppelgänger habe. »Nicht, dass ich wüsste«, sagte Mr. Breeden. »Einer meiner Vättern sieht mir allerdings etwas ähnlich.« Miss Rossiter erzählte ihm von dem Zwischenfall, wenn auch in leicht abgewandelter Form. Bei näherer Betrachtung fand sie es doch besser, nichts davon zu sagen, dass man sie für ein leichtes Mädchen gehalten hatte. »Oh, das war bestimmt nicht mein Vetter«, antwortete Mr. Breeden. »Er ist ein furchtbar anständiger Mensch, geht im Buckingham-Palast aus und ein und so weiter.« »Mir können Sie viel erzählen«, sagte Miss Rossiter. »Ich bin das schwarze Schaf der Familie«, sagte Mr. Breeden. »Auf der Straße würde der mich nicht einmal sehen. Das muss also jemand ganz anderes gewesen sein.« »Heißt Ihr Vetter auch, Breeden?« »Oh ja«, sagte Mr. Breeden. Neugierige Fragen eines neuen Textes Mr. Breeden arbeitete seit einer Woche bei Pimms Werbedienst und hatte bereits das eine und andere gelernt. Er hatte gelernt, wie viele Wörter durchschnittlich auf zehn Zentimeter Textraum passen, dass man Mr. Armstrong mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Satzspiegel beeindrucken konnte. Mr. Hankin ist dagegen als Zeitverschwendung für einen Text, der ansah, sich auch noch darum zu kümmern. Das ist gefährlich war, das Wörtchen »rein« zu benutzen, weil es bei leichtfertigem Gebrauch den Auftraggeber einer möglichen Strafverfolgung aussetzte, wohingegen Wörter wie »höchste Qualität«, »beste Zutaten« und »unter optimalen Bedingungen verpackt« keinerlei juristische Bedeutung hatten und daher ungefährlich waren. Dass es ein Unterschied war, ob man von einem Produkt behauptete, es gebe tausenden britischer Arbeiter in unserer Musterfabrik da und da Brot und Arbeit oder ob man es als durch und durch britische Arbeit bezeichnete. Dass man im Norden Englands die Butter und Margarinige Salzen vorzog, im Süden hingegen frisch, dass der Morningstar keine Inserate annahm, in denen das Wort »heilen« vorkam, aber keine Einwände gegen Ausdrücke wie »lindern« oder »bessern« erhob und dass ferner ein Produkt, das etwas zu »heilen« vorgab, möglicherweise als Medikament patentiert und mit einem teuren Siegel versehen werden musste. Dass der überzeugendste Werbetext stets mit einem Augenzwinkern geschrieben wurde, eine echte Überzeugung vom Wert der Ware jedoch aus unerfindlichen Gründen zu einem dürftigen, flachen Stil führte, dass eine noch so weit hergeholte, unanständige Nebenbedeutung eines Satzes stets diejenige sei, die von der breiten britischen Öffentlichkeit hineingelesen werde, dass die Grafiker es einzig und allein darauf abgesehen hatten, den Text vollständig aus der Anzeige hinaus zu drängen, während umgekehrt der Texter ein heimtückischer Bube war, dessen einziges Bestreben es war, den Anzeigenraum so mit Text voll zu propfen, dass für Illustrationen kein Platz mehr blieb, dass der Layouter, ein armes Würstchen zwischen diesen Mühlsteinen, seine liebe Not hatte, die beiden streitenden Parteien miteinander zu versöhnen, dass ferner alle Abteilungen sich einig waren in ihrem Hass gegen den Auftraggeber, der es nicht lassen konnte, ein gutes Layout immer wieder mit eingerückten Coupons, Geschenkangeboten, Verzeichnissen örtlicher Agenturen und realistischen Abbildungen ebenso hässlicher wie uninteressanter Verpackungen zu verderben, sehr zum Schaden seiner eigenen Interessen und zum Ärger aller Beteiligten. Er lernte auch, sich ohne Hilfe in den beiden von der Werbeagentur gemieteten Etagen zurechtzufinden, bis hinauf zum Dach, wo die Botenjungen unter den Augen eines Betreuers ihre tägliche Gymnastik absolvierten und von wo man an klaren Tagen einen schönen Blick über London haben konnte. Er machte die Bekanntschaft mehrerer Gruppenleiter und wusste manchmal sogar auf Anhieb, wer von ihnen welche Kunden betreute, während er zu den meisten Angehörigen seiner eigenen Abteilung schon bald ein durchaus herzliches Verhältnis hatte. Die beiden Abteilungschefs, Mr. Armstrong und Mr. Hankin, waren jeder auf seine Art genial und hatten jeder seine ganz persönlichen Schwächen. Mr. Hankin konnte zum Beispiel keine Schlagzeile durchgehen lassen, in der das Wort großartig vorkam. Mr. Armstrong hingegen mochte es nicht, wenn in einer Anzeige auf einen Richter oder Juden Bezug genommen wurde und als die Hersteller von Whifflets Zigaretten eine neue Tabakmischung mit dem Namen »Guter Richter« auf den Markt brachten, war er so gründlich irritiert, dass er den ganzen Auftrag mit Sack und Pack und Esel an Mr. Hankin übergeben musste. Mr. Copley, ein älterer Mann von ernster Natur, der den Werbeberuf ergriffen hatte, bevor dieser neumodische Trend zu akademisch gebildeten Werbetextern einsetzte, war berühmt für seinen empfindlichen Magen und seine unnachahmlich appetitanregenden Werbetexte für konservierte Lebensmittel. Alles, was aus einer Dose oder Schachtel kam, war für ihn Gift, und er ernährte sich ausschließlich von halbgaren Beefsteaks, Obst und Vollkornbrot. Das Einzige, was er ausgesprochen gern schrieb, waren Werbetexte für Benburys Vollkornmehl, und jedes Mal war er zutiefst geknickt, wenn seine ausgefeilten Lobeshymnen, gespickt mit nützlichen medizinischen Details, irgendwelchen Albernheiten aus Engelbys Feder weichen mussten, etwa in der Art des Benburys Vollkornmehl »Dem Backen das Bauchweh nehme«, aber bei Ölsardinen und Dosenlachs war er unschlagbar. Engelbys Spezialität waren hochnäsige Sprüche über Twenty-Mans-Tee. Was man in besseren Kreisen trinkt, Whifflets Zigaretten, auf der königlichen Tribüne in Ascot, im königlichen Yachtclub in Chaos, da finden Sie die Kenner, die Whifflets rauchen, und Farleys Schuhe. Ob beim Halali, ob beim Walzer, mit Farleys stehen sie auf gesunden Füßen. Er wohnte in Bloomsbury, war Kommunist im literarischen Sinne und trug fast ausschließlich Pullover und graue Flanellhosen. Er war frühzeitig und gründlich desillusioniert und einer der vielversprechendsten Werbetexte, die Pymns Werbedienst je hervorgebracht hatte. Wenn er gerade einmal von Whifflets und modischem Schuhwerk abließ, konnte er sich über nahezu jedes Thema amüsant unterhalten und schließlich hatte er eine Begabung für witzige Texte, wo Witz nicht fehl am Platz war. Miss Meatyards war von ähnlicher geistiger Verfassung und konnte über fast alles schreiben, nur nicht über Damenartikel, die hingegen bei Mr. Willis oder Mr. Garrett in besten Händen waren. Ersterer vor allem konnte Mieder und Gesichtscremes mit einem melancholischen Charme anpreisen, für den er sein Gehalt mehr als verdiente. Die Textabteilung insgesamt arbeitete fröhlich zusammen. Einer schrieb hilfreich des anderen Schlagzeilen und suchte jederzeit des anderen Zimmer auf. Die einzigen Männer, zu denen Breeden kein herzliches Verhältnis herzustellen vermochte, waren Mr. Copley, der auf Distanz hielt, und Mr. Willis, der ihm mit einer Zurückhaltung begegnete, auf die er sich keinen Reim machen konnte. Ansonsten fand er die Abteilung ausgesprochen nett. Und es wurde geredet. Breeden war noch nie so vielen Leuten auf einmal begegnet, die so fleißige Zungen und offenbar auch so viel Zeit und Muße für ein Schwätzchen hatten. Es war geradezu ein Wunder, dass hier auch noch gearbeitet wurde, aber irgendwie wurde die Arbeit immer fertig. Er fühlte sich an seine Studentenzeit in Oxford erinnert, wo Aufsätze sich zwischen Versammlungen und Sportveranstaltungen auf geheimnisvolle Weise von selbst schrieben und ausgerechnet die mit den besten Examiner, sich damit brüsteten, nie mehr als drei Stunden täglich gearbeitet zu haben. Jedenfalls sagte ihm das Klima hier durchaus zu. Er war ein geselliger Mensch, und nichts freute ihn mehr, als wenn ein Kollege, dem die Arbeit bis oben und der Sinn nach einem Schwätzchen stand, ihn bei seinen Lobreden auf »Soppo«, »Mach den Montag zum Schontag« oder »Husch Staubsauger«, »Ein Husch und alles ist sauber« stören kam. »Sieh mal einer an«, sagte Miss Mityat eines Morgens. Sie hatte nur mal eben hereingeschaut, um Breeden zu fragen, was ein »Schlenzer« sei. Tomboy Toffee hatte eine Anzeigenserie in Auftrag gegeben, die an Cricket anlehnte, und jeweils von Ausrufen wie »Kinder, ist das ne Kerze« oder »Prima, dieser Praller« auf allerlei Umwegen zu den Vorzügen von Tomboy Toffees überleitete, und nun war eben »Schlau« so ein Schlenzer an der Reihe. Breeden hatte ihr mit Bleistift und Papier erklärt, was ein Schlenzer war, und es ihr dann auf dem Korridor mit einer kleinen runden Tabaksdose, Marke »Guter Richter«, vorgemacht, wobei er um ein Haar Mr. Armstrong am Kopf getroffen hätte, und schließlich hatte er sich auch noch auf eine Diskussion über die Tauglichkeit, solcher Schlachtrufe für Annoncen-Schlagzeilen eingelassen, aber Miss Mediard machte noch immer keine Anstalten zu gehen. Sie hatte sich an Breedens Tisch gesetzt und angefangen, Karikaturen zu zeichnen, was sie sogar recht geschickt machte, und gerade suchte sie in der Bleistiftschale nach einem Radiergummi, als sie den oben erwähnten Ausruf von sich gab. »Sieh mal einer an!« »Was?« »Das ist doch Dean Scarabeus!« »Den hätte man seiner Schwester zurückschicken müssen.« »Ach!« »Das da!« »Ja, ich wusste, dass er da war, aber ich hatte keine Ahnung, wem er gehörte. Gar nicht so übel, das Ding. Echter Onyx, aber natürlich nicht ägyptisch, nicht einmal besonders alt.« »Wohl kaum, aber Dean hing daran.« »Für ihn war er eine Art Talisman, hatte ihn immer bei sich in der Westentasche oder vor sich auf dem Schreibtisch, wenn er arbeitete. Wenn er ihn an dem Tag bei sich gehabt hätte, wäre er sicher nicht die Treppe hinuntergestürzt, das würde er selbst jedenfalls sagen.« Breedens setzte sich den kleinen Käfer auf den Handteller. Er war etwa so groß wie ein Daumennagel, schwer, nur oberflächlich bearbeitet und bis auf eine abgesprungene Stelle an der Seite völlig glatt. Was war dieser Dean überhaupt für einer? »Na ja, de mortuis und so weiter, aber er war nicht unbedingt mein Fall. Ich fand ihn ziemlich unbekömmlich.« »Inwiefern?« »Zum Beispiel gefielen mir die Leute nicht, mit denen er herumzog.« Breedens ließ eine fragende Augenbraue hochzucken. »Nein«, sagte Miss Mithiat, »nicht, was Sie meinen. Das heißt, darüber könnte ich Ihnen selbst nichts sagen. Aber er war viel mit der The Mummery-Klicke unterwegs. Fand er wahrscheinlich schick. Zu seinem Glück war er wenigstens nicht in der berüchtigten Nacht dabei, als dieser Panther Smith sich umgebracht hat. Pimms Werbedienst hätte nie mehr den Kopf hochtragen können, wenn einer seiner Mitarbeiter in so eine zwielichtige Sache verstrickt gewesen wäre. Da ist man hier sehr eigen.« »Was«, sagten Sie noch, »wie alt der Junge war?« »Sechs oder siebenundzwanzig, schätze ich.« »Wie ist er eigentlich hierhergekommen?« »Das Übliche. Brauchte wahrscheinlich Geld, musste irgendeine Arbeit annehmen. Von nichts kann man sich kein süßes Leben leisten, und er war ja nicht irgendwer. Sein Vater war Bankdirektor oder so was. Und als der gestorben war, musste klein Victor sich nach irgendwas umsehen, wovon er leben konnte. Aber er wusste schon für sich zu sorgen. »Wie ist er denn an diese Clique geraten?« Miss Mithiat grinste ihn an. »Da wird ihn wohl mal einer abgeschleppt haben. Auf seine Art sah er ja ganz gut aus. Es gibt nicht nur eine Nostalgie de la banlieue, sondern auch de la boue. Und Sie nehmen mich auf den Arm, Mr. Deathbreeden, denn das wissen Sie alles genauso gut wie ich. Soll das ein Kompliment für meine Bildung oder eine Anspielung auf meine Moral sein? Wie Sie hierhergekommen sind, ist um einiges interessanter, als wie Victor Dean hierhergekommen ist. Unerfahrenen Neuntextern zahlt man hier ein Anfangsgehalt von vier Pfund die Woche. Etwa so viel wie ein Paar von Ihren Schuhen kostet. »Ah«, sagte Breeden, »da sieht man wieder, wie der Schein doch trügen kann. Aber es ist offenkundig, meine Verehrteste, dass Sie Ihre Einkäufe nicht im wahren West End tätigen. Sie gehören jenem Bevölkerungsteil an, der bezahlt, was er kauft. Bei aller Hochachtung gedenke ich Sie nicht zu imitieren. Leider gibt es gewisse Dinge, die man nur gegen Bar bekommt. Eisenbahnfahrkarten zum Beispiel oder Benzin. Aber es freut mich, dass Ihnen meine Schuhe gefallen. So etwas bekommt man bei Rudge in der Arcade, und im Gegensatz zu Farleys Schuhmoden sieht man sie wirklich in Ascot, und überall dort, wo verwöhnte Leute zusammenkommen. Die haben auch eine Damenabteilung, und wenn sie hingehen und meinen Namen fallen lassen, »Allmählich verstehe ich, wie Sie auf die Werbung als Unterhaltsquelle gekommen sind.« Der Anflug von Zweifel wich aus Miss Meatyards eckigem Gesicht und an seine Stelle trat so etwas wie Spott. »Na ja, dann gehe ich jetzt mal wieder zu meinen Tomboy Toffees zurück. Danke für die Nachhilfe im Cricket.« Breeden schüttelte betrübt den Kopf, als die Tür hinter ihr zuging. »Leichtsinnig«, murmelte er, »hätte mich beinahe verraten. Na ja, am besten stürze ich mich jetzt in die Arbeit und versuche, so echt wie möglich zu wirken.« Er zog eine Kladde voll eingeklebter Nutrax-Anzeigen zu sich und blätterte sie nachdenklich durch. Lange blieb er aber nicht ungestört, denn kurz darauf kam Mr. Ingleby hereinspaziert, eine stinkende Pfeife unter Volldampf und die Hände tief in den Hosentaschen. »Sagen Sie, ist der Brewer hier?« »Kenne ich nicht.« »Aber«, fügte Breeden mit einer lässigen Handbewegung hinzu, »Sie haben die Genehmigung, alles zu durchsuchen. Priestergang und Geheimtreppe stehen zu ihrer Verfügung.« Ingleby kramte vergeblich im Bücherschrank herum. »Den muss jemand geklaut haben.« »Na ja, aber wie schreibt man Kronon-Hutontologos?« »Ha, das weiß ich. Und Aldi-Boronto-Fos-Korfor-Nio auch.« »Kreuzworträtsel?« »Torkemada?« »Nein, Schlagzeile für guter Richter.« »Puh, ist das heiß.« »Und anscheinend dürfen wir jetzt auch noch eine Woche lang Staub und Gehämmer ertragen.« »Wieso?« »Das Urteil ist gesprochen. Die Eisentreppe wird liquidiert.« »Wer sagt das?« »Die Direktion. Menschenskind, das dürfen die nicht machen. Wie meinen Sie das? Schuld an Erkenntnis, oder? Und wird ja auch Zeit. Stimmt auch wieder. Sie haben so ein erschrockenes Gesicht gemacht, dass ich schon dachte, Sie fühlten sich persönlich betroffen. Großer Gott, nein, wieso denn? Es geht nur ums Prinzip. Außer, dass die Treppe ja auch ihre Verdienste um die Ausmerzung der Untauglichen hat. Wie ich höre, war der selige Victor Dean nicht allseits beliebt. Ich weiß nicht. Mir kam er nicht so schlimm vor, nur, dass er nicht besonders solide und vom Pimmschen Geiste durchdrungen war. Die Mediard hat ihn natürlich zutiefst verachtet.« »Warum?« »Tja, sie ist ja sonst ganz in Ordnung, aber Kompromisse kennt sie nicht. Mein Motto ist, leben und leben lassen, aber dabei die eigenen Interessen wahren. Wie kommen Sie mit Nutrax voran?« »Da habe ich mich noch gar nicht ran getraut. Ich suche noch die ganze Zeit nach einem Namen für Twentymans, ein Schilling-Tee. Wenn ich Hankin richtig verstanden habe, ist das einzig Empfehlenswerte an ihm der niedrige Preis. Ansonsten wird er aus dem Abfall anderer Teemischungen gemacht. Der Name soll solide Qualität und Biederkeit suggerieren. »Na, nennen Sie ihn doch Haushaltsmischung. Nichts klingt so zuverlässig und erst recht erinnert nichts so sehr an muffige Sparsamkeit.« »Gute Idee. Ich werde es ihm vorschlagen.« Breeden gähnte. »Ich habe zu viel zu Mittag gegessen. Meiner Meinung nach sollte niemand gezwungen sein, nachmittags um halb drei zu arbeiten. Das ist wieder die Natur.« »In diesem Beruf ist alles wieder die Natur.« »Oh Gott, da kommt schon wieder ein Tablett. Gehen Sie bloß weiter. Gehen Sie!« »Tut mir leid,« entgegnete Miss Paten strahlend, indem sie mit dem Tablett eintrat, auf dem in sechs Untertassen eine graue Masse dampfte. »Mr. Hankin sagt, Sie möchten bitte alle von diesem Porridge kosten und sagen, was Sie davon halten.« »Meine Allerverehrteste, wissen Sie, wie viel Uhr es ist?« »Ja, weiß ich. Es ist schrecklich. Die Proben sind mit A und B und C gekennzeichnet. Und hier ist der Fragebogen. Und geben Sie mir dann bitte die Löffel zurück, damit ich sie für Mr. Copley spülen kann.« »Mir wird ganz schlecht,« stöhnte Engelby. »Von wem kommt das Zeug? Peabody?« »Ja, die bringen jetzt sein Porridge in Dosen heraus. Hochland-Porridge. Kein Kochen, kein Umrühren. Einfach die Dose erhitzen. Erachten Sie auf den Dudelsackpfeifer auf dem Etikett.« »Wissen Sie was,« sagte Engelby, »versuchen Sie doch mal Ihr Glück bei Mr. McAllister.« »Hab ich schon, aber sein Kommentar ist nicht druckreif. Hier sind Zucker und Salz und ein Kännchen Milch.« »Was wir im Dienst der Öffentlichkeit leiden müssen!« Mr. Engelby schnupperte angewidert an dem Brei und tauchte zögernd den Löffel hinein. Breeden ließ die Proben genüsslich auf der Zunge zerlaufen und hinderte Miss Parton am Weggehen. »Moment! Schreiben Sie das gleich auf, solange es noch frisch ist. Probe A. Feines, blumiges, leicht nussartiges Bouquet. Voll ausgereift. Ein großer, männlicher Porridge.« »Äh, Probe B. Extra trocken, edel, elegant im Charakter. Bedarf nur noch«, Miss Parton ließ ein entzücktes Kichern ertönen, und Engelby, dem Kichern auf die Nerven ging, suchte das Weite. »Oh, sagt mir, zeitlose Schönheit«, fragte Mr. Breeden, »was war eigentlich mit meinem vielbeweinten Vorgänger los? Warum konnte Miss Meetjart ihn nicht leiden, und warum singt Mr. Engelby sein Lob mit leisen Verwünschungen?« Das war für Miss Parton kein Problem. Naja, weil er sich nicht an die Spielregeln hielt. Er hat immer in anderer Leute Zimmern herumspioniert und ihre Ideen geklaut, um sie hinterher als seine eigenen auszugeben, wenn ihm jemand eine gute Schlagzeile lieferte. Und Mr. Armstrong oder Mr. Hankin gefiel sie, hat er nie gesagt, von wem sie stammte. Diese Erklärung schien Mr. Breeden zu interessieren. Er machte sich auf den Weg über den Flur und sah zu Mr. Garrett hinein. Garrett füllte gerade verbissen seinen Porridge-Bericht aus und sah mit einem Grunzer auf. »Hoffentlich störe ich Sie nicht in einem Augenblick der Verzückung«, tönte Breeden, »ich will Sie nämlich nur etwas fragen. Ich meine, es geht um ein Problem der Etikette, verstehen Sie, sozusagen um eine Benimmfrage. Ich meine, passen Sie auf, Hanky hat mich beauftragt, mir ein paar schöne Namen für einen billigen Tee auszudenken und was ich bisher hatte, war einfach schlecht. Und da kam Engelby und ich habe ihn gefragt, wie würden Sie diesen Tee nennen? Einfach so. Und er hat gemeint, nennen Sie ihn Haushaltsmischung. Ich fand, damit war der Nagel genau auf den Kopf getroffen. Das Ei des Kolumbus. »Na und?« »Na ja, und nun habe ich mich vorhin mit Miss Parton über diesen Dean unterhalten, der die Treppe hinuntergefallen ist. Sie wissen schon. Und warum hier ein paar Leute nicht so begeistert von ihm waren. Und sie meinte, das komme daher, dass er anderer Leute Ideen stibitzt und als seine eigenen ausgegeben hat. Und nun möchte ich einfach wissen, ob es sich vielleicht nicht schickt, andere zu fragen. Engelby hat ja nichts gesagt, aber wenn ich womöglich ins Fettnäpfchen getreten bin. »Also, das ist so«, sagte Mr. Carrad. »Es gibt so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz. Jedenfalls an unserem Ende des Korridors. Man lässt sich helfen, wo man kann, legt auch das Ergebnis unter eigenem Namen vor. Aber wenn dann Mr. Armstrong oder irgendwer sonst sich vor Begeisterung überschlägt und Blumen auf die Bühne wirft, wird erwartet, dass man einen Hinweis fallen lässt, von wem die Idee eigentlich stammt und dass sie einem selbst eben auch gefallen hat. Aha, so. Vielen herzlichen Dank. Äh, und umgekehrt, wenn er in die Luft geht und sagt, dass ihm so etwas Dämliches seit 1919 nicht mehr unter die Augen gekommen ist, steckt man sich das vermutlich selbst an den Hut. Natürlich. Wenn es so dumm war, hätte man ja selbst so schlau sein können, es gar nicht erst vorzulegen. Klar. Das Ärgerliche bei Dean war, dass er den Leuten ihre Ideen klaute, ohne was zu sagen, und sie dann auch noch bei Mr. Hankin um die wohlverdienten Lorbeeren betrog. Aber hören Sie mal, an Ihrer Stelle will ich bei Copley oder Willis nicht zu oft um Hilfe bitten. Die sind nicht dazu erzogen worden, andere die Hausaufgaben abschreiben zu lassen. Sie hängen noch an dieser Klippschulmoral, dass jeder seinen Kahn gefälligst selbst rudern soll. Und wenn ich Sie wäre, fuhr Garrett fort, würde ich mit Willis schon gar nicht über Dean sprechen. Da gab es irgendwelche Misshelligkeiten. Ich weiß auch nicht, weswegen. Jedenfalls wollte ich Sie mal gewarnt haben. Breeden bedankte sich fast überschwänglich. Man kann ja so leicht irgendwo ins Fettnäpfchen treten, wenn man neu ist, nicht? Ich bin Ihnen wirklich sehr zu Dank verpflichtet. Offenbar war Mr. Breeden aber ein Mensch ohne jedes Zartgefühl, denn eine halbe Stunde später stand er in Mr. Willis' Zimmer und kam prompt, auf den verblichenen Mr. Dean zu sprechen. Die Folge war eine unmissverständliche Aufforderung an Mr. Breeden, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Mr. Willis war keinesfalls gewillt, über Mr. Dean zu sprechen. Überdies glaubte Breeden zu bemerken, dass Willis unter einer akuten und schmerzhaften Verlegenheit litt, fast als ob das Gespräch eine Wende zum Unanständigen genommen hätte. Das verdutzte ihn, aber er ließ nicht locker. Nachdem Willis eine Zeit lang im düsterem Schweigen verharrt und mit einem Bleistift gespielt hatte, sah er schließlich auf. Wenn Sie auf Deans Tour reisen wollen, sagte er, sollten Sie lieber machen, dass Sie wegkommen. Ich bin nicht interessiert. Er vielleicht nicht, aber Breeden, seine lange Nase, zuckte vor Neugier. Was für eine Tour! Ich habe Dean gar nicht gekannt, nie von ihm gehört, bevor ich hierher kam. Worum geht's denn? Wenn Sie Dean nicht gekannt haben, warum reden Sie dann von ihm? Er hatte mit einer Sorte von Leuten zu tun, die mir nicht lag, das ist alles. Und wie Sie aussehen, würde ich sagen, Sie gehören zur selben Clique. Sie meinen die The Momery-Clique? Sie brauchen nicht erst so zu tun, als wenn Sie nichts darüber wüssten. Wie? meinte Willis mit höhnischem Grinsen. Ingleby sagt, dass Dean mit dieser Sippschaft zu tun hatte, antwortete Breeden sanft. Ich selbst bin noch nie einem von denen begegnet. Die würden mich auch furchtbar altmodisch finden. Doch, wirklich. Außerdem finde ich ihre Bekanntschaft nicht so erstrebenswert. Einige von denen sind eine echte Plage. Wusste Mr. Pym eigentlich, dass Dean diesem süßen Leben frönte? Das glaube ich kaum, sonst hätte er ihn wohl hochkantig rausgeschmissen. Was geht dieser Dean Sie überhaupt an? Nicht das Mindeste. Ich habe mir nur so meine Gedanken über ihn gemacht. Er scheint dir so etwas wie ein Außenseiter gewesen zu sein. Nicht ganz vom Pym'schen Geist durchdrungen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, nein, das war er nicht. Und wenn Sie auf meinen Rat hören, lassen Sie die Finger von Dean und seinen lieben Freunden, sonst machen Sie sich hier auch nicht allzu sehr beliebt. Dass Dean diese Treppe hinuntergefallen ist, war das Beste, was er in seinem ganzen Leben getan hat. Nichts stand in seinem Leben ihm so gut, als wie er es verlassen hat? Kommt mir trotzdem ein bisschen hart vor. Irgendwer muss ihn doch geliebt haben. Auch er war einer Mutter Sohn, wie es in dem schönen alten Lied heißt. Hatte er keine Familie? Zumindest eine Schwester lebt doch noch, oder? Was zum Teufel geht sie seine Schwester an? Nichts, war ja nur eine Frage. Naja, jetzt verziehe ich mich wohl besser. Ich habe unsere kleine Unterhaltung sehr genossen. Mr. Willis quittierte diese Abschiedsfloskel mit finsterer Miene, und Mr. Breeden brach auf, sich seine Informationen anderswo zu holen. Wie üblich wusste das Schreibzimmer bestens Bescheid. Nur die Schwester, sagte Miss Parton, sie hat irgendwie mit Silkanettstrümpfen zu tun. Sie und Victor hatten eine Wohnung zusammen. Totschick, aber ein bisschen dumm, fand ich bei unserer ersten und einzigen Begegnung. Ich habe das Gefühl, unser Mr. Willis war mal eine Zeit lang in diese Richtung aktiv, aber anscheinend ist nichts daraus geworden. Aha, sagte Mr. Breeden sehr erleuchtet. Er kehrte in sein Zimmer und zu seinen Klatten zurück. Aber er konnte sich nicht konzentrieren. Er ging auf und ab, setzte sich, stand wieder auf, starrte aus dem Fenster, kehrte von Neuem an den Schreibtisch zurück. Dann zog er aus einer Schublade ein Blatt Papier. Es trug eine Liste von Daten aus dem Vorjahr. Jedes Datum mit einem Buchstaben des Alphabets versehen. Nämlich so. Es lagen noch andere Papiere in der Schublade, alle mit derselben, vermutlich Victor Deens Handschrift, aber diese Liste schien ihn über die Maßen zu interessieren. Er studierte sie mit einer Aufmerksamkeit, die kaum gerechtfertigt schien. Dann faltete er sie behutsam zusammen und steckte sie ein. Wer hat wen, wie oft, an was, um die Mauern von wo geschleift, wandte Mr. Breeden sich an die Welt im Allgemeinen. Dann lachte er. Wahrscheinlich irgendeine hinterlistige Methode, den einfältigen Sopo zu verkaufen, meinte er, und setzte sich nun endgültig hin, um an seinen Entwürfen zu arbeiten. Mr. Pim, der Spiritus Rektor der Werbeagentur, ließ üblicherweise etwa eine Woche dahin gehen, bevor er neue Mitarbeiter zu einem Gespräch bat. Nach seiner Theorie war es wenig sinnvoll, Leuten etwas über ihre Arbeit zu erzählen, bevor sie eine ungefähre Vorstellung davon hatten, welcher Art diese Arbeit war. Als gewissenhafter Mann war er sich stets und vor allem der Notwendigkeit eines guten menschlichen Verhältnisses mit jedermann in seiner Firma bewusst, angefangen bei den Abteilungsleitern bis hinunter zum letzten Botenjungen. Und da ihm eine natürliche Leutseligkeit und leichte Geselligkeit nicht gegeben waren, hatte er, um dieser Notwendigkeit nachzukommen, ein starres Schema ersonnen. Am Ende einer runden Woche schickte er nach dem neuen Rekruten, erkundigte sich nach seiner Arbeit, seinen Interessen und ließ dann seine berühmte Rede über den Dienst in der Werbung vom Stapel. Wenn er diese schreckliche Folter, unter der man schon junge Stenotypistinnen hatte, zusammenbrechen und kündigen sehen, überlebte, kam er auf die Liste für den monatlichen Tee-Empfang. Dieser fand im kleinen Konferenzzimmer statt. Zwanzig ausgewählte Personen aus allen Rängen und Abteilungen versammelten sich unter Mr. Pims amtlichem Blick, um den gewöhnlichen Bürotee, angereichert mit Schinken-Sandwiches aus der Kantine und Keksen, die von Dairy Fields Limited zum Selbstkostenpreis geliefert wurden, zu sich zu nehmen und einander genau eine Stunde lang zu unterhalten. Diese Einrichtung sollte das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Abteilungen stärken und zugleich wurde auf diese Weise die gesamte Belegschaft, einschließlich der Außendienstmitarbeiter, alle sechs Monate einmal in Augenschein genommen. Zusätzlich zu diesen Vergnügungen gab es noch für die Abteilungs- und Gruppenleiter gelegentliche informelle Abendessen in Mr. Pims Privatwohnung, bei denen jeweils sechs Opfer abgefertigt wurden und an deren Ende sich jedes Mal zwei Bridge-Tische unter Vorsitz von Mr. und Mrs. Pim bildeten. Gruppensekretäre, subalterne Texter und Grafiker wurden zweimal jährlich zu einem Hausball eingeladen, wo zu den Klängen einer Kapelle bis 22 Uhr getanzt werden durfte. Von den höheren Chargen wurde erwartet, dass sie diese Festlichkeiten mit ihrer Gegenwart beehrten und dabei als Kellner fungierten. Für die Büroangestellten gab es eine Gartenparty mit Tennis und Federball und für die Botenjungen eine Weihnachtsfeier. Im Mai fand für die gesamte Belegschaft ein Betriebsfest mit Essen und Tanz statt. Bei dieser Gelegenheit wurde die Höhe der Jahresprämie bekannt gegeben und inmitten begeisterter Loyalitätserklärungen auf Mr. Pims Wohl getrunken. Gemäß Punkt eins dieses beschwerlichen Programms wurde Mr. Breeden an seinem zehnten Arbeitstag von Mr. Pim zur Audienz gebeten. »Nun, Mr. Breeden«, sagte Mr. Pim, indem er ein automatisches Lächeln aufsetzte und mit nervöser Plötzlichkeit wieder absetzte, »wie kommen Sie zurecht?« »Danke, Sir. Ganz gut. »Finden Sie die Arbeit schwer?« »Es ist ein bisschen schwierig«, räumte Breeden ein, »bis man sozusagen den Dreh heraus hat. Ein wenig verwirrend, wenn Sie verstehen.« »Durchaus, durchaus«, sagte Mr. Pim. »Kommen Sie gut mit Mr. Armstrong und Mr. Hankin aus?« Mr. Breeden sagte, er finde beide sehr freundlich und hilfsbereit. »Beide berichten mir auch sehr Gutes über Sie«, sagte Mr. Pim. »Sie sind beide der Meinung, dass Sie einmal einen guten Text da abgeben werden.« Er lächelte wieder und Breeden grinste schamlos zurück. »Das ist ja auch ganz gut so, unter den gegebenen Umständen, ne?« Mr. Pim erhob sich plötzlich und stieß die Tür auf, die sein Zimmer von dem kleinen Sekretariat nebenan trennte. »Miss Hartley, könnten Sie vielleicht einmal zu Mr. Vickers gehen und ihn bitten, mir die Unterlagen über den Darlings-Etat herauszusuchen. Sie können gleich darauf warten und sie mitbringen.« Miss Hartley sah, dass sie um den Genuss herumkommen sollte, Mr. Pims Ausführungen über den Dienst in der Werbung zu hören, und die ihr, dank der dünnen Holzwand und Mr. Pims volltönender Stimme, bestens vertraut waren. Sie erhob sich gehorsam und ging. Das bedeutete für sie die Gelegenheit zu einem netten kleinen Schwätzchen mit Miss Rossiter und Miss Parton, solange Mr. Vickers die Unterlagen zusammensuchte. Und besonders eilig würde sie es auch nicht haben. Miss Rossiter hatte angedeutet, dass Mr. Willis alle möglichen Andeutungen über Mr. Breeden gemacht habe, und darüber wollte sie gern Näheres wissen. »Also«, sagte Mr. Pim, indem er sich hastig mit der Zunge über die Lippen fuhr und den Anschein erweckte, als wappen er sich für ein sehr unerfreuliches Gespräch, »was haben Sie mir zu sagen?« Mr. Breeden stützte ungeniert die Ellbogen auf den Tisch seines Arbeitgebers und redete eine Zeit lang mit leiser Stimme, während Mr. Pims Wangen blasser und blasser wurden. Erstaunliche Kunststücke eines Harlekins Es war schon die Rede davon, dass der Dienstag in der Textabteilung der Agentur Pim ein Tag des allgemeinen Heulens und Zähneknirschens war. Verursacher desselben waren die Herren Tool und Jollop, die Hersteller von Nutrax, Maltogen und Jollops Rindfleischkonzentrat-Tabletten für Reisende. Anders als die meisten Kunden, die zwar ebenfalls auf ihre Art lästig waren, ihre Lästigkeit aber per Post und aus vernünftiger Entfernung sowie in vernünftigen Abständen zur Geltung brachten, suchten die Herren Tool und Jollop jeden Dienstag Pims Werbedienst zu einer wöchentlichen Konferenz heim. In der Zeit ihrer Anwesenheit begutachteten sie die geplanten Annoncen für die kommende Woche, warfen die in der letzten Woche gefassten Beschlüsse über den Haufen, überfielen die Herren Pim und Armstrong mit neuen Plänen, hielten diese beiden wichtigen Männer stundenlang im Konferenzraum fest, was den Arbeitsablauf empfindlich störte und machten sich allseits unbeliebt. Einer der Punkte, die in der dieswöchigen Seance diskutiert wurden, war die zweispaltige Nutrax-Anzeige für den Morningstar vom Freitag, die in dieser führenden Tageszeitung eine bedeutende Position in der rechten, oberen Ecke der Regionalseite innehatte, gleich neben der Freitagsglosse. Danach nahmen sie natürlich auch noch andere Positionen in anderen Blättern ein, aber der Morningstar vom Freitag war das, worauf es eigentlich ankam. Der Ablauf der Ereignisse um diese ärgerliche Anzeige war für gewöhnlich folgender. Etwa jeden dritten Monat sandte Mr. Henken ein SOS an die Textabteilung des Inhalts, das weitere Texte für Nutrax-Anzeigen dringend benötigt würden. Mit vereinter Geisteskraft produzierte die Abteilung etwa 20 Anzeigentexte und legte sie Mr. Henken vor, unter dessen überaus kritischem Blaustift sie auf ein rundes Dutzend zusammenschmolzen. Diese wurden ins Atelier geschickt und dort entsprechend ausgelegt und mit Illustrationen versehen. Dann schickte oder überreichte man sie den Herrn Tool und Jollop, die bis auf ein halbes Dutzend alles mürrisch ablehnten und den Rest durch törichte Änderungen und Zusätze weiter verdarben. Die Texter wurden dann angetrieben, noch einmal 20 Entwürfe anzufertigen, von denen nach einem ähnlichen Auslese- und Überarbeitungsprozess wiederum ein halbes Dutzend die kritische Prüfung überlebte, so dass nunmehr die erforderlichen zwölf Doppelspalten für die nächsten drei Monate vorhanden waren. Die Textabteilung atmete vorübergehend auf, die Entwürfe bekamen den blauen Stempel vom Kunden benehmigt und die vorgesehene Reihenfolge ihres Erscheinens wurde notiert. Am Montag jeder Woche holte Mr. Tallboy, der Gruppenleiter für Nutrax, einmal tief Luft und machte sich an die Aufgabe, den Doppelspalter für Freitag sicher in den Morning Star zu bringen. Er suchte den für die Woche vorgesehenen Text heraus und schickte ins Atelier nach der fertigen Illustration. Wenn die fertige Illustration wirklich fertig war, was selten vorkam, schickte er sie zusammen mit dem Text und einem sorgfältig gezeichneten Layout in die Klischeeanstalt. Die Klischeehersteller fertigten unter Murren, dass man ihnen für diese Arbeit nie Zeit genug gebe, ein Klischee von der Illustration an. Das Ganze ging dann in die Setzerei, wo man die Schlagzeile und den Text absetzte, ein Namensklischee von der falschen Größe einfügte, das Ergebnis in eine Druckform schloss, einen Probeabzug machte und diesen wieder an Mr. Tallboy zurückschickte, versehen mit der kritischen Anmerkung, die Anzeige sei anderthalb Zentimeter zu lang. Mr. Tallboy berichtigte die Druckfehler, wünschte die Setzer wegen des falschen Namensklischees zum Teufel, machte ihnen klar, dass sie die Schlagzeilen in der falschen Type gesetzt hatten, schnitt den Abzug in Stücke, klebte diese in der richtigen Größe wieder zusammen und schickte alles zurück. Inzwischen war es meist schon Dienstagmorgen elf Uhr und Mr. Tool oder Mr. Jollop oder beide saßen bereits mit Mr. Pim und Mr. Armstrong im Konferenzzimmer und verlangten laut und wiederholt nach ihrem Doppelspalter. So wie der neue Probeabzug aus der Setzerei kam, schickte Mr. Tallboy ihn durch einen Laufjungen ins Konferenzzimmer und schlich sich, wenn er konnte, zu seinem elf-Uhr-Imbiss davon. Mr. Tool oder Mr. Jollop machte dann Mr. Pim und Mr. Armstrong auf die zahlreichen Schwachstellen sowohl in der Illustration als im Text aufmerksam. Mr. Pim und Mr. Armstrong schlossen sich unterwürfig der Meinung des Kunden an, gestanden ihrer Ratlosigkeit und baten Mr. Tool oder Mr. Jollop um Ratschläge. Letzterer verstand sich, wie die meisten Kunden, besser auf destruktive als auf konstruktive Kritik. Er gab seinem Geist die Sporen, bis er überhaupt keinen zusammenhängenden Gedanken mehr fassen konnte und in diesem Zustand völliger Leere war er Mr. Pims und Mr. Armstrongs hypnotischen Überredungskünsten hilflos ausgeliefert. Nach halbstündiger, geschickter Behandlung fand Mr. Jollop oder Mr. Tool dann mit einem großen Gefühl der Erleichterung und Erfrischung zu dem eben noch geschmälten Entwurf zurück und entdeckte, dass dieser eigentlich fast genau das war, was er haben wollte. Er bedurfte nur noch einer Änderung in diesem oder jenem Satz und der Einrückung eines Geschenkgutscheins. Mr. Armstrong schickte das Layout dann wieder zu Mr. Tallboy hinauf, mit der Bitte, die notwendigen Änderungen zu veranlassen. Mr. Tallboy stellte zu seiner großen Freude fest, dass diese nichts Schlimmeres bedeuteten als die Anfertigung eines völlig neuen Layouts und ein komplettes Umschreiben des Textes und suchte den Text da auf, dessen Initialen auf dem Originalentwurf standen, um ihm den Auftrag zu geben, drei Zeilen herauszustreichen und die Änderungswünsche des Kunden einzufügen, während er selbst die ganze Anzeige noch einmal neu aufteilte. Wenn das alles geschehen war, ging der neue Entwurf wieder in die Setzerei und wurde neu gesetzt. Der neue Satz wanderte in die Klischeeanstalt. Dort wurde von der gesamten Anzeige ein komplettes Klischee angefertigt und von diesem ein neuer Probeabzug gemacht. Wenn es nun ein glücklicher Zufall wollte, dass diesem Klischee keine Mängel mehr anhafteten, gingen die Materngießer an die Arbeit und fertigten die erforderliche Anzahl von Matern an, die zusammen mit je einem Probeabzug an die verschiedenen Zeitungen geschickt werden sollten, in denen die Notrax-Anzeige erscheinen würde. Am Donnerstagnachmittag wurden die Matern vom Versand per Boten an die Londoner Zeitungen, per Post und Bahn an die Provinzblätter verschickt und wenn alles gut ging, erschien die Anzeige planmäßig am Freitag im Morning Star und an den vorgesehenen Tagen in den übrigen Zeitungen. So lang und beschwerlich ist der Weg, den diese freundlichen Aufforderungen, die Nerven mit Nutrax zu nähren, hinter sich haben, ehe sie dem Leser, wenn er im Zug zwischen Gidea Park und Liverpool Street seinen Morning Star aufschlägt, ins Auge springen. An diesem einen Dienstag war nun das Heulen und Zähneknirschen besonders arg. Erstens herrschte an diesem Tag ungewöhnlich drückende Schwüle mit Gewitterneigung und das obere Stockwerk der Werbeagentur Pimm glich unter dem breiten Bleidach und den großen, gläsernen Oberlichtern einem bei kleiner Flamme heizenden Backofen. Zweitens erwartete man den Besuch zweier Direktoren der Brotherhood Limited, jener überaus altmodischen und frommen Firma, die Bonbons und alkoholfreie Getränke herstellte. Es war die allgemeine Warnung ausgegeben worden, dass alle weiblichen Mitarbeiter sich des Rauchens zu enthalten und alle Probeabzüge von Bier- oder Whisky-Reklame zu verschwinden hätten. Die erstere Beschränkung war besonders hart für Miss Meatyard und die Schreibdamen der Textabteilung, deren Zigaretten von der Direktion vielleicht nicht gut geheißen, aber normalerweise wohlwollend übersehen wurden. Miss Parton, zusätzlich irritiert durch Mr. Hankins zarte Andeutung, dass sie für die sittlichen Empfindungen der Herren Direktorin von Brotherhood Limited etwas zu viel Arm und Hals sehen lasse, hatte aus reinem Trotz das anstößige Fleisch mit einem dicken Pullover verhüllt und schwitzte nun demonstrativ vor sich hin und knurrte und fauchte jeden an, der ihr zu nahe kam. Mr. Jolp, er noch etwas pedantischer als Mr. Tool, war heute zur wöchentlichen Nutrax-Konferenz besonders früh erschienen und hatte sich dadurch hervorgetan, dass er mit fester Hand nicht weniger als drei Anzeigen exekutierte, die Mr. Tool zuvor genehmigt hatte. Das hieß, dass Mr. Hankin sein SOS fast einen Monat früher als sonst aussenden musste. Mr. Armstrong hatte Zahnschmerzen und war mit Miss Rossiter ungewöhnlich kurz angebunden und irgendetwas war an Miss Rossiters Schreibmaschine kaputt gegangen, so dass auf ihre Buchstaben und Zeilenabstände kein Verlass mehr war. Zu Mr. Ingleby, der schwitzend über seiner Kladde saß, kam der verhasste Mr. Tallboy, ein Blatt in der Hand. Ist das von Ihnen? Mr. Ingleby streckte eine träge Hand aus, nahm das Blatt, warf einen Blick darauf und reichte es zurück. Wie oft muss ich euch elenden Nichtskönnern noch sagen, fragte er liebenswürdig, dass die Initialen auf dem Textentwurf stehen, damit man an ihnen den Verfasser erkennen kann. Wenn Sie D.B. für meine Initialen halten, müssen Sie blind oder verkalkt sein. Wer ist denn D.B.? Der Neue. Breeden. Wo ist er? Mr. Ingleby wies mit dem Daumen zum Nebenzimmer. Leer, meldete Mr. Tallboy nach kurzem Erkundungsausflug. Dann suchen Sie ihn eben, rief Ingleby. Gewiss, aber sehen Sie mal her, meinte Mr. Tallboy beschwichtigend. Ich will ja nur einen Rat haben. Was sollen um Himmelswillen die Grafiker hiermit anfangen? Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Hankin diese Schlagzeile genehmigt hat? Es ist anzunehmen, antwortete Ingleby. Na, und wie stellt er oder Breeden oder sonst wer sich die Illustrationen dazu vor? Hat der Kunde das gesehen? Die lassen das nie durchgehen. Dazu brauche ich gar nicht erst, das Layout zu machen. Ich verstehe nicht, wie Hankin das zulassen konnte. Ingleby streckte noch einmal die Hand aus. Kurz, klar und christlich, meinte er. Was ist damit? Die Schlagzeile lautete? Leerzeile, Ausrufungszeichen? Darunter? Wenn dein Leben leer ist, nimm Nutrax. Und überhaupt, murrte Tallboy, würde der Morningstar das nie annehmen. Die drucken nichts, was auch nur entfernt nach einem Fluch aussehen könnte. Ihre Ansicht, sagte Ingleby. Fragen Sie doch erst mal. Tallboy murmelte etwas Unhöfliches. Und wenn Hankin seinen Segen gegeben hat, sagte Ingleby, werden sie das Layout sowieso machen müssen. Die Grafiker werden bestimmt, Oh, hallo, da ist ja Ihr Mann. Belästigen Sie ihn lieber selbst damit. Breeden. Hier, sagte Breeden, vollzählig angetreten. Wo haben Sie sich vor Tallboy versteckt? Sie müssen gewusst haben, dass er hinter Ihnen her war. Auf dem Dach war ich, gab Breeden bedauernd zu. Kühler und so. Was gibt's? Was habe ich verbrochen? Also hier, diese Schlagzeile von Ihnen, Mr. Breeden. Wie stellen Sie sich die Illustration dazu vor? Weiß ich nicht. Das habe ich dem Genie der Grafiker überlassen. Ich bin immer dafür, der Fantasie anderer Leute ein Betätigungsfeld zu lassen. Wie sollen die um Himmels Willen eine Lehre zeichnen, indem sie ein Los der irischen Lotterie abmalen, warf Ingleby dazwischen. Da ist nie was darauf. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie eine Vielheit, schlug Breeden vor. Sie wissen ja, Lewis Carroll. Haben Sie schon mal eine Vielheit gemalt gesehen? Seien Sie doch nicht so albern, grollte Tallboy. Irgendwas müssen wir ja nur damit anfangen. Halten Sie das wirklich für eine gute Schlagzeile, Mr. Breeden? Die beste, die ich je geschrieben habe, rief Breeden begeistert. Bis auf diesen einen herrlichen Text, den Hanky nicht durchgehen lassen wollte, könnten die nicht einen Menschen zeichnen, der innerlich leer aussieht? Oder einfach ein leeres Gesicht, ähnlich wie in diesen Annonsen? Gehören diese fehlenden Gesichtszüge Ihnen? Na ja, das könnten Sie wohl, räumte Tallboy unzufrieden ein. Ich sag's Ihnen jedenfalls mal. Danke, fügte er dann etwas verspätet hinzu und stürzte hinaus. Ganz schön sauer, wie? meinte Ingleby. Das macht die fürchterliche Hitze. Nun sagen Sie mir bloß mal, was Sie auf dem Dach gemacht haben. Da muss es doch so heiß sein wie auf einem Grillrost. Es stimmt, aber ich dachte, ich probier's mal. Um ehrlich zu sein, ich habe von oben mit Pennies nach dieser Blaskapelle geworfen. Zweimal habe ich die Basstuba getroffen. Das gibt ein lautes Peng und wenn Sie alle gucken, wo das herkommt, duckt man sich schnell hinter die Brüstung. Die Brüstung ist ja mächtig hoch, was? Ich glaube, die wollten das Gebäude noch höher aussehen lassen, als es ist. Dabei ist es sowieso schon das Höchste in der ganzen Straße. Von da oben hat man eine schöne Aussicht. Erde hat dir zu zeigen Schöneres nicht. Und gleich wird es junge Hunde regnen. Sehen Sie mal, wie schwarz es da rüberkommt. Sie sind mir aber auch ganz schön schwarz rübergekommen, fand Ingleby. Sehen Sie sich mal Ihren Hosenboden an. Sie verlangen nicht wenig, klagte Breeden, indem er sein Rückgrat besorgniserregend verrenkte. Es ist etwas rußig da oben. Ich habe auf dem Oberlicht gesessen. Sie sehen aus, als wenn Sie an einem Regenrohr raufgeklettert wären. Na ja, ich bin an einem runtergeklettert, nur an einem, aber ein schönes Rohr. Es hat mich gleich fasziniert. Sie müssen verrückt sein, sagte Ingleby, bei dieser Hitze an Regenrohren herumzuturnen. Wie kommen Sie dazu? Mir war was runtergefallen, klagte Mr. Breeden. Da bin ich auf das Glasdach vom Waschraum hinuntergestiegen. Fast wäre ich da durchgetreten. Da hätte der gute Smell nicht schlecht gestaunt, wenn ich vor seinen Augen ins Waschbecken geplumpst wäre. Und dann musste ich feststellen, dass ich gar nicht an dem Rohr hätte hinunterklettern müssen. Zurückgekommen bin ich nämlich über die Treppe. Die Tür zum Dach war auf beiden Etagen offen. Bei Hitze lässt man die meist beide offen, sagte Ingleby. Wenn ich das nur gewusst hätte. Jetzt könnte ich was zu trinken brauchen. Bitte versuchen Sie mal ein Gläschen Pompagna. Was ist denn das? Eines von Brotherhoods alkoholfreien Erfrischungsgetränken, erklärte Ingleby grinsend. Aus besten Devon-Äpfeln. Frisch und spritzig wie Champagner. Absolut antirheumatisch und nicht berauschend. Ärztlich empfohlen. Breeden schüttelte sich. Ich finde unseren Beruf zutiefst unmoralisch. Wirklich. Stellen Sie sich nur mal vor, wie wir den Leuten den Magen verderben. Ja, schon, aber vergessen Sie nicht, wie wir uns auf der anderen Seite bemühen, das wieder auszugleichen. Mit der einen Hand ruinieren wir Ihnen die Gesundheit, mit der anderen stellen wir sie wieder her. Die Vitamine, die wir beim Konservieren zerstören, geben wir Ihnen mit Revito zurück. Die Ballaststoffe, die wir aus Peabody's Hochland Porridge herausholen, stellen wir Ihnen schön verpackt als Benburys Frühstückskleie wieder auf den Tisch. Die Mägen, die wir Ihnen mit Pompagna verderben, kurieren wir mit Peablets Verdauungstabletten und indem wir das dumme Volk doppelt bezahlen lassen, einmal für die Entmannung ihrer Nahrung und dann für die Wiederherstellung der Vitalität, halten wir die Räder der Wirtschaft in Gang und verschaffen tausenden Arbeitsplätze, einschließlich Ihnen und mir. Eine herrliche Welt, Breeden seufzte verzückt. Was würden Sie sagen, wie viele Poren die menschliche Haut hat, Ingleby? Kein Schimmer. Warum? Schlagzeile für Sunfect. Könnte man sagen, grob über den Daumen, 90 Millionen? Eine schöne, runde Zahl. 90 Millionen offene Türen für Keime und Bazillen. Verschließen Sie diese Türen mit Sunfect. Klingt doch überzeugend, finden Sie nicht? Oder so, würden Sie Ihr Kind in einer Löwengrube liegen lassen? Das müsste die Mütter ansprechen. Gebe auch eine gute Illustration. Hoppla, da kommt das Gewitter, aber wie? Ein Blitz, gefolgt von einem gewaltigen Donner ohne jede Vorwarnung direkt über ihren Köpfen. Hab ich kommen sehen, sagte Breeden, darum habe ich ja diesen Dachspaziergang gemacht. Wie meinen Sie das darum? Ich habe nach ihm Ausschau gehalten, erklärte Breeden, und bitte sehr, da ist es. Hui! Der konnte sich hören lassen. Ich liebe Gewitter ja so. Übrigens, was hat Willis eigentlich gegen mich? Engelby runzelte die Stirn und zögerte. Er scheint an sich zu sein, dass ich kein guter Umgang bin, erklärte Breeden. Nun, ich habe sie ja gewarnt, mit ihm über Victor Dean zu sprechen. Jetzt scheint er sich in den Kopf gesetzt zu haben, dass Sie ein Freund von Dean sind oder sowas. Aber was war denn so schlimm an Victor Dean? Er verkehrte in schlechten Kreisen. Wieso interessieren Sie sich überhaupt so für Dean? Sagen wir, ich bin von Natur aus neugierig, habe mich schon immer für andere Leute interessiert, zum Beispiel für Botenjungen. Die treiben auf dem Dach Gymnastik, nicht? Ist das die einzige Zeit, zu der Sie aufs Dach dürfen? Während der Arbeitszeit sollten Sie sich da oben lieber nicht von Ihrem Betreuer erwischen lassen. Wieso? Hab mir nur was überlegt. Die haben doch sicher immer Streiche im Kopf, wie alle Jungen. Ich mag sie ja. Wie heißt dieser Rothaarige? Der sieht ziemlich heller aus. Das ist Joe. Sie nennen ihn natürlich Rotfuchs. Was hat er verbrochen? Oh, nichts. Aber hier laufen doch sicher viele Katzen herum, oder? Katzen? Hab noch nie welche gesehen. Außer in der Kantine, da ist eine, soviel ich weiß, aber hier herauf kommt sie anscheinend nicht. Was wollen Sie mit einer Katze? Nichts, aber jede Menge Spatzen muss es doch da oben geben, nicht? Ingleby glaubte allmählich, dass die Hitze Breeden auf den Verstand geschlagen haben musste. Seine Antwort ging in einem krachenden Donner unter. Es folgte eine Stille, in der die Straßengeräusche von draußen dünn heraufdrangen. Dann begannen schwere Tropfen gegen die Scheiben zu klatschen. Ingleby stand auf und schloss das Fenster. Es goß wie aus Eimern. Donnernd prasselte der Regen aufs Dach. Er tanzte und toste in den bleiernden Dachrinnen und schoss in kleinen Wildbächen in die Abflüsse. Mr. Proud, der aus seinem Zimmer gerannt kam, geriet in einen Wasserfall, der vom Dach herunterkam und rief nach einem Laufjungen, der das Oberlicht schließen sollte. Der Druck der Schwüle hob sich von den Gemütern wie eine abgeworfene Daunendecke. Breeden stand am Fenster seines Büros und beobachtete die eiligen Passanten, die sechs Stockwerke tiefer ihre Schirme der Sintflut entgegenhielten oder, wenn es sie schutzlos überrascht hatte, schnell in Geschäftseingängen verschwanden. Ein Stockwerk tiefer im Konferenzzimmer lächelte Mr. Jollop plötzlich und ließ drei Annonsen und einen dreifarbigen Prospekt passieren, ließ sich sogar zu einem Verzicht auf die sechsunfünfzig geschenkten Schlaguhren im dieswöchigen Zweispalter bewegen. Harry, der Fahrstuhlführer, geleitete eine tropfnasse junge Frau in den schützenden Käfig, drückte ihr sein Mitgefühl für ihre missliche Lage aus und bot ihr an, sie mit einem Staubtuch abzutrocknen. Die junge Frau lächelte ihn an und versicherte ihm, sie brauche dergleichen nicht, aber ob sie bitte Mr. Breeden sprechen könne. Harry übergab sie Tompkin, dem Mann am Empfang, der sagte, er werde nach oben schicken und wen er bitte sehr melden dürfe. Miss Dean, Miss Pamela Dean, in einer privaten Angelegenheit. Der Mann war sofort die Anteilnahme selbst. Die Schwester unseres Mr. Dean, Miss? Ja. Ach ja, Miss, eine schlimme Geschichte, das mit Mr. Dean, Miss. Es hat uns allen so leid getan, ihn auf diese Weise zu verlieren. Wenn Sie einen Augenblick Platz nehmen wollen, Miss, ich werde Mr. Breeden sagen, dass Sie da sind. Pamela Dean setzte sich und sah sich um. Die Empfangshalle lag in der unteren Etage der Agentur und enthielt lediglich den halbkreisförmigen Empfangstisch, zwei harte Stühle, eine harte Bank und eine Uhr. Sie nahm den gleichen Raum ein wie ein Stockwerk höher die Versandabteilung. Gleich vor der Tür befanden sich der Fahrstuhl und die Haupttreppe, die sich um den Fahrstuhlschacht wand und bis zum Dach führte, während der Fahrstuhl selbst im obersten Stock endete. Auf der Uhr war es Viertel vor eins und schon passierte ein Strom von Angestellten die Halle oder kam aus dem höheren Stockwerk rasch zum Händewaschen herunter, bevor es zum Essen ging. Von Mr. Breeden kam die Nachricht, er werde gleich da sein, und Pamela Dean vertrieb sich die Zeit, in dem sie die diversen Mitarbeiter der Firma im Vorbeigehen musterte. Ein flotter, adretter junger Mann mit makelloser Frisur aus welligem, braunem Haar, einem winzigen, dunklen Schnurrbart und sehr weißen Zähnen, Mr. Smale, Gruppenleiter für Derryfield Limited, wenn sie's gewusst hätte, ein großer, kahlköpfiger Mann mit rötlichem, glattrasiertem Gesicht und Freimaurer Abzeichen, Mr. Harris von der Außenabteilung, ein Mann von etwa fünfunddreißig mit leicht verdrießlichem, aber gutem Aussehen und unruhigen, hellen Augen, Mr. Tallboy, tief in Gedanken über die Unzulänglichkeiten der Herrn Tool und Jollop, ein magerer, gezierter, älterer Herr, Mr. Daniels, ein rundlicher, kleiner Mann mit gutmütigem Grinsen und blondem Haar, der sich mit einem energisch aussehenden, stubsnasigen, rothaarigen Mann unterhielt, Mr. Cole, Gruppenleiter für Harrogate Brothers, die Seifenfirma, und Mr. Proud, der Fotograf. Ein gutaussehender, sorgenvoll dreinblickender, grauhaariger Mitvierziger in Begleitung eines wohlhabend aussehenden Karl Kopfes mit Mantel, Mr. Armstrong, der Mr. Jollop zu einem besänftigenden und teuren Lunch ausführte. Ein unordentlicher, schwermütiger Mensch mit beiden Händen in den Hosentaschen, Mr. Ingleby. Ein dünner, raubvogelhafter Mann mit gebeugter Gestalt und gelbsüchtigen Augäpfeln, Mr. Copley, der sich sorgte, ob das Essen ihm bekommen werde. Dann ein hagerer, blonder, sorgenvoll dreinblickender junger Mann, der bei ihrem Anblick mitten im Schritt stockte, errötete und weiterging. Das war Mr. Willis. Miss Dean schenkte ihm einen Blick und ein kühles Nicken, das ebenso kühl erwidert wurde. Tomkin am Empfangstisch, dem nichts entging, sah das Stocken, das Erröten, den Blick und das Nicken und fügte seinem Fundus an nützlichem Wissen im Stillen einen weiteren Posten hinzu. Dann kam ein schlanker Mann von etwa vierzig Jahren, mit langer Nase und strohblondem Haar, Hornbrille und einer gut geschneiderten grauen Hose, die allerdings in jüngster Zeit arg misshandelt worden zu sein schien. Er trat auf Pamela Dean zu und sagte, mehr im Ton einer Feststellung als einer Frage, »Miss Dean?« »Mr. Breeden?« »Ja.« »Sie hätten nicht herkommen sollen,« sagte Mr. Breeden mit missbilligendem Kopfschütteln. »Sie verstehen, das ist ein bisschen indiskret. Aber...« »Hallo!« »Willis!« »Wollen Sie was von mir?« Es war eindeutig nicht Mr. Willis Glückstag. Er hatte seine nervöse Aufregung besiegt und mit der offenbaren Absicht kehrtgemacht, Pamela anzusprechen, gerade um zu sehen, dass Breeden ihm zuvor gekommen war. Er antwortete, »Oh, nein, 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 keineswegs!« Und es kam mit solch offenkundiger Aufrichtigkeit aus ihm heraus, dass Tomkin sich wieder still eine Notiz machen konnte und sogar schnell hinter seinen Tisch tauchen musste, damit man sein strahlendes Gesicht nicht sah. Breeden grinste liebenswürdig und nach kurzem Zögern flüchtete Willis zur Tür hinaus. »Entschuldigen Sie,« sagte Miss Dean, »ich wusste nicht,« »macht nichts,« sagte Breeden und dann lauter, »Sie sind gewiss wegen der Sachen Ihres Bruders gekommen, nicht? Ich habe Sie hier, ich arbeite nämlich in seinem Zimmer. Sagen Sie, wie wär's, würden Sie mir die Ehre geben, eine Kleinigkeit mit mir essen zu gehen?« Miss Dean war einverstanden. Breeden holte seinen Hut und sie gingen. »Oho«, sagte Tomkin im Vertrauen zu sich selbst, »Oho, was spielt sich denn da ab? Eine schicke Biene isst sie ja. Doch, doch, hat dem Jungen den Laufpass gegeben und nun wird's mich nicht wundern, wenn sie's auf den anderen abgesehen hätte. Und ich könnte es ihr nicht mal verdenken.« Mr. Breeden und Miss Dean begaben sich gemessen und schweigend nach unten. Harry, der Fachstuhlführer, spitzte vergebens die aufmerksamen Ohren, doch als sie auf die Southampton Row hinaustraten, wandte die junge Dame sich an ihren Begleiter. Ich war doch etwas erstaunt, als ich ihren Brief bekam. Mr. Willis, der im Eingang eines Tabakladens nebenan auf der Lauer lag, hörte die Worte und runzelte die Stirn. Dann zog er sich den Hut bis zu den Augenbrauen hinunter, knöpfte seinen Regenmantel bis oben hinzu und nahm die Verfolgung auf. Sie gingen durch den nachlassenden Regen bis zum nächsten Taxistand und stiegen in ein Taxi. Mr. Willis wartete schlau, bis sie losgefahren waren, dann sprang er in den nächsten Wagen. Folgen Sie diesem Taxi, sagte er wie in einem Kriminalroman. Und der Fahrer, lässig wie von Edgar Wallace erdacht, antwortete, wird gemacht, Sir, und ließ die Kupplung springen. Die Verfolgungsjagd verlief wenig aufregend und endete in der denkbar sittsamsten Weise vor Simpsons Speiserestaurant an der Strand. Mr. Willis bezahlte sein Taxi und stieg im Kielwasser des verfolgten Pärchens in jenen oberen Saal hinauf, in dem es damengnädig erlaubt war, sich unterhalten zu lassen. Die Verfolgten fanden einen Tisch am Fenster. Mr. Willis ignorierte die Bemühungen des Obers, ihn in ein stilles Eckchen zu lotsen und setzte sich kurzerhand an den Nebentisch, wo ihm ein Mann und eine Frau, die offensichtlich allein speisen wollten, indigniert Platz machten. Aber gut platziert war er auch so nicht, denn er konnte Breeden und seine Begleiterin zwar sehen, doch sie hatten ihm den Rücken zugewandt, so dass er von ihrer Unterhaltung kein Wort mitbekam. Am nächsten Tisch ist noch reichlich Platz, Sir, versuchte der Ober ihm begreiflich zu machen. Ich sitze hier ganz gut, entgegnete Willis gereizt. Sein Nachbar verschoss wütende Blicke, und der Ober reichte ihm mit einer Mine, als wollte er sagen, übergeschnappt, aber was soll man da machen, die Speisekarte. Willis bestellte geistesabwesend Hammelrücken mit Johannesbeerkompott und Kartoffeln und starrte auf Breedens schlanken Rücken. Heute sehr gut, Sir. Big? Der Blumenkohl, Sir, sehr gut heute. Wie Sie meinen. Der kleine schwarze Hut und der geschniegelte gelbe Kopf schienen sehr dicht beieinander zu sein. Breeden hatte irgendeinen kleinen Gegenstand aus der Tasche genommen und zeigte ihn ihr. Einen Ring? Willis strengte die Augen an. Was wünschen Sie zu trinken, Sir? Ein Lager, sagte Willis ohne zu überlegen. Pilsner, Sir, oder Barclays Londoner Lager? Pilsner. Hell oder dunkel, Sir? Hell. Dunkel, nein, ich meine hell. Ein großes, helles Pilsner, Sir? Ja, ja. Im Steinkrug, Sir? Ja, nein, zum Kuckuck bringen Sie es mir in irgendwas, Hauptsache es hat oben ein Loch. Wie viele Fragen konnte man denn wegen eines Biers noch stellen? Die junge Frau hatte den Gegenstand genommen und tat irgendetwas damit. Was? Um Himmels Willen was? Röstkartoffeln oder frische Salzkartoffeln, Sir? Frische! Gott sei Dank, der Mann war endlich fort. Breeden hielt Pamela Deans Hand. Nein, er drehte nur den Gegenstand um, der auf ihrem Handteller lag. Die Frau, die Willis gegenüber saß, streckte sich nach dem Zuckerschälchen, ihr Kopf versperrte ihm die Sicht. Absichtlich schien es ihm. Jetzt zog sie sich zurück. Breeden begutachtete noch immer den Gegenstand. Ein großer Servierwagen stand neben ihm, beladen mit dampfenden Fleischstücken unter großen Silberdeckeln. Ein Deckel wurde angehoben. Der Duft gebratenen Hammels schlug ihm ins Gesicht. Noch ein wenig Fett, Sir. Möchten Sie das Fleisch nicht ganz durchgebraten? Großer Gott! Was für Riesenportionen Sie einem in diesem Laden auftischten! Was war Hammelbraten doch für ein ekelhaftes Zeug! Wie abstoßend diese runden, gelben Kartoffelbälle waren, die der Ober ihm unablässig auf den Teller häufte! Wie widerlich Blumenkohl sein konnte! Schrumpelgemüse! Willis schnippelte angewidert an Londons bestem Hammelrücken herum und fühlte seinen Magen zu einem kalten, schweren Klumpen werden. Seine Füße kribbelten. Das verhasste Mahl schleppte sich dahin. Das indignierte Paar verzehrte seine Stachelbeertorte zu Ende und ging beleidigt seiner Wege, ohne auf den Kaffee zu warten. Jetzt konnte Willis besser sehen. Die anderen beiden lachten jetzt und unterhielten sich angeregt. In einer kurzen Stille wehten ein paar Worte von Pamela zu ihm zurück. »Es soll ein Maskenball sein, da können Sie sich ohne weiteres hineinmogeln.« Dann sprach sie wieder leiser. »Möchten Sie noch etwas braten, Sir?« Willis hätte beim besten Willen nichts mehr hinuntergebracht. So blieb er einfach sitzen und wartete, bis Breeden, mit einem Blick auf die Uhr, sich und seine Begleiterin daran zu erinnern schienen, dass Werbetexte ab und zu auch arbeiten mussten. Willis war bereit. Seine Rechnung war bezahlt. Er brauchte sich nur noch hinter der mitgebrachten Zeitung zu verstecken, bis sie an ihm vorbei waren und dann, was, ihnen nach draußen folgen? Wieder in einem Taxi hinter ihnen herfahren und sich die ganze Zeit ausmalen müssen, wie sie sich aneinander schmiegten, was sie einander sagten, welche Verabredungen sie trafen, was für neue Teufeleien noch immer auf Pamela warteten, nachdem Victor Dean aus dem Weg war, und was er als nächstes tun wollte oder konnte, damit sie in dieser Welt sicher leben durfte? Die Entscheidung blieb ihm erspart. Als die beiden an ihm vorbeigingen, reckte Breeden plötzlich den Kopf über die Mittagsausgabe des Evening Banner und meinte gut gelaunt, »Hallo, Willis! Hat's Ihnen geschmeckt? Ausgezeichneter Hammelrücken, nicht? Aber Sie hätten die Erbsen probieren sollen. Kann ich sie mit zurücknehmen in die Tretmühle? Danke, nein!« krollte Willis. Dann ging ihm auf, dass er mit einem Ja, bitte wenigstens ein heißes Täter-Tät im Taxi hätte verhindern können, aber im selben Taxi mit Pamela Dean und Breeden fahren, das brachte er nicht fertig. »Miss Dean muss uns leider verlassen,« fuhr Breeden fort, »Sie könnten ruhig mitkommen, um mich zu trösten und mir die Hand zu halten.« Pamela war schon halb aus dem Speisesaal. Willis hätte nicht sagen können, ob sie wusste, mit wem ihr Begleiter sich unterhielt und ihm mit Bedacht aus dem Weg gegangen war, oder ob sie annahm, Breeden spreche, mit einem ihr unbekannten Freund. Ganz plötzlich entschloss er sich. »Nun ja,« sagte er, »es ist schon etwas spät geworden. Wenn Sie ein Taxi nehmen wollen, können wir es uns ja teilen.« »So war es auch gedacht,« sagte Breeden. Willis stand auf und zusammen folgten sie Pamela. »Ich nehme an, Sie kennen unseren Mr. Willis?« »Oh ja.« Pamela setzte ein dünnes, frostiges Lächeln auf. »Victor und er waren früher einmal gute Freunde.« Die Tür. Die Treppe. Der Ausgang. Endlich waren sie draußen. »Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank für die Einladung, Mr. Breeden. Und Sie vergessen es nicht?« »Ganz bestimmt nicht. Das sehe mir gar nicht ähnlich. Guten Tag, Mr. Willis. Guten Tag.« Fort war sie, hurtig ausschreitend in ihren kleinen, hochhackigen Schuhen. Die brausende Strand verschluckte sie. Ein Taxi hielt neben ihnen. Breeden nannte die Adresse und ließ Willis zuerst einsteigen. »Nettes Ding, Deans Schwester«, bemerkte er gut gelaunt. »Hören Sie mal, Breeden. Ich weiß ja nicht, worauf Sie es abgesehen haben, aber nehmen Sie sich in Acht. Ich habe es Dean gesagt und ich sage es jetzt Ihnen. Wenn Sie Miss Dean in Ihre schmutzigen Geschichten hineinziehen, was für schmutzige Geschichten? Sie wissen genau, was ich meine. Vielleicht. Und was dann? Bekomme ich das Genick gebrochen wie Victor Dean?« Breeden drehte sich bei diesen Worten um und sah Willis hart in die Augen. »Sie bekommen«, Willis besann sich, »tut nichts zur Sache. sagte er finster. Aber Sie kriegen, was Ihnen zukommt. Dafür werde ich sorgen.« »Ich bezweifle nicht, dass Sie sehr gründlich dafür sorgen werden,« antwortete Breeden. »Aber würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu sagen, was Sie überhaupt damit zu schaffen haben? Soweit ich sehe, scheint Miss Dean von Ihrem Schutz nicht allzu sehr erbaut zu sein.« Willis wurde dunkelrot. »Es geht mich natürlich nichts an«, fuhr Breeden in leichtem Plauderton fort, während das Taxi ungeduldig in einer Verkehrsstockung an der U-Bahn-Station Holborn tuckerte, aber auf der anderen Seite scheint es Sie doch auch wieder nichts anzugehen, oder? »Es geht mich etwas an«, versetzte Willis, »es geht jeden anständigen Menschen etwas an. Ich habe gehört, wie Miss Dean sich mit Ihnen verabredet hat«, fuhr er wütend fort. »Was für ein Detektiv Sie wären«, sagte Breeden bewundernd, »aber Sie sollten, wenn Sie jemanden beschatten, wirklich darauf achten, dass er nicht gegenüber einem Spiegel oder irgendeiner spiegelnden Fläche sitzt. Vor dem Tisch, an dem wir saßen, hing ein Bild, in dem sich der halbe Raum spiegelte. Eine Grundregel, mein lieber Watson, aber mit ein bisschen Übung werden Sie es sicher besser machen. Naja, jedenfalls ist an dieser Verabredung gar nichts Geheimnisvolles. Wir gehen am Freitag zu einem Maskenball. Ich treffe Miss Dean um 20 Uhr im Ballston zum Essen und von dort gehen wir hin. Vielleicht hätten Sie Lust, uns zu begleiten. Der Polizist ließ den Arm sinken und das Taxi schoss vorwärts in die Southampton Row. Sehen Sie sich lieber vor, knurrte Willis. Ich könnte Sie beim Wort nehmen. Ich persönlich wäre entzückt, erwiderte Breeden, und ob Sie Miss Dean in eine peinliche Situation bringen oder nicht, wenn Sie sich uns anschließen, müssen Sie selbst entscheiden. So, und hier sind wir nun wieder zu Hause. Wir werden unsere allerliebste kleine Neckerei einstellen und uns wieder mit Sopo und Pompagna und Peabodies Hochland Porridge befassen müssen. Eine vergnügliche Beschäftigung, wenn auch ein wenig ereignisarm. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Wir dürfen Kampf, Mord und plötzlichen Tod nicht öfter als einmal wöchentlich erwarten. Wo waren Sie übrigens als Victor Dean die Treppe Breeden musterte ihn noch einmal aufmerksam. Auf der Toilette? Sie interessieren mich immer mehr. Um die Teezeit war die Atmosphäre in der Textabteilung schon viel weniger gespannt. Die Herren Brotherhood waren da gewesen und wieder gegangen und hatten nichts gesehen, was ihr Anstandsgefühl verletzt hätte. Mr. Jollop, durch den Lunch besänftigt, hatte mit nahezu leichtsinniger Bereitwidigkeit drei große Plakatentwürfe genehmigt. Er saß zur Zeit bei Mr. Pim und war drauf und ran, den Etat für die Herbstkampagne zu erhöhen. Der vielgeplagte Mr. Armstrong, seiner Pflicht entbunden, sich Mr. Jollops annehmen zu müssen, hatte sich zu seinem Zahnarzt begeben. Als Mr. Tallboy zu Miss Rossiter kam, um von ihr eine Briefmarke für seine Privatkorrespondenz zu kaufen, verkündete er voll Freude, dass der Nutrax Zweispalter in die Druckerei gegangen sei. Ist das diese Kribbel-Krabbel-Anzeige? fragte Mr. Engelby. Das wundert mich aber. Da hatte ich bestimmt mit Schwierigkeiten gerechnet. Die gab's auch, glaube ich, sagte Tallboy. Ob das nicht zu kindlich sei und ob die Leute es auch verstehen würden oder ob es nicht so aussehe, als ob wir Aber irgendwer hat Armstrong sie durchgebracht. Kann ich diesen Brief in ihren Ausgangskorb legen, Miss Rossiter? Selbst verfreilich, antwortete die Dame mit gütigem Humor und nahm den Brief auf dem dagereichten Korb entgegen. Alle Liebesbriefe werden von uns mit Vorzug behandelt und sofort auf dem schnellsten und kürzesten Weg dem Empfänger zugestellt. Lassen Sie mal sehen, sagte Garrett. Wetten, Tallboy, alter Schwere Nöter. Werden Sie wohl still halten? Na, sagen Sie uns, an wen er ist, Miss Rossiter. Kay Smith Esquire, sagte Miss Rossiter. Sie haben die Wette verloren. Betrug, aber das ist sowieso alles nur Tarnung. Ich habe Tallboy im Verdacht, dass er sich irgendwo einen Harem hält. Diesen gut aussehenden Männern mit den blauen Augen kann man nicht trauen. und ihm einen spielerischen Schlag in die Magengrube versetzte, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben eine solche Bande von Naseweisen gesehen, wie hier in eurer Abteilung. Nichts ist euch heilig, nicht einmal die Geschäftskorrespondenz eines Kollegen. Wie sollte Werbeleuten etwas heilig sein? fragte Ingleby, indem er sich vier Stück Zucker angelte. Wir verbringen unsere Tage damit, wildfremden Menschen die intimsten Fragen zu stellen. Soll dabei unser Feingefühl vielleicht nicht abstumpfen? Mutter, ist dein Kind auch wirklich schon sauber? Haben sie ein Völlegefühl nach dem Essen? Sind sie mit ihrem Abfluss zufrieden? Sind sie sicher, dass ihr Paulettenpapier keimfrei ist? Ihre intimsten Freunde würden sie das nicht fragen. Haare an den verkehrten Stellen? Lassen sie sich gern auf die Finger gucken? Haben sie sich hier gefragt, was sie gegen Körpergeruch tun können? Wenn ihnen etwas zustoßen sollte, sind ihre Lieben gesichert? Warum so viel Zeit in der Küche vertun? Sie halten diesen Teppich für sauber, aber ist er es? Machen Schuppen sie zum Märtyrer? Also wirklich, manchmal frage ich mich, warum die leitgeprüfte Öffentlichkeit sich nicht einmal erhebt und uns totschlägt? Leute glauben, Anzeigen schrieben sich von allein. Wenn ich einem erzähle, dass ich in der Werbebranche arbeite, fragt er mich unweigerlich, ob ich Plakate male. An die Texte denkt keiner. Sie denken, die schreibt der Hersteller selbst, sagte Ingleby. Dabei sollten sie mal sehen, was die uns manchmal liefern, wenn sie sich selbst als Werbetexter versuchen. Das sollten sie wirklich, Ingleby grinste. Dabei fällt mir was ein. Erinnert ihr euch an diese dämlichen Dinger, die sie neulich bei Darlings herausgebracht haben? Diese Luftkissen für Reisende mit einer Puppe darauf, die ein Besetzt Schild in den Händen hält? Wozu denn das? fragte Breeden. Ach Gott, gedacht war das so, dass man das Kissen im Eisenbahnabteil auf einen Platz legt und die Puppe jedem sagt, dass der Platz besetzt Sie wissen ja, wie die Leute sind. Sie lieben das Überflüssige. Naja, jedenfalls haben Sie Darlings, meine ich, auf eigene Faust eine Anzeige dafür fabriziert und waren furchtbar stolz darauf. Wir sollten die Annonce für sie platzieren, bis Armstrong so unverschämt lachte, dass sie ganz rote Köpfe kriegten. Was war denn los damit? Ein Bild von einem hübschen jungen Mädchen, das sich bückt, um so ein Kissen auf einen Eckplatz im Abteil zu legen. Text dazu Hände weg von meiner Sitzfläche. Toll, sagte Breeden. Der neue Texter war an diesem Tag erstaunlich fleißig. Er saß noch immer in seinem Zimmer und schwitzte über Sandfekt. Wo Schmutz ist, da lauert Gefahr. Skandal im WC, Meuchelmörder im Spülbecken, Tödlicher als Kanonenkugeln Keime, als Mrs. Crump mit ihrer weiblichen Armee anrückte, um einen Angriff auf des Tages angesammelten Schmutz zu führen, bewaffnet, man mag es kaum sagen, nicht mit Sandfekt, sondern mit gewöhnlicher Schmierseife und Wasser. Kommen Sie nur, treten Sie ein, rief Mr. Breeden Lloyd selig, als die gute Dame ehrerbittig in der Tür stehen blieb. Kommen Sie und fegen Sie mich mitsamt meiner Arbeit und dem übrigen Unrat hinaus. Aber nicht doch, Sir, sagte Mrs. Crump, ich brauche Sie wirklich nicht bei der Arbeit zu stören. Ich bin ja schon fertig, wirklich, sagte Mr. Breeden. Ich nehme an, hier gibt's am Tag so einiges für Sie wegzuschaffen, was? Oh ja, Sir, Sie machen sich ja gar keine Vorstellung davon. Papier, also Papier muss ja wirklich billig sein, wenn man sieht, was davon verschwendet wird. Sackweise, sag ich Ihnen, sackweise geht das hier jeden Abend raus. Sicher, es kommt dann wieder in die Papiermühle, aber es muss trotzdem eine schöne Stange Geld kosten. Und die Schachteln und Kartons und dies und das, Sie würden manchmal staunen, was wir hier so alles finden. Manchmal habe ich den Eindruck, die Herrschaften bringen ihre ganzen Abfälle von zu Hause mit, um sie hier wegzuwerfen. Das würde mich nicht wundern. Und meist liegt das Zeug einfach auf dem Boden, erwärmte Mrs. Crump sich immer mehr für das Thema. Kaum einmal in die Papierkörbe und dabei sind die weiß Gott groß genug. Das muss Ihnen eine Menge Arbeit machen. Ach Gott, Sir, dabei denken wir uns schon nichts mehr. Wir fegen einfach alles zusammen und schicken die Säcke mit dem Fahrstuhl runter. Nur manchmal, da müssen wir doch lachen, was wir so alles finden. Ich sehe mir das Zeug ja meist kurz an, damit nicht aus Fußboden gefunden. Er ist aber auch wirklich unordentlich. Und es ist noch gar nicht so lange her. Es war genau an dem Tag, an dem der arme Mr. Dean so traurig verunglückt ist. Da lag auf dem Korridor so etwas wie ein geschnitzter Stein herum. Sah aus wie irgendein Glücksbringer oder ein Amulett. Das muss aber dem armen Mr. Dean aus der Tasche gefallen sein, glaube ich, denn Mrs. Doodle sagte, sie hat es mal in seinem Zimmer gesehen. Darum habe ich es hierher gebracht, Sir, und da in die kleine Schachtel gelegt. War es das hier? Breeden fasste in seine Westentasche und holte den Skarabeos aus Onyx hervor, den er Miss Dean unerklärlicher Weise zurückzugeben vergessen hatte. Das war es, Sir. Sieht das Ding nicht komisch aus? Als wenn es ein Käfer oder sowas sein sollte, lag in einer dunklen Ecke unter der Eisentreppe und ich habe zuerst gedacht, es ist nur so ein Kieselstein wie dieser andere. Welcher andere? Nun ja, für ein paar Tage früher hatte ich an genau derselben Stelle einen runden Kieselstein gefunden. Ich habe mir damals noch gesagt, Nanu, wie kommt denn der hierher her? Das ist aber komisch, aber der muss aus Mr. Atkins Zimmer gewesen sein, denn Mr. Atkins hatte dieses Jahr schon früh seinen Urlaub genommen und war ins Meer gefahren, weil er doch krank gewesen war und Sie wissen ja, wie die Leute sich an der See immer die Taschen vollstopfen mit Muscheln und Kieselsteinen und so. Breeden fischte wieder in seiner Westentasche. War es so einer? Er ähnlicher war das, Haben Sie den auch auf dem Korridor gefunden, Sir, wenn ich fragen darf? Nein, auf dem Dach. Aha, sagte Mrs. Crump, dann sind das also die Jungen, die da oben Unsinn treiben. Wenn Ihr Aufseher sie auch nur einen Moment aus den Augen lässt, weiß man nie, was sie treiben. Die machen da oben ihre Gymnastik, nicht? Feine Sache. Stehlt die Muskeln und sorgt für eine stramme Figur. Wann machen Sie das? In der Mittagspause? Oh nein, Sir, Mr. Pim würde nie zulassen, dass Sie nach dem Essen da herumrennen. Er sagt, das ruiniert ihre Mägen und Sie kriegen Bauchschmerzen davon. Mr. Pim nimmt das sehr genau. Regelmäßig um halb neun müssen Sie da sein, in Unterhemd und Hose. 20 Minuten haben sie und dann umziehen zum Dienst. Nach dem Essen sitzen sie in ihrem Aufenthaltsraum und lesen was oder spielen irgendwas Ruhiges. Aber in ihrem Zimmer müssen sie bleiben, Sir. Mr. Pim lässt nicht zu, dass in der Mittagspause einer in den Büros herumläuft, Sir. Natürlich bis auf den einen, der mit dem Desinfektionsmittel rumgeht, Sir. Ah ja, natürlich. Sei sicher mit Sunfact. Richtig, Sir, nur, dass sie hier Jice flüssig nehmen. Aha, sagte Mr. Breden, von neuem erstaunt über die merkwürdige Unlust von Werbefirmen, die Artikel auch zu benutzen, von deren Lob sie leben. Tja, Mrs. Crump, ich glaube, man ist hier sehr um unser Wohlergehen besorgt, was? Oh ja, Sir, Mr. Pim ist sehr auf unsere Gesundheit bedacht. Und so ein freundlicher Mensch ist er, Sir. Nächste Woche, Sir, da haben wir unten in der Kantine ein Teekränzchen für die Putzfrauen mit Eierlaufen und anderen Spielen, wo wir die Kinder mitbringen können. Die kleinen Mädchen von meiner Tochter freuen sich immer schon darauf, Sir. Das glaube ich gern, sagte Mr. Breden, und sie würden sich gewiss auch über ein paar neue Haarschleifen oder dergleichen freuen? Das ist sehr lieb von Ihnen, Sir, sagte Mrs. Crump hoch erfreut. Nicht der Rede wert. Ein paar Münzen klimperten. Na, dann will ich mich mal trollen und sie an die Arbeit lassen. Ein richtig netter Herr, fand Mrs. Crump und überhaupt nicht eingebildet. Es kam genau so, wie Mr. Willis erwartet hatte. Er hatte seine Opfer vom Bollaston aus verfolgt und diesmal war er ganz sicher, dass man ihn nicht entdeckt hatte. Sein Kostüm, er ging als Geheimbündler mit schwarzem Kittel und schwarzer Kapuze mit Augenschlitzen, war leicht über seinen Alltagsanzug zu ziehen. In einen alten Regenmantel gehüllt hatte er am Covent Garden hinter einem bequemerweise dort stehenden Lieferwagen Wache gehalten, bis Breeden und Pamela Dean das Restaurant verließen. Sein Taxi hatte er um die Ecke warten lassen. Seine Aufgabe wurde ihm dadurch erleichtert, dass die beiden anderen diesmal nicht mit einem Taxi fuhren, sondern in einer riesengroßen Limousine, die Breeden selbst steuerte. Der Verkehrsansturm der Theaterbesucher war längst vorbei, als die Jagd begann, so dass er es nicht nötig hatte, der Limousine verdächtig nah auf den Fersen zu bleiben. Die Fahrt ging in westlicher Richtung, durch Richmond und immer weiter nach Westen, bis sie vor einem großen, freistehenden Haus am Flussufer endete. Auf dem letzten Abschnitt der Fahrt hatten sie Gesellschaft von anderen Autos und Taxis bekommen, die in dieselbe Richtung fuhren und bei der Ankunft fanden sie die Zufahrt von unzähligen parkenden Autos zugestellt. Breeden und Miss Dean gingen geradewegs ins Haus, ohne einen Blick hinter sich zu tun. Willis, der sich im Taxi sein Kostüm angezogen hatte, rechnete mit Schwierigkeiten beim Eintritt, aber es gab keine. In der Halle trat nur ein Diener auf ihn zu und fragte ihn, ob er Mitglied sei. Willis bejahte das Kühn und gab seinen Namen als William Brown an, was ihm eine ebenso geniale wie plausible Erfindung zu sein schien. Offenbar wimmelte es in diesem Club von William Browns, denn der Diener machte keine Umstände und Willis wurde geradewegs in einen schön möblierten Raum geleitet. Unmittelbar vor ihm, am äußeren Rand einer cocktailtrinkenden Menschenansammlung stand Breeden in dem schwarz-weißen Harlekin-Kostüm, mit dem er schon aufgefallen war, als er nach dem Essen in seinen Wagen stieg. Neben ihm stand Pamela Dean in einem Federkostüm, das eine Puderquaste darstellte. Aus dem Raum dahinter drangen vereinzelte Töne eines Saxophons. Dieses Haus, sagte Mr. Willis bei sich, ist eine Höhle des Lasters. Und diesmal hatte Mr. Willis nicht ganz Unrecht. Was ihn hier nur erstaunte, war die Laschheit der Organisation. Ohne Fragen oder Zögern wurde ihm jede Tür geöffnet. Es wurde gespielt, der Alkohol floss in Strömen, man tanzte, auch was Mr. Willis unter der Bezeichnung Orgien geschildert bekommen hatte, fehlte nicht. Und hinter allem spürte er noch etwas, was er aber nicht ganz verstand. Er wurde nicht direkt davon ausgeschlossen, aber irgendwie hatte er einfach nicht den Schlüssel dazu. Natürlich war er ohne Partnerin, aber schon bald fand er sich von einer Gruppe übertrieben ausgelassener junger Menschen aufgesogen und durfte den Verrenkungen einer Tänzerin zusehen, deren Splitter Nacktheit durch den Zylinder, das Monokel und die Lacklederstiefel, die sie trug, noch betont und gesteigert wurde. Er bekam zu trinken, manchmal bezahlte er dafür, aber das meiste bekam er einfach in die Hand gedrückt. Und plötzlich wurde er sich bewusst, dass er sicher einen besseren Detektiv abgegeben hätte, wenn er das Durcheinandertrinken mehr gewöhnt gewesen wäre. In seinem Kopf begann es zu hämmern, und er hatte Breeden und Pamela aus den Augen verloren. Er wurde geradezu besessen von der Idee, dass sie sich in eine dieser dunklen kleinen Nischen zurückgezogen hatten, die er gesehen hatte, verhängt mit schweren Vorhängen und mit je einer Couch und einem Spiegel bestückt. Er riss sich von der ihn umgebenden Gruppe los und hastete suchend durchs Haus. Sein Kostüm war heiß und schwer und unter den erstickenden schwarzen Falten seiner Kapuze lief ihm der Schweiß in Strömen übers Gesicht. Er kam in einen Wintergarten voll liebestoller betrunkener Pärchen, aber das Paar, das er suchte, war nicht dabei. Er stieß eine Tür auf und fand sich im Garten wieder. Ein Kreischen und Plätschern lockte ihn an. Er stürzte einen nach Rosenduftenden Laubengang entlang und kam auf einen freien Platz mit einem runden Bassin in der Mitte. Ein Mann mit einem Mädchen in den Armen torkelte an ihm vorbei, erhitzt und glucksend vor Lachen, seinen Leopardenfell umhang halb von der Schulter gerissen, mit Weinlaub im Haar, das beim Laufen hinter ihm her wehrte. Das Mädchen kreischte wie eine Dampfmaschine. Der Mann war breitschultrig und seine Rückenmuskeln glänzten im Mondlicht, als er seine zappelnde Bürde einmal um sich schwenkte und mit Kostüm und allem ins Wasser schleuderte. Gellendes Gelächter belohnte sein Tun und hob von Neuem an, als das Mädchen zerzaust und torpfnaß über dem Rand des Wasserbeckens auftauchte und eine Schimpfkanonade losließ. Dann sah Willis den schwarz-weißen Harlekin. Der einem kunstvollen Gebilde aus ineinander verschlungenen Meerjungfern und Delfinen, die ein weiteres Bassin trugen, in dem eine Amorette kauerte und aus einer Muschel eine tanzende Fontäne hoch in die Luft spritzte. Immer höher hinauf stieg die schlanke, schwarz-weiß gewürfelte Gestalt, tropfend und glitzernd wie ein dem Meer entstiegenes Fabelwesen. Er fasste mit den Händen über den Rand des oberen Beckens ließ sich ein paar Mal hin und her schwingen und zog sich hinauf. Selbst in diesem Augenblick fühlte Willis einen Stich widerstrebender Bewunderung. Es waren die leichten schnörkellosen Bewegungen eines Turners, ein Schauspiel von Muskelkraft, gleitend und mühelos. Dann hatte er sein Knie auf dem Beckenrand. Ein letzter Schwung und oben war er und kletterte weiter an der bronzenen Amorette hinauf. Augenblicke später kniete er auf den gebeugten Schultern der Figur, richtete sich auf und stand kerzengerade inmitten der glitzernden Gisch der Fontäne. Mein Gott, dachte Willis, der Mann ist ein Seiltänzer oder zu betrunken, um zu fallen. Bravo-Rufe ertönten und ein Mädchen begann hysterisch zu schreien. Dann drängte sich eine sehr hochgewachsene Frau in einem Traum aus austernfarbenem Atlas, die stets in der ausgelassensten Gruppe auf dem Fest der Mittelpunkt gewesen war, an Willis vorbei und stellte sich auf den Beckenrand. Die blonden Haare umgaben ihr lebhaftes Gesicht wie ein matter Heiligenschein. »Spring!« rief sie. »Mach einen Kopfsprung! Ich verlange es! Spring!« »Sei still, Diane!« Einer von den nüchternen Männern fasste sie um die Schultern und hielt er den Mund zu. »Das Becken ist zu flach, erbricht sich das Genick!« Sie stieß den Mann fort. »Sei du still! Er soll springen! Ich will es! Geh zum Teufel, Dickie! Du würdest dich nicht trauen, aber er wird! Das würde ich bestimmt nicht, hör auf damit! Los, Harlekin! Spring!« Die schwarz-weiße Gestalt hob die Arme über den maskierten Kopf und stand reglos und ihr kreischen erstickte seinen Ruf. »Spring, Harlekin! Spring!« Die schlanke Gestalt schoss durch die Gischt, tauchte fast ohne einen Spritzer ins Wasser und glitt durchs Becken wie ein Fisch. Willis hielt den Atem an. Das war ein Meisterstück, das war vollkommen. Er vergaß seinen wütenden Hass auf den Mann und klatschte mit den übrigen Beifall. Das Mädchen Diane eilte hin und packte den Schwimmer, als er auftauchte. »Oh, du bist großartig, du bist großartig!« Sie klammerte sich an ihn und störte sich nicht daran, dass ihr Kleid dabei nass wurde. »Bring mich nach Hause, Harlekin, ich bewundere dich!« Der Harlekin beugte sein maskiertes Gesicht zu ihr hinunter und küsste sie. Der Mann namens Dickie versuchte ihn wegzuziehen, bekam aber flink ein Bein gestellt und flog unter grölendem Gelächter in das Bassin. Der Harlekin warf sich die hochgewachsene Frau über die Schulter. »Der Siegerpreis!« verkündete er stolz, »der Siegerpreis!« Dann stellte er sie mit einer Leichtigkeit wieder auf die Füße, als wäre es gar nichts, und ergriff ihre Hand. »Lauf!« rief er. »Los! Wir laufen weg, und die sollen uns kriegen, wenn sie können!« Wie auf Kommando stampfte alles los. Willis sah Dickies wütendes Gesicht, wie er an ihm vorbeitaumelte und hörte ihn fluchen. Jemand fasste seine Hand. Keuchend rannte er durch den Laubengang. Sein Fuß blieb irgendwo hängen, sodass er stolperte und hinfiel. Seine Begleiterin ließ ihn im Stich und lief johlend weiter. Er setzte sich auf und versuchte seinen Kopf aus der Kapuze zu befreien. Eine Hand berührte seine Schulter. »Kommen Sie, Mr. Willis«, sagte eine spöttische Stimme ihm ins Ohr. »Mr. Breeden hat gesagt, ich soll Sie nach Hause begleiten. Endlich bekam er die schwarze Kapuze vom Kopf und erhob sich schwerfällig. Neben ihm stand Pamela Dean. Sie hatte ihre Maske vom Gesicht genommen und in ihren Augen blitzte der Schalk. Überraschende Metamorphose des Mr. Breeden Lord Peter Wimsey war zu Besuch bei Chefinspektor Charles Parker von Scotland Yard, seinem Schwager. Er saß in einem großen bequemen Sessel in der Wohnung des Chefinspektors in Bloomsbury. Ihm gegenüber auf dem weichen Sofa saß seine Schwester Lady Mary Parker und strickte fleißig an einem Kinderjäckchen und am Fenster die Hände um die Knie geschlungen und eine Pfeife im Mund saß Mr. Parker selbst. Auf einem Tischchen in bequemer Reichweite standen ein paar Karaffen und ein Soda Siphon. Vor dem Kamin lag eine große Tiger Katze. Es war eine fast übertrieben friedvolle und häusliche Szene. Du bist also unter die werktätigen Menschen gegangen Peter sagte Lady Mary Ja ich beziehe solide vier Pfund die Woche ein umwerfendes Gefühl das erste Mal in meinem Leben dass ich je einen Penny verdient habe jedes Mal wenn ich am Wochenende meine Lohntüte bekomme strahle ich vor ehrlichem Stolz Lady Mary lächelte und warf einen Blick zu ihrem Mann der Vergnüg zurück grinste die Schwierigkeiten die es im Allgemeinen gibt wenn ein armer Mann eine reiche Frau heiratet waren in ihrem Falle durch ein kluges Arrangement gütlich vermieden worden danach wurde Lady Marys ganzes Vermögen von ihren Brüdern treuhänderisch für künftige kleine Parkers verwaltet darüber hinaus mussten die Treuhänder ihr vierteljährlich eine Summe auszahlen die genau dem Einkommen ihres Mannes im selben Zeitraum entsprach so wurde zwischen den beiden Parteien ein angemessenes Gleichgewicht gewahrt und die kleine Kuriosität am Rande das Chefinspektor Parker verglichen mit dem kleinen Charles Peter und der noch kleineren Mary Lacusta die beide jetzt friedlich oben in ihren Bettchen lagen und schliefen ein Bettler war störte niemanden im geringsten Mary genügte es nicht nur dass sie ihr gemeinsames bescheidenes Einkommen verwalten durfte es tat ihr darüber hinaus sogar sehr gut ihren reichen Bruder behandelte sie zur Zeit mit der Herablassung und Überlegenheit die ein Arbeiter gegenüber dem empfindet der nur Geld hat aber worum geht's denn in diesem Fall überhaupt wollte Parker wissen keine Ahnung gab Whimsey ehrlich zu ich bin da durch Freddy Arberthnotts Frau hineingeraten Rachel Levy du weißt ja sie kennt den alten Pimm und einmal hat sie ihn irgendwo beim Abendessen getroffen und er hat ihr von diesem Brief erzählt der ihm Sorgen mache worauf sie gemeint hat er solle doch mal jemanden darauf ansetzen und als er fragte wen denn hat sie gesagt sie kenne da jemanden meinen Namen hat sie dabei aber nicht erwähnt und er hat gemeint ob ich nicht mal kurz hinflitzen könnte also bin ich hingeflitzt und nun bin ich da dein erzählstil sagte parker ist bei aller rasanz doch ein wenig weitschweifig könntest du nicht einfach am anfang anfangen und bis zum ende weiter erzählen und dann wenn es geht aufhören ich will es versuchen sagte seine lordschaft aber den teil mit dem aufhören finde ich immer am schwierigsten also pass auf an einem montagnach nachmittag es war der 25 mai um es genau zu sagen stürzte ein junger mann namens victor dean seines zeichens werbetexter im dienste der agentur pym limited von einer eisernen wendeltreppe innerhalb der räumlichkeiten besagter agentur die ihr domizil im oberen teil der southampton row hat und starb auf der stelle an den folgen der dabei erlittenen verletzungen welche waren je ein genickbruch ein schädelbruch ein beinbruch sowie mehrere unbedeutendere platz- und quetschwunden zeitpunkt des unglücks soweit feststellbar halb vier uhr nachmittags hm machte parker ziemlich viele und schwere verletzungen für so einen sturz das habe ich auch gedacht bis ich die treppe sah weiter einen tag nach diesem ereignis schickt die schwester des verstorbenen an mr pym das fragment eines angefangenen briefs den sie auf dem schreibtisch ihres bruders gefunden hat darin wird mr pym vor irgendwelchen anrückigen vorgängen in seinem betrieb gewarnt der brief ist rund zehn tage vor seinem tod datiert als ob der schreiber ihn erst mal wieder beiseite gelegt hätte um die formulierungen noch etwas sorgfältiger zu überdenken sehr schön nun ist mr pym ein mann von starrer moral abgesehen natürlich von seinem beruf wahrheit in der werbung natürlich steckt in der werbung auch ein bisschen wahrheit im brot ist hefe aber aus hefe allein kann man kein brot backen die wahrheit in der werbung fuhr whimsy in belehrendem ton fort ist dem sauerteige gleich welchen ein weib nahm und verbarg ihn unter drei scheffel mehls er erzeugt eine entsprechende menge gas um eine unansehnliche rohmasse in eine form zu blähen die der öffentlichkeit mundet das bringt mich nebenbei auf den feinen aber bedeutsamen unterschied zwischen den wörtern mit und aus wenn du zum beispiel für limonade wirbst oder sagen wir um nicht allzu gehässig zu werden für birnenmost und du schreibst unser birnenmost ist nur aus frisch gepflückten birnen gemacht dann muss er auch nur aus birnen gemacht sein sonst kann die behauptung strafrechtliche nur kannst du davon ausgehen dass er vorwiegend aus birnen gemacht ist wenn du aber sagst mit birnen dann heißt das im allgemeinen dass auf eine birne eine tonne rüben kommt aber das Gesetz kann dir nichts anhaben und dies sind die feinheiten unserer sprache merkt dir mary dass du beim nächsten einkauf nichts nimmst wo nicht nur aus drauf steht erzähl weiter peter aber weniger von den feinheiten unserer sprache bitte sehr also da ist ein junger mann der einen warnbrief anfängt bevor er ihn fertig schreiben kann fällt er eine treppe hinunter und ist tot ist das nun ein höchst verdächtiger umstand oder nicht so verdächtig dass es wahrscheinlich reiner zufall ist aber da du nun einmal gern dramatisierst wollen wir den umstand verdächtig nennen wer hat das wie es geschah ich meine ein mr atkins und eine mrs crump haben den sturz von unten beobachtet und ein mr proud von oben ihre aussagen sind alle recht interessant mr proud sagt die treppe sei gut beleuchtet gewesen und der verunglückte sei nicht besonders schnell hinunter gegangen während die anderen sagen er sei plötzlich umgefallen wie ein sack vornüber und den times atlas habe er dabei so festgehalten dass sie ihn nachher nur mit schwierigkeiten aus seinen fingern hätten ziehen können was würdest du daraus schließen nur dass der tot auf der stelle eingetreten ist was bei einem genick bruch meist der fall ist ich weiß aber nun sieh doch mal du gehst eine treppe hinunter und rutschst plötzlich aus was passiert kippst du um wie ein sack und fällst kopf über die treppe hinunter oder sitzt du plötzlich auf dem allerwertesten und legst die restlichen stufen auf diesem körperteil zurück kommt darauf an wenn ich wirklich ausrutsche lande ich wahrscheinlich auf den vier buchstaben wenn ich stolpere stürze ich mit sicherheit vorn über kann es nicht sagen ohne genau zu wissen wie es passiert ist na schön du weißt ja immer eine antwort aber jetzt hältst du das und versuchst dich abzufangen indem du nach dem geländer greifst mr parker überlegte wahrscheinlich letzteres sagte er langsam es sei denn ich hätte ein tablett mit geschirr oder dergleichen in der hand aber selbst dann ich weiß nicht vielleicht hält man instinktiv fest was man hat aber es dürfte ebenso ein instinkt sein sich irgendwo festzuhalten ich weiß es nicht ist das ganze überlegen was du oder weiter um sie stöhnte sagen wir es einmal so herum du ungläubiger thomas wenn das krampfhafte festhalten eine folge der sofortigen todesstarre war muss er so schnell tot gewesen sein dass er gar nicht mehr daran denken konnte sich festzuhalten nun haben wir zwei mögliche todesursachen das gebrochene genick das er sich zugezogen haben muss als er mit dem kopf auf dem Boden aufschlug und die schlagwunde an der schläfe die man darauf zurück führt dass er im fallen mit dem kopf gegen einen der knöpfe am geländer geschlagen sei aber ein sturz von einer treppe ist nicht dasselbe wie ein sturz von einem dach man fällt in raten und hat Zeit zum nachdenken wenn er sich am geländer erschlagen hat muss er zuerst gefallen und dann mit dem Kopf ans geländer gestoßen sein das gleiche gilt erst recht für den genick bruch warum hat er als er merkte dass er fiel nicht alles losgelassen und versucht sich irgendwo festzuhalten ich weiß was du hören möchtest sagte Parker dass er zuerst eins auf den schädel bekommen hat und schon tot war als er fiel aber ich sehe es nicht so ich sage dass er mit dem fuß irgendwo hängen geblieben und von über gefallen sein kann und dabei sofort mit dem kopf angeschlagen ist und dabei gestorben ist daran ist nichts unmöglich dann versuche ich's noch mal wie ist denn das am selben abend fand mrs crump die ober aufwärterin auf dem korridor diesen scarabeus aus unnüx direkt unter der eisentreppe er ist wie du sehen kannst rund und glatt und am treppengeländer außerdem ist wie du sehen kannst an einer seite eine ecke heraus geschlagen das karabeus gehörte dem toten der ihn für gewöhnlich in der westentasche bei sich trug oder bei der arbeit vor sich auf dem tisch sitzen hatte nun ich würde sagen er ist ihm beim fallen aus der tasche gefallen und die herausgeschlagene ecke wenn sie nicht schon vorher da war war sie nicht seine schwester ist da ganz sicher dann ist es beim fallen passiert glaubst du ja vermutlich solltest du das auch glauben aber weiter ein paar tage vorher hatte mrs. crump auf demselben korridor am fuß derselben eisentreppe einen glatten kiesel gefunden etwa von der gleichen größe wie das garabeus so meinte parker er erhob sich langsam von seinem fenster platz und näherte sich dem tischchen mit den karaffen was sagt sie dazu sie sagt man würde kaum glauben was für komische sachen sie dauernd findet wenn sie die büros reinigt der stein stammt ihrer ansicht nach von mr atkins der wegen krankheit seinen urlaub an der see etwas früher genommen hat nun sagte parker indem er den hebel des soda siphons losließ und warum nicht eben warum nicht dieser kiesel den ich dir hier zeige wurde von mir auf dem dach über dem waschraum gefunden ich musste an einem regenrohr hinunter klettern um ihn mir zu besorgen und habe mir dabei eine flanellhose ruiniert so so schon gut captain jedenfalls habe ich ihn da gefunden und außerdem habe ich am oberlicht eine stelle gefunden an der die farbe abgesprungen war an was für einem oberlicht es ist das oberlicht direkt über der eisentreppe so ein spitz zulaufendes ding wie ein junges gewächshaus mit fenstern zum öffnen auf allen seiten du weißt welche art ich meine die man bei hitze offen lässt und es war heiß als der kleine den von dieser welt abschied nahm du meinst also dass jemand durch das oberlicht einen stein nach ihm geworfen hat du sagst es chef oder genauer gesagt nicht einen stein sondern den stein das heißt den scarabäus und was ist mit den anderen steinen übungsschüsse ich habe mich vergewissert dass der büro trakt während der mittagspause immer so gut wie menschen leer ist aufs dach geht kaum jemand nur die boten jungen morgens um halb neun zu ihrer gymnastik wer im gläsernen oberlicht wohnt sollte nicht mit steinen werfen willst du etwa sagen dass man einem menschen den schädel zertrümmern und das genick brechen kann indem man ihm so einen kleinen stein nachwirft natürlich nicht indem man ihn nur wirft aber wie wärs mit einer schleuder nun in diesem falle brauchst du ja nur die leute in den umstehenden bürohäusern zu fragen ob sie jemanden beobachtet haben der auf pimps dach ein bisschen david und goliath geübt hat schon hast du ihn so einfach ist es nicht das dach ist ein schönes stück höher als alle anderen dächer ringsum und hat auf allen seiten eine steinerne brüstung von knapp einem meter höhe damit das haus noch größer und erhabener aussieht nehme ich an um durch das oberlicht einen stein auf die eisentreppe zu schießen muss man sich in einer ganz bestimmten stellung zwischen diesem und dem nächsten oberlicht hinknien und ist dadurch von nirgendwo zu sehen außer es steht jemand auf der treppe und schaut zu einem hoch was offensichtlich nicht der fall war wenn man von dem armen Victor Dean absieht eine bombensichere Sache na schön dann versuche herauszubekommen ob einer von der belegschaft häufig zur mittagspause im haus geblieben ist bringt nichts die leute lassen sich zwar morgens registrieren wenn sie kommen aber mittags kümmert sich keiner darum wer wann kommt oder geht auch der mann vom empfang geht zu mittag essen und einer von den älteren laufjungen nimmt dann seinen platz ein aber nur für den fall dass irgendein Brief oder Paket ankommt und auch der ist nicht unbedingt die ganze zeit da dann hätten wir noch den jungen der durch die räume geht und ja ist flüssig versprüht aber der geht nicht bis aufs dach es gibt nichts was einen hindern könnte beispielsweise um halb eins aufs dach zu gehen dort zu bleiben bis die Arbeit getan ist und einfach über die Treppe wieder herunter zu kommen der Fahrstuhl und er kann einen unmöglich sehen außerdem kann der Fahrstuhl ja auch unten im Erdgeschoss sein der Täter braucht nur den richtigen Augenblick abzuwarten bis er hervorkommt gar nicht schwierig ebenso am Tag des Unglücks er geht zum Waschraum der neben der Treppe liegt sobald die Luft rein ist steigt er aufs Dach dort legt er sich auf die Lauer bis er sein Opfer die Eisentreppe hinunter gehen sieht worauf er nicht lange zu warten braucht denn da läuft jeder so an die 50 Mal am Tag hinunter während sich dann alles aufgeregt um die Leiche versammelt kommt unser Freund ganz unschuldig vom Waschraum her ein Kinderspiel wird es nicht auffallen wenn einer so lange nicht in seinem Zimmer wäre mein lieber Mann da kennst du Pimms Werbedienst schlecht da ist nie einer in seinem Zimmer wenn er nicht gerade in der Textabteilung einen Plausch hält oder mit den Stenotypistinnen herumalbert ist er entweder im Atelier und reklamiert ein Klischee oder in der Druckerei um sich über einen Prospekt zu beschweren oder in der Presseabteilung um sich nach irgendetwas zu erkundigen oder im Archiv um ein paar alte Belege einzusehen oder wenn er da nirgendwo ist dann eben wo anders vielleicht hat er sich zu einem heimlichen Kaffee oder zum Friseur geschlichen das Wörtchen Alibi hat in so einem Betrieb nicht die mindeste Bedeutung dann steht dir ja eine lustige Zeit bevor so weit ich sehe sagte Parker aber was für Unregelmäßigkeiten die schließlich zum Mord führen könnten denn in so einer Firma vorkommen jetzt kommen wir auf den springenden Punkt Victor Dean pflegte mit der Demomery Clique herumzuziehen Parker stieß einen Pfiff aus da hat er wohl über seine Verhältnisse gesündigt und wie aber du kennst ja Dian Demomery Spießbürger auf die schiefe Bahn zu bringen ist ihr schönster Nervenkitzel es macht ihr Spaß sie mit ihrem kleinen gewissen ringen zu sehen ein durch und durch verdorbenes gör ich muss es wissen denn ich habe sie gestern abend nach hause gebracht aber Peter sagte Lady Mary einmal abgesehen von deiner Moral die ich erschreckend finde wie bist du in diese Bande hineingekommen ich könnte mir vorstellen dass die sich eher mit Charles oder dem Polizeipräsidenten persönlich einlassen würden als mit dir ich war natürlich inkognito da es war ein Maskenball und um meine Moral brauchst du dich nicht zu sorgen die junge Dame hat sich auf dem Heimweg so sinnlos betrunken dass ich sie nur noch in ihrer niedlichen kleinen Maisonette an der Garlic Muse abzuladen und in ihrem Wohnzimmer auf die Couch zu legen brauchte wo ihr Mädchen sie am anderen Morgen gefunden und sich sehr gewundert haben Augenblick unterbrach ihn Parker war er rauschgiftsüchtig anscheinend nicht obwohl das ganz bestimmt nicht Diennes Verdienst wäre laut seiner Schwester war er dafür zu willens stark möglicherweise hat er es einmal probiert und sich danach so elend gefühlt dass es ihn nach keinem zweiten Mal gelüstete ja ich weiß was du meinst wenn er unter Drogeneinfluss gestanden hätte wäre er möglicherweise ganz von allein die Treppe hinunter gefallen aber ich glaube das bringt uns hier nicht weiter solche Dinge haben die Angewohnheit bei der Obduktion ans Tageslicht zu kommen die Frage wurde ja auch gestellt nein das war es nicht hat Diane dazu eine Meinung geäußert sie fand dass er ein Spielverderber war trotzdem scheint sie ihn von Ende November bis Ende April im Schlepptau gehabt zu haben fast ein halbes Jahr für Diane eine lange Zeit möchte wissen was sie an ihm fand wahrscheinlich hatte der grün Schnabel doch irgendetwas Anziehendes an sich sagt das seine Schwester ja aber sie sagt auch Victor habe große Ambitionen gehabt ich weiß nicht recht was sie sich darunter vorstellt sie wird doch gewusst haben dass Diane seine Geliebte war oder das muss sie wohl gewusst haben aber nach meinem Eindruck glaubte sie wohl dass er sich mit Heirats Absichten trug Parker lachte immerhin sagte Lady Mary hat er seiner Schwester offenbar nicht alles erzählt herzlich wenig könnte ich mir denken über das Gelage gestern Abend war sie ehrlich schockiert auf der Party zu der Dean sie einmal mitgenommen hat ist es wohl nicht so heiß her gegangen warum hat er sie überhaupt mitgenommen das ist die zweite Frage ihr er wolle sie diane vorstellen und höchst wahrscheinlich hat die kleine sich eingebildet ihre künftige schwägerin kennenzulernen aber Dean man sollte meinen er habe seine Schwester da heraushalten wollen er kann nicht wirklich die Absicht gehabt haben sie zu verderben wie Willis meint wer ist Willis Willis ist ein junger Mann der Schaum um den Mund bekommt wenn er Victor Deens Namen hört früher einmal Victor Deens bester Freund war in Victor Deens Schwester verliebt und auf mich sinnlos eifersüchtig ist er glaubt ich sei mit demselben Pinsel geteert wie Victor Deen und hechelt mir mit der Unfähigkeit und dem Eifer von 50 Watsons auf Schritt und Tritt nach er schreibt Anzeigentexte für Gesichtscremes und Korsagen ist der Sohn eines Textilhändlers aus der Provinz hat ein Gymnasium besucht und trägt wie ich zu meinem großen Bedauern sagen muss eine zweireiige Weste aber das ist auch schon der finsterste Zug an ihm außer dass er zugibt auf der Toilette gewesen zu sein als Victor Deen die Treppe hinunter fiel und die Toilette liegt wie gesagt gleich neben der Treppe zum Dach wer war dort sonst noch das habe ich ihn noch nicht gefragt wie könnte ich es ist furchtbar hinderlich für die Detektiv Arbeit wenn man angeblich kein Detektiv ist weil man dann nicht allzu viel fragen darf andererseits wenn derjenige der es war wüsste dass ich ein Detektiv bin könnte ich fragen so viel ich wollte und würde keine Antworten bekommen das wäre nicht so schlimm wenn ich wenigstens eine verschwommene Ahnung hätte hinter wem oder was ich her bin aber unter rund 100 Leuten nach dem Urheber eines schon richtig aber ich glaube nicht dass ich den Mörder bekommen werde solange ich nicht weiß warum der Mord begangen wurde außerdem hat Pim mich engagiert um diese Unregelmäßigkeiten in seiner Firma aufzudecken gewiss ist Mord eine Unregelmäßigkeit aber eben nicht die auf die ich angesetzt bin und der einzige bei dem ich ein Motiv für den Mord feststellen kann ist Willis aber das ist wieder nicht die kracht zwischen Willis und Dean zustande die dümmste Geschichte der Welt Willis pflegte Dean an Wochenenden zu Hause zu besuchen Dean hatte nebenbei bemerkt eine gemeinsame Wohnung mit seiner Schwester keine Eltern oder der gleichen Willis verliebt sich in die Schwester Schwester ist sich über ihn nicht ganz klar Dean nimmt Schwester mit auf eine von Dianes heißen Partys Willis kommt dahinter Willis ist ein und sagt Schwester die Meinung Schwester nennt Willis einen widerwärtigen eingebildeten dummen Spießer Willis macht Dean Vorwürfe Dean schickt Willis zum Teufel lauter Krach Schwester mischt sich ein vereinte Familie Dean sagt Willis er soll sich begraben lassen Willis sagt zu Dean wenn er Dean nicht davon ablässt seine Deans Schwester zu verderben wird er Willis ihn wie einen Hund erschießen seine eigenen Worte in Klischees zu denken natürlich darum schreibt er auch so gute Reklame für Korsagen jedenfalls so sah es aus Dean und Willis drei Monate lang mit Messern zwischen den Zähnen dann stürzte Dean die Treppe hinunter jetzt hat Willis mich aufs Korn genommen ich habe Pamela Dean gestern Abend geschickt ihn nach Hause zu bringen aber ich weiß nicht was daraus geworden ist ich habe ihr erklärt taktloser Obertrottel ist und nichts von Frauen versteht es war furchtbar komisch den guten Willis in so einer Art Ku-Klux-Clan Aufzug hinter uns dreinschleichend zu sehen unvorstellbar heimlich mit denselben Schuhen an den Füßen wie im Büro und mit einem Siegelring am kleinen Finger den man von hier bis zur London Bridge erkennen würde armer Kerl dann war es wohl nicht Willis der Freund die Treppe hinunter gestoßen hat ich glaube es nicht Polly aber man kann nie wissen er ist so ein gefühls duseliger Esel vielleicht würde er es für eine ruhmreiche Sünde halten aber ich traue ihm nicht den Grips zu so etwas bis ins einzelne zu planen und wenn er es getan hätte wäre er vermutlich geradewegs zur Polizei gegangen hätte sich laut an die zweireihe Gewäste geschlagen und verkündet ich tat es für die Sache der Reinheit aber dagegen spricht die unbestrittene Tatsache dass diens beziehungen zu dian und co im april ihren endgültigen abschluss gefunden hatten warum hätte er also bis ende mai warten sollen bevor er seinen schlag ausführte der krach mit dien war im märz vielleicht hatte ich aber auch seine schwester an der nase herum geführt peter die beziehungen waren vielleicht doch nicht zu dem zeitpunkt zu ende den sie angibt oder sie hat sie von sich aus aufrechterhalten sie könnte selbst rausch gift süchtig sein oder so etwas ähnliches das weiß man nie gewiss nicht aber meist kann man sich da seinen teil denken nein ich glaube nicht dass bei Pamela Dean etwas in dieser Art vorliegt ich könnte beschwören dass er abscheu gestern abend echt war es war auch ganz schön happig das muss ich sagen übrigens Charles woher zum teufel kriegen diese leute ihren stoff was da gestern abend unterwegs war hätte genügt um eine ganze stadt zu vergiften wenn ich das wüsste sagte Mr. Parker verdreslich würde ich einen orden bekommen ich kann dir nur sagen dass es in ganzen Schiffsladungen irgendwo herkommt und in großem Stil von irgendeinem Punkt aus verteilt wird die Frage ist wo natürlich könnten wir uns schon morgen ein halbes hundert von den kleinen Wiederverkäufern greifen aber was würde das nützen die wissen selbst nicht woher es kommt und wer es weiter gibt sie erzählen alle dieselbe Geschichte es wird ihnen auf der Straße von Männern übergeben die sie noch nie gesehen haben und auch nicht wieder erkennen würden oder es wird ihnen im Omnipus in die Tasche gesteckt es ist nicht immer so dass sie es nur nicht sagen wollen sie wissen es wirklich nicht und wenn man den Kerl erwischte der in der Hierarchie unmittelbar über ihnen steht dann wüsste der auch nichts es ist zum verzweifeln irgendwer muss daran Millionen verdienen oh ja aber zurück zu Victor Dean hier ist sechs Pfund die Woche verdient wie kann man von dreihundert Pfund im Jahr bei der the momery clique mithalten auch wenn er ein Spielverderber war und nicht alles mitgemacht hat von nichts konnte er nicht mal das wahrscheinlich hat er sich von daher aushalten lassen zu trauen wär's dieser kleinen wanze andererseits habe ich da eine Idee angenommen er glaubte wirklich eine Chance zu haben in die Aristokratie vorstellte immerhin ist Diane eine de momery auch wenn die Familie ihr die Tür gewiesen hat was man ihr nicht verdenken kann nehmen wir an dass er weit mehr Geld ausgab als er sich leisten konnte nur um mitzuhalten nehmen wir an dass es länger dauerte als er gedacht hatte und er sich bis über den Hals verschuldete und dann sag mir mal was im Lichte dieser Theorie von diesem halbfertigen Brief an Mr. Pim zu halten ist nun begann Parker mein Gott macht's doch nicht so spannend rief Mary dazwischen es muss euch beiden Helden einen riesen Spaß machen stundenlang um die Sache herum zu reden natürlich Erpressung das liegt doch auf der Hand ich sehe das schon seit einer Stunde kommen die Sardine sieht sich nach einer zusätzlichen Einnahmequelle um und entdeckt dass in der Firma Pim einer etwas tut was er nicht sollte der Oberbuchhalter frisiert die Bilanz ein Botenjunge erleichtert die Portokasse irgendetwas und er sagt wenn du nicht mit mir teilst sage ich es Pim und fängt schon einmal einen Brief an höchstwahrscheinlich wollte er den Brief natürlich gar nicht an Mr. Pim schicken es war nur eine Drohung der andere stopft ihm für den Augenblick den Mund indem er ihm einen Vorschuss zahlt dann denkt er so geht es nicht weiter ich sollte diese laus lieber zertreten das tut er und damit hat sich's so einfach ist das sagte Wimsy natürlich ist es so einfach nur ihr Männer macht so gern ein großes Rätsel daraus und Frauen ziehen gern voreilige Schlüsse hört auf mit diesen Verallgemeinerungen sagte Parker die verleiten nur zu Denkfehlern welche Rolle habe ich in dem Spiel du gibst mir Ratschläge und hältst dich bereit mit deinen Myrmidonen einzugreifen wenn es Radau gibt übrigens kann ich dir die Adresse dieses Hauses nennen in dem wir gestern Abend waren rauschgift und glücksspiel frei für jeder Mann von unsäglichen Orgien ganz zu schweigen er nannte die Adresse und der Chefinspektor notierte sie sich viel können wir da allerdings nicht machen räumte er ein es ist ein Privathaus und gehört einem Major Milligan wir haben schon seit einiger Zeit ein Auge darauf und selbst wenn wir hineinkämen würde uns das wahrscheinlich nicht näher an unser Ziel bringen ich glaube nicht dass ein einziger in dieser Bande weiß woher das Zeug kommt aber bei dessen Verhaftung du uns neulich geholfen hast mitsamt der Ware erwischt sieben Jahre dürften sie bekommen gut aber beinahe hätte es mich diesmal selbst erwischt zwei Stenotypistinnen aus der Werbeagentur trieben sich da herum und haben mich erkannt ich habe mich dumm und taub gestellt und ihnen am anderen morgen erklärt dass ich einen Vetter habe der mir sehr ähnlich sieht natürlich dieser berüchtigte whimsey es ist doch nicht gut wenn man zu bekannt ist wenn die dem mormery klicke die erst auf die schliche kommt geht es dir schlecht sagte parker wie hast du dich überhaupt an diane herangemacht bin von einem springbrunnen in einen fisch bassin gesprungen reklame macht sich eben bezahlt sie hält mich für das achte weltwunder der hummer im frack hemd bricht dir dabei nur nicht mal den hals meinte mary nachsichtig wir haben dich nämlich alle ganz gern weißt du und klein peter könnte auf seinen lieblingsonkel nicht verzichten jedenfalls wird es dir sehr sehr gut tun bemerkte sein schwager hartherzig einmal einen wirklich schwierigen fall zu haben wenn du dich erst eine weile mit einem todesfall herumgeplagt hast den irgendwer aus irgendeinem beliebigen grund auf dem gewissen haben könnte wirst du dich vielleicht nicht mehr so hochnäsig über die paar morde im lande mokieren mit denen die notorisch unfähige polizei nicht zur rande kommt hoffentlich wird es dir eine leere sein noch ein schlückchen nein danke ich will versuchen daraus zu lernen und inzwischen werde ich weiter die öffentlichkeit verdummen und als mr breeden unter eurer adresse zu erreichen sein und halte mich über alle entwicklungen bei der dem murray milligan band auf dem laufenden gut möchtest du dich an einer unserer nächsten rauschgift razzien beteiligen klar wann ist es soweit wir haben informationen über kokainschmuggel an der küste von essex erhalten das dümmste was die regierung je getan hat war die abschaffung der küsten wache das macht uns die arbeit doppelt schwer besonders wo so viele private motorboote herumtuckern wenn du dich mal einen abend amüsieren möchtest komm einfach vorbei und du könntest deinen wagen mitbringen er ist schneller als die unseren alle zusammen aha daher weht der wind aber gut ich bin dabei schick mir eine zeile wenn es soweit ist ich habe um halb sechs feierabend währenddessen litten drei herzen um mr death breedens willen miss pamela dean wusch in ihrer einsamen wohnung ein paar seidenstrümpfe der gestrige abend war ja einfach herrlich wahrscheinlich hätte ich gar keinen spaß daran haben dürfen wo der arme victor gerade erst unter der erde ist der gute aber im grunde bin ich ja nur seinetwegen hingegangen ob dieser detektiv etwas darüber herausfinden wird gesagt hat er nicht viel aber ich glaube er findet an victors tod irgendetwas merkwürdig jedenfalls hatte victor den verdacht dass irgendetwas nicht stimmte und würde wünschen dass ich alles in meiner macht stehende tue um es heraus zu bekommen ich wusste gar nicht dass privat detektive so sind habe sie mir immer als aufdringliche verschlagene kleine wichte vorgestellt schmierig ich mag seine stimme und seine hände oh gott da ist ja eine laufmasche die muss ich aufnehmen bevor sie oben ist und so gute manieren nur war er glaube ich ein bisschen böse auf mich weil ich zu Pims werbedienst gekommen war er muss unglaublich sportlich sein so an diesem Sprengbrunnen hinaufzuklettern schwimmt wie ein Fisch mein neuer Badeanzug Sonnenbaden Gott sei Dank habe ich einigermaßen gute Beine ich muss mir wirklich mehr Strümpfe zu liegen diese hier machen es nicht mehr lange wenn ich doch nur nicht so ausgelaugt aussehe in schwarz armer Victor wenn ich nur wüsste was ich mit Alec Willis anfangen soll wenn er doch nur nicht so ein Spießer wäre bei Mr. Breeden finde ich nichts dabei er hat ganz recht dass diese Leute nichts taugen aber er weiß wenigstens wovon er redet und es ist nicht alles nur Vorurteil warum muss Alec so eifersüchtig und lästig sein und wie albern er aussah in diesem schwarzen Ding einem so nachzuschleichen ein Stümper ich mag Leute die tüchtig sind Mr. Breeden wirkt ungemein tüchtig nein er wirkt nicht eigentlich so aber er ist es er sieht aus als wenn er sein lebtag nichts anderes täte als auf dinner parties gehen wahrscheinlich müssen erstklassige privat detektive so aussehen alec wäre ein miserabler detektiv ich mag keine launischen männer was mag wohl passiert sein nachdem Mr. Breeden mit Diane de Momery weggegangen ist schön ist sie ja zum kuckuck hinreißend ist sie sie trinkt unheimlich viel es heißt das macht einen vorzeitig alt man bekommt einen groben Tarn mein Tarn ist vollkommen in Ordnung aber ich bin nicht der modische Typ Diane de Momery hat absolut einen Narren gefressen an Leuten die verrückte Dinge tun ich mag diese silberblonden nicht ob ich meine Haare silberblond bleichen lassen könnte alec Willis lag in seinem möblierten Zimmer und fand keinen Schlaf mit den Fäusten versuchte er sein hartes Kissen in eine bequemere Form zu bringen mein Gott hatte ich heute Morgen dieser verdammte eiglade Kerl da läuft doch was zwischen Pamela und ihm von wegen er hilft ihr nur in einer Angelegenheit mit Victor der führt nichts Gutes im Schild und und dann mit diesem super blonden Luder abzuziehen eine Beleidigung war das aber Pamela würde ihm natürlich die Stiefel lecken Frauen lassen sich doch alles gefallen wenn ich doch noch nicht so viel getrunken hätte zum Teufel mit diesem Bett zum Teufel mit dieser Drecks Bude ich muss weg von der Agentur da ist mir nicht mehr sicher Mord wer mir bei Pamela in die quere kommt Pamela wollte sich nicht von mir küssen lassen dieses Schwein blieben die Eisentreppe hinunter an der Kehle packen schöne Aussichten verdammter Akrobat der er ist Pamela ich würde es ihr so gern zeigen Geld 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 wenn ich nur nicht so knapp bei Kasse wäre die war ja doch nur eine kleine Laus ich hab ihr bloß die Wahrheit gesagt zum Teufel mit allen Frauen auf die größten Schweinehunde fliegen sie ich habe diesen letzten Anzug noch nicht bezahlt holz der Henker hätte ich doch noch nicht so viel getrunken hab vergessen mir Natron zu besorgen diese Schuhe sind noch nicht bezahlt Schlaf Mord die Eisentreppe hinunter an der Kehle packen verdammt 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 diese Musik widert mich an alles widert mich an jetzt steigert er sich wieder in seine Sentimentalität hinein ich bring's am besten gleich hinter mich Mensch war ich gestern Abend besäuselt wo mag nur dieser Harlequin hingegangen sein möchte wissen wer er war Pamela Dean diese dumme kleine Gans diese Frauen ich werde mich wohl an sie heranmachen müssen wenn ich seine Adresse bekommen will jedenfalls habe ich ihn ihr gestern Abend schon mal weggeschnappt egal wie wenn ich doch nur nicht so blau gewesen wäre ich weiß gar nicht mehr den Springbrunnen hinauf schwarz und silbern eine gute Figur hat er ich glaube er könnte mich schwach machen mein Gott wie ich mich langweile er ist aufregend ein bisschen geheimnisvoll ich muss Pamela Dean schreiben dumme dumme kleine Gans sollt mich sicher hassen eigentlich schade dass ich den kleinen Victor zum Teufel gejagt habe die Treppe hinunter gefallen und sich das Genick gebrochen weg mit Schaden muß muß anrufen sie hat bestimmt kein Telefon so provinziell dass sie nicht mal Telefon hat wenn diese Musik noch lange spielt schreie ich die Getränke bei Milligan sind abscheulich wozu geht man da überhaupt hin muss etwas tun Harlequin weiß nicht einmal seinen Namen Weedon Lieder irgend sowas ach zum Teufel vielleicht weiß Milligan ihn ich halte das nicht mehr lange aus schwarz und silber oh Gott sei Dank das wäre vorbei überall in London flimmerten Lichter an und aus forderten die Öffentlichkeit auf etwas Gutes für ihren Körper und ihren Geldbeutel zu tun Sopo macht das Scheuern überflüssig für die Nerven nimm Nutrax Knabberkekse sind knuspriger Guten Appetit mit Hochland Porridge Tränkt Pompagna Ein Husch und alles ist sauber Tom Boy Toffees Nutrax gibt den Nerven Nahrung Falis Schuhe bringen sie weiter Darlings sind uns lieb und gar nicht teuer Alles für den Haushalt bei Darlings Sei sicher mit Sanfekt Der faszinierende Whifflet Duft Die Druckpressen jagten donnernd und brüllend dieselben Botschaften millionenfach in die Welt hinaus Fragen Fragen Sie Fragen Sie Ihren Einzelhändler Fragen Sie Ihren Arzt Fragen Sie jeden der es schon versucht hat Mütter Gebt es euren Kindern Hausfrauen Spart Geld Männer ist euer Leben versichert Frauen Wisst ihr schon Sag nicht Seife Sag Sopo Tu nicht dies tu jenes Kauf nicht das Kauf was anderes Lass dich gesund und reich machen Lass nie nach Geh nie schlafen Sei nie zufrieden sobald du dich zufrieden gibst ist alles aus mach immer weiter und wenn du nicht mehr kannst nimm Nutrax für die Nerven Lord Peter Wimsey ging nach Hause und legte sich schlafen Einmalige Unbeflecktheit einer tödlichen Waffe Wissen Sie sagte Miss Rossiter zu Mr. Smale Unser neuer Texter ist total verrückt Verrückt Mr. Smale entblößte seine sämtlichen Zähne zu einem einladenden Lächeln Was Sie nicht sagen Miss Rossiter Wie verrückt denn Einfach behämmert erklärte Miss Rossiter Verdreht Plemm Plemm Spielt die ganze Zeit oben auf dem Dach mit einer Schleuder herum Ich frage mich was Mr. Henken dazu sagen würde wenn er es wüsste Mit was für einer Schleuder Mr. Smale verzog schmerzlich das Gesicht Das scheint mir doch nicht ganz das wahre zu sein Aber wir die wir in anderen Sphären leben Miss Rossiter beneiden ja sozusagen stets den fröhlich kindlichen Geist unserer Textabteilung Und der fuhr Mr. Smale fort ist zweifellos auf den charmanten Einfluss der Damen zurückzuführen Darf ich Ihnen noch ein Tässchen Tee besorgen Aber gern Vielen herzlichen Dank Die monatliche Teegesellschaft war in vollem Gange und der kleine Konferenzsaal war über die Maßen voll und stickig Mr. Smael drängte sich todesmutig durch das Gewühl um Tee zu holen und wurde vor dem langen Tisch an dem Mrs. Johnson jene nimmermüde Dame die über den Versand die Botenjungen und das erste Hilfeschränkchen herrschte das Kommando führte von Mr. Harris von der Außenabteilung angerempelt Pardon sagte Mr. Smael Gewährt antwortete Mr. Harris so einem faszinierenden jungen Mann wie Ihnen gebührt immer und überall der Vortritt hab sie eben Miss Ross it da schöne Augen machen sehen immer ran wie die Feuerwehr was Mr. Smael feigste abwehrend möchten Sie nicht dreimal raten worüber wir uns unterhalten haben meinte er einen mit Milch ohne Zucker Mrs. Johnson und einen mit Milch und Zucker bitte dreimal ist zu viel antwortete Mr. Harris ich kann es Ihnen gleich sagen Sie haben sich über Miss Rossiter und Mr. Smale unterhalten stimmt's das schönste Gesprächsthema der Welt für Mr. Smale und Miss Rossiter wie falsch geraten triumphierte Mr. Smale wir haben uns über ein anderes Mitglied dieser Gemeinde unterhalten genauer gesagt über den neuen Texter Miss Rossiter sagt er ist total verrückt in dieser Abteilung sind alle verrückt wenn Sie mich fragen erklärte Mr. Harris mit in der Entwicklung stehen geblieben so sieht es aus stimmte Mr. Smale ihm zu dass Sie Kreuzwort Rätsel lösen wundert einen ja nicht denn das tut jeder oder dass Sie Witzbildchen malen wie Schulkinder aber auf dem Dach mit einer Schleuder zu spielen ist nun wirklich kindisch obwohl wenn Miss Mityard ihr Jojo mit ins Büro bringt ich will ihnen mal was sagen Smale erklärte Mr. Harris gewichtig in dem er seinen Kollegen am Revier packte und mit dem Zeigefinger auf ihn einstach das liegt alles an der Universitäts Ausbildung denn was tut die Universität sie nimmt zu einen jungen Mann oder ein junges Mädchen und führt ihn an der Leine auf den Spielplatz während er längst auf dem Acker der Wirklichkeit seine Furchen ziehen müßte Hallo Mr. Breen War das Ihr Fuß dann bitte ich um Verzeihung dieser Raum ist für solche Gesellschaften eben zu klein ich höre sie sind die offenen Weiten des Dachs gewöhnt oh ja frische Luft und so weiter sie wissen ja Bewegung neulich habe ich mit einer Schleuder auf Spatzen geschossen ausgezeichnetes Training fürs Auge und so kommen sie doch irgendwann mal mit dann schießen wir um die Wette nichts für mich vielen Dank antwortete Mr. Harris für solche Sachen bin ich zu alt aber ich weiß noch wie ich als Junge mal meiner alten Tante das Glas auf dem Frühbeet kaputt geschossen habe oh Gott war das ein Theater Mr. Harris blickte mit einem mal ganz wehmütig drein ich glaube ich habe schon dreißig Jahre keine Schleuder mehr in der Hand gehabt fügte er hinzu na dann sollten sie allmählich wieder anfangen Mr. Breeden zog augenzwinkernd eine Astgabel mit mit einer Grimasse rasch wieder ein denn soeben kam Mr. Pym in Sicht der sich herablassend mit einem kürzlich neu eingestellten jungen Mann unterhielt unter uns gesagt Mr. Harris finden sie es hier nicht auch manchmal ein bisschen mühselig mühselig mischte Mr. Tallboy sich ein indem er sich aus dem Gedränge am Tisch befreite und Mr. Smale dabei fast die beiden Teetassen aus der Hand stieß die dieser endlich ergattert hatte mühselig ihr wisst doch alle nicht was das heißt nur ein Layout Zeichner weiß wie einem Layout Zeichner zumute ist sie sollten kommen und mit uns übermütig sein riet Mr. Breden wenn die Arbeit dich schafft schöpf neue Kraft beim Spiel der Texte auf dem Dach heute früh habe ich einen Starr erlegt was heißt einen Starr erlegt Vater ich kann nicht lügen ich war es mit meiner kleinen Schleuder hier aber wenn man ihn findet fuhr Mr. Breden in ernstem ton fort wird man sicher die Kantinen Katze verdächtigen ist die Katze auf dem Dach schreit der Vogel weh und ach dichtete Mr. Harris und sah Mr. Tallboy erwartungsvoll an aber der schien überhaupt keinen Sinn für Poesie zu haben denn er machte ein noch abweisenderes und mürrscheres Gesicht als sonst worauf Mr. Harris es gleich noch einmal versuchte ist der Vogel tot gemacht gerät wie was haben sie gesagt fragte Mr. Tallboy mit angestrengt gerunzelter Stirn gerät die Katze in Verdacht wiederholte Mr. Harris kapiert ach so ja sehr gut sagte Mr. Tallboy ich weiß noch einen fuhr Mr. Harris fort steigt der Kater auf schießen sie gut mit der Schleuder Tallboy fragte Breeden rasch dazwischen als müsse er schleunigst für eine Ablenkung sorgen bevor hier etwas explodierte dafür habe ich kein Auge Mr. Tallboy schüttelte bedauernd den Kopf kein Auge wofür erkundigte sich Miss Rossiter zum schießen mit der Schleuder na nun hören sie aber auf Mr. Tallboy sie der große Tennis meister das ist nicht unbedingt dasselbe erklärte Mr. Tallboy Auge ist Auge wer ein Auge für den Ball hat der hat auch eins zum zielen im Auge Klarheit im Herzen Wahrheit gab Mr. Harris zum besten haben sie es schon einmal mit Pfeilwerfen versucht Mr. Breen ich habe drei Jahre hintereinander den Pokal in der Kuh Tränke gewonnen erwiderte der angesprochene stolz verbunden mit dem Anrecht auf einen Eimer Freiwasser ich meine einen Krug Freibier jeden Freitag Abend ein ganzes Jahr lang aber das war eine teure Angelegenheit denn jedes Mal wenn ich mir mein Freibier holen ging musste ich einem guten Dutzend Zuschauer eins ausgeben ich habe mich daher aus dem Wettbewerb zurückgezogen und veranstalte nur noch Schauwerfen ich höre hier gerade was von Pfeilwerfen Mr. Daniels hatte sich herangepirscht haben sie den jungen Binz schon mal Pfeile werfen sehen alle Achtung wirklich ich hatte noch nicht das Vergnügen Mr. Binz Bekanntschaft zu machen gestand Mr. Breeden es ist eine Schande aber ich muss gestehen dass es in diesem Hause noch immer Mitarbeiter gibt die ich höchstens vom Sehen kenne welches von den vielen fröhlichen Gesichtern die ich dauernd durch die Gänge huschen sehe gehört Mr. Binz ich glaube kaum dass sie ihn schon mal gesehen haben sagte Miss Rossiter er hilft Mr. Spender im Archiv sie können ja irgendwann mal hingehen und sich ein paar alte Nummern einer obskuren Zeitschrift heraussuchen lassen dann wird man Mr. Binz danach schicken auf spiele aller art versteht er sich wie kein zweiter außer bridge schränkte Mr. Daniels stöhnend ein ich hatte ihn bei einem Turnier als Partner gezogen sie erinnern sich vielleicht noch Miss Rossiter das war bei der Weihnachtsfeier vor drei Jahren da hatte einen drei ohne geboten mit dem blanken Pikass und fünf Herzen zu König und Dame was sie für ein Gedächtnis haben Mr. Daniels diesen drei ohne werden sie ihm nie vergeben und vergessen armer Mr. Binz Mr. Dean muss ihm sehr fehlen sie sind oft zusammen zum Lunch Gegangen Mr. Breeden schien dieser Bemerkung mehr Aufmerksamkeit zu schenken als sie verdiente denn er sah Miss Rossiter an als wollte er sie jeden Moment etwas fragen aber da wurde das Konklave durch die hinzukommende Mrs. Johnson gestört die es nun nachdem sie den Tee ausgeschenkt und die Kanne der Kantinen Köchin übergeben hatte an der Zeit fand sich in den geselligen Teil der Veranstaltung zu stürzen sie war eine beleibte stattliche Witwe mit auffallend fülligem kastanienbraunem Haar und rötlichem Tint und dass eine Frau von solch königlicher Anmut nicht mit ihrem Charme geizte sollte niemand Wunder nehmen na sagte sie strahlend und wie geht es unserem Mr. Daniels heute Mr. Daniels der diese Anredeform seit fast zwölf Jahren ertrug machte gute Miene und begnügte sich mit der Antwort dass es ihm leidlich gehe Sie sind zum ersten Mal auf einer vor die Witwe fort eigentlich sollten sie dabei die übrige Belegschaft kennenlernen aber wie ich sehe haben sie sich noch nicht weit von ihrer eigenen Abteilung fortgewagt aber so ist das wir rundlichen vierziger hier musste mrs. Johnson kichern können von den Herren der Schöpfung nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit erwarten wie diese jungen Dinger ich versichere ihnen erwiderte Mr. Breen dass nichts als mein übergroßer Respekt vor ihrer Autorität mich bisher davon abgehalten hat ihnen meine aufdringlichen Huldigungen darzubringen die Wahrheit ist dass ich etwas ausgefressen habe und fürchte von ihnen eins auf die Finger zu bekommen wenn sie es erfahren nur wenn sie mir meine jungen verderben antwortete mrs. Johnson dieser lause bengel so wie man ihnen den rücken kehrt haben sie nichts als unfug im mit zur Arbeit gebracht und in der Mittagspause um die Welt geübt und dabei das Fenster im Aufenthaltsraum der Jungen eingeschlagen aber das wird ihm vom Lohn abgezogen wenn ich ein Fenster kaputt mache werde ich es bezahlen versprach Mr. Breeden achtig ich werde kommen und sagen ich war's ich tat's mit meiner kleinen Schleuder Schleuder rief Mrs. Johnson davon kann ich schon bald nichts mehr hören dieser Rotfuchs noch kein Monat ist es her aber ich habe ihm gesagt er soll sich neujahr nicht noch einmal von mir erwischen lassen Mr. Breeden holte mit schuldbewusst hochgezogenen brauen sein Spielzeug hervor Sie waren an meinem Schreibtisch Mr. Breeden ganz bestimmt nicht das würde ich nie wagen begehrte der Beschuldigte auf ich wäre viel zu reinen Sinnes um in Mrs. bewahrt dort nämlich ihre ganze Verehrerpost auf jetzt ist es aber genug Mr. Daniel nein ich hatte im ersten Moment wirklich gedacht es sei Joes Schleuder aber jetzt sehe ich dass sie ein wenig anders aussieht haben Sie etwa immer noch die Schleuder dieses armen Jungen Sie sind eine hartherzige Frau das muss ich sein unser aller Pech sagte Mr. Breeden sagen Sie könnten Sie Fällt mir nämlich er sagt immer in einem Ton guten Morgen Sir dass ich mir richtig etwas darauf einbilde außerdem mag ich rote Haare tun Sie es mir zu gefallen Mrs. Johnson geben Sie dem Kind seine tödliche Waffe zurück naja lenkte Mrs. Johnson ein also ich werde sie Ihnen geben Mr. Breeden und wenn nachher wieder ein Fenster kaputt ist sind Sie dafür verantwortlich kommen Sie nach gehen Sie eilte geschäftig davon zweifellos um Mr. Newbolt Mr. Hamperley Mr. Sidebotham Miss Griggs und Mr. Woodhurst von den Verschrobenheiten dieser Texter zu berichten Die Teestunde näherte sich dem festgesetzten Ende und Mr. Pym den Blick auf dem Zifferblatt der auf Greenwich Zeit synchronisierten elektrischen Uhr an der Wand strebte der Tür zu ein Nichtsagendes der Allgemeinheit geltendes Lächeln auf den Lippen Die zwanzig Auserwählten von ihrem Leiden erlöst folgten ihm auf den Korridor hinaus Mrs. Johnson entdeckte neben sich Mr. Breedans stanke Gestalt in demütig gebeugter Haltung Soll ich mir die Schleuder nicht lieber gleichholen kommen bevor wir es beide vergessen Wenn Sie wollen Sie haben es aber eilig meinte Mrs. Johnson So verlängere ich mir den Genuss ihrer Gesellschaft um ein paar Minuten sagte Mr. Breedan Sie sind mir ein Schmeichler sagte Mrs. Johnson gar nicht unangenehm berührt schließlich war sie nicht so sehr viel älter als Mr. Breedan und dralle Witwinschaft hatte auch ihre Reize Sie führte in die Treppe hinauf in die Versandabteilung holte einen Schlüsselbund aus ihrer Handtasche und schloss eine Schublade auf Ich sehe Sie passen gut auf ihre Schlüssel auf Geheimnisse in der Schublade und so wie nur die Portokasse sonst nichts sagte Mrs. Johnson und so dies und das was ich konfiszieren musste das heißt nicht dass keiner an die Schlüssel herankäme wenn er es darauf anlegte denn ich lasse meine Handtasche öfter mal auf dem Schreibtisch stehen aber die Jungen die wir hier haben sind alle sehr ehrlich Sie nahm ein Löschblatt und eine Geld Kassette aus der Schublade und begann in deren hinteren Teil herum zu kramen Mr. Breeden hielt sie davon ab indem er seine linke Hand auf die ihre legte was für einen schönen Ring sie da tragen gefällt er ihnen er gehörte meiner Mutter Granat wie sie sehen altmodisch aber hübsch finden sie nicht auch wirklich ein sehr hübscher Ring passend lesend behielt er ihre Hand in der Sein gestatten sie damit schob er seine rechte Hand in die Schublade und holte die Schleuder heraus das also scheint das Zerstörungswerkzeug zu sein eine gute kräftige Schleuder das sieht man auf den ersten Blick haben sie sich in den Finger geschnitten Mr. Breeden ach nichts weiter ich Mr. Breeden wickelte das Taschentuch von seiner rechten Hand legte es gedankenlos um die Schleuder und steckte beides in die Tasche Mrs. Johnson inspizierte den Finger den er ihr hinstreckte da sollten sie lieber ein Heftpflaster drauf tun erklärte sie erwarten sie einen Augenblick ich hole ihnen eins aus dem Verbands Schränkchen sie nahm ihren Schlüsselbund und entfernte sich Mr. liegenden Wand des Zimmers saßen vier Boten Jungen und warteten bis jemand sie zu irgendeiner Besorgung losschickte zwischen ihnen fiel ein roter Haarschopf auf der gebannt über den Seiten des neuesten Saxton Blake hing Rotwuchs Ja Sir Der Junge kam angesprungen und baute sich erwartungsvoll vor dem Schreibtisch auf Wann hast du heute Feierabend Gegen Viertel vor Sechs Sir wenn wir die Briefe runter gebracht und hier aufgeräumt haben Sir Komm doch Brauchst aber niemandem etwas davon zu sagen es ist eine Privat Angelegenheit Ja Sir Rotwuchs grinste verständnis sinnig Ein Briefchen an eine junge Dame sagte ihm seine Erfahrung Mr. Breeden winkte ihn auf die Bank zurück als Mrs. Johnson Schritte näher kamen Das Heft Pflaster wurde an die vorgesehene Stelle geklebt Und nun meinte Mrs. Johnson kokett müssen Sie aber schnell weglaufen Mr. Breeden Ich sehe dass Mr. Tallboy mir wieder etwas zu tun bringt und ich habe noch fünfzig Klischees zu verpacken und zu versenden Hier das muss ganz dringend in die Druckerei sagte Mr. Tallboy der sich mit einem großen Umschlag in der Hand näherte Cedric rief Mrs. Johnson Ein Junge kam angerannt Ein anderer der von der Treppe kam lud einen großen flachen Korb Druckstöcke auf dem Schreibtisch ab Das Zwischenspiel war vorüber Mrs. Johnson wandte sich entschlossen der wichtigen Aufgabe zu dafür zu sorgen dass der richtige Druckstock an die richtige Zeitung abging und dass sie alle sicher in Wellpappekartons verpackt und korrekt frankiert wurden Punkt Viertel vor sechs meldete sich Joe der Rotfuchs in Mr. Breedens Büro Das Haus war schon fast leer Die Reinemacher Frauen hatten ihre Runde begonnen und das Klappern von Eimern das Platschen von Wasser und Seife und das Heulen der Staubsauger halte durch die verlassenen Korridore Komm rein Joe Ist das deine Schleuder? Ja Sir Die ist gut Selbst gemacht? Ja Sir Schon viel damit geschossen? Es geht Sir Möchtest du sie wieder haben? Oh ja Bitte Sir Gut Aber lass im Augenblick noch die Finger davon Erst möchte ich mal sehen ob du ein Junge bist dem man eine Schleuder anvertrauen kann Rotfuchs grinste ein wenig verschämt Warum hat Mrs. Johnson sie dir weggenommen? Wir sollen sowas nicht in der Uniformtasche herumtragen Sir Mrs. Johnson hat mich erwischt wie ich sie den anderen Jungen gezeigt habe Sir und hat sie konfilziert konfisziert konfisziert Sir Aha Hast du hier im Haus damit herumgeschossen Joe? Nein Sir Du bist aber der Schlaumeier der das Fenster eingeschlagen hat Ja Sir aber das war nicht mit der Schleuder Sir das war mit dem Jojo Ganz recht Weißt du genau dass du hier im Haus nie mit einer Schleuder geschossen hast Ja Sir noch nie Sir Wozu hast du das Ding überhaupt hierher mit gebracht Also Sir Rotfuchs stand verlegen auf einem Bein Ich hab doch den anderen schossen hab Sir und sie wollten sie mal sehen Sir Du bist ja ein gefährlicher Bursche Joe Nichts ist vor dir sicher Kater Fenster und alte Tanten Du erwischst sie alle Was Ja Sir Rotfuchs fasste die letzte Bemerkung als Scherz auf und gluckste vergnügt Wann hat dich denn dieser tragische Verlust ereilt Meinten sie Tante Emilys Kater Sir Nein ich Bisschen mehr als einen Monat muss das eher sein Sir Also ungefähr Mitte Mai Stimmt Sir Und seitdem hast du sie nicht mehr in der Hand gehabt Nein Sir Hast du noch eine andere Schleuder Nein Sir Hat einer von den anderen Jungen eine Schleuder Nein Sir Oder irgendetwas anderes womit man Steine verschießen kann Nein Sir Wenigstens nicht hier Tom Faggot hat eine Erbsenpistole zu Hause Sir Ich sagte Steine nicht Erbsen Hast du mit dieser oder einer anderen Schleuder jemals auf dem Dach geschossen Hier auf dem Dach über den Büros Sir Ja Nein Sir Oder Weißt du es von jemand anderem Nein Sir Bist du ganz sicher Ich wüsste wirklich nicht Sir Nun pass mal auf mein Junge Ich habe den Eindruck dass du ein gerader Kerl bist der einen Kumpel nicht gern verpfeifen will Bist du ganz sicher dass es über diese Schleuder absolut nichts zu sagen gibt was du zwar weißt mir aber nicht erzählen möchtest Das würde ich nämlich voll und ganz verstehen und dann würde ich dir genau erklären warum es trotzdem besser wäre wenn du es mir sagtest Joe riss bestürzte die Augen ganz weit auf Ehrenwort Sir sagte er mit feierlichem genommen und in ihre Schublade gesperrt hat Hand aufs Herz und todwillig umfallen Sir schön was war das für ein Buch in dem ich dich vorhin lesen sah Rotfuchs dem diese komische Angewohnheit der Erwachsenen nicht fremd war die Jugend nach allen Nebensächlichkeiten auszufragen die ihnen gerade in den Sinn kamen antwortete wie aus der Pistole geschossen der blutrote Stern Sir über Sexton Blake das ist nämlich ein Detektiv Sir ein prima Buch Sir magst du Detektiv Geschichten Joe oh ja Sir die lese ich viel und später will ich selbst mal Detektiv werden Sir mein ältester Bruder ist bei der Polizei Sir so großartig aber das erste was ein Detektiv lernen muss ist schweigen wusstest du das klar Sir wenn ich dir jetzt etwas zeige wirst du es für dich behalten können sehr schön hier hast du zehn Schilling lauf damit in die nächste Apotheke und hol mir etwas graues Pulver und einen Insufflator was für Pulver Sir graues Pulver Quecksilber Pulver der Mann weiß schon Bescheid und einen Insufflator das ist ein kleiner Gummibalk mit einer Art Rüssel daran ja Sir Rotfuchs sauste davon ein Verbündeter sagte Mr. Breeden bei sich ein verbündeter unverzichtbar wie ich fürchte aber ich glaube ich habe mir den richtigen ausgesucht Rotfuchs war in Rekordzeit wieder da ganz außer Atem er witterte ein Abenteuer inzwischen inzwischen hatte Mr. Breeden einen diskreten Vorhang aus braunem Packpapier vor der Glasscheibe seiner Tür angebracht Mrs. Crump wunderte sich darüber nicht im Mindesten dergleichen kannte sie für gewöhnlich bedeutete es dass der betreffende Herr auszugehen wünschte und in sittsamer Ungestörtheit die Hose wechseln wollte so sagte Mr. Breeden indem er die Tür schloss nun wollen wir mal sehen ob deine schleuder uns etwas über ihre abenteuer erzählen kann seit sie zuletzt in deiner hand war er füllte den insufflator mit dem grauen pulver und stäubte probehalber eine kleine ecke der schreibtisch platte damit ein nachdem das überschüssige pulver fortgeblasen war wurde eine erstaunliche menge fettiger fingerabdrücke sichtbar rotfuchs war überwältigt man stieß er ehrfürchtig hervor wollen sie die schleuder nach fingerabdrücken untersuchen so ist es es dürfte sehr interessant sein wenn wir welche finden und noch interessanter wenn wir keine finden rotfuchs kullerten fast die augen aus dem kopf während er den vorgang beobachtete die schleuder hatte vom vielen gebrauch eine glänzend polierte oberfläche die ideale grundlage für fingerabdrücke wenn welche da gewesen wären doch obwohl sie mit pulver einstäubten blieb das ergebnis negativ joe machte ein enttäuschtes gesicht aha sagte breeden nun wollen wir mal sehen ob es nicht reden kann oder ob es nicht will das müssen wir genau wissen du nimmst jetzt mal die schleuder so in die hand als ob du damit schießen wolltest joe rotfuchs gehorchte entschlossen packte er mit seinen fettigen fingern zu damit sagte sein neuer freund dürften wir die ganzen innenseiten aller vier finger auf dem griff und den daumen auf der gabelung haben versuchen wir es also noch einmal der insufflator trat wieder in aktion und diesmal wurde ein kompletter satz deutlicher abdrücke sichtbar rotfuchs sagte mr bleden was würdest du als detektiv daraus schließen mrs johnson muss sie abgewischt haben sir hältst du das für sehr wahrscheinlich nein sir dann denk mal weiter nach jemand anders muss sie abgewischt haben sir und warum hätte jemand anders das tun sollen hier kannte rotfuchs sich bestens aus damit die polizei ihm nichts anhängen kann sir die polizei ja nun ja sir die polizei oder ein detektiv oder vielleicht so einer wie sie sir ich entdecke keinen fehler in deinen schlussfolgerungen rotfuchs könntest du nun noch weitergehen und mir sagen warum der unbekannte schleuderschütze sich diese mühe gemacht haben sollte nein sir nur mut jo naja sir er hat sie ja nicht gestohlen und außerdem ist sie nichts wert das nicht aber es sieht doch so aus als hätte einer sie sich ausgeliehen wenn schon nicht gestohlen wer könnte das gewesen sein weiß ich nicht sir mrs johnson hat die schublade immer abgeschlossen nicht glaubst du dass mrs johnson selbst mal ein bisschen schleuderschießen geübt hat bestimmt nicht so frauen verstehen nichts von schleudern wie recht du hast also nehmen wir an jemand hätte mrs johnsons schlüssel gemobst die schleuder aus der schublade genommen und ein fenster oder dergleichen damit kaputt geschossen und hätte nun angst erwischt zu werden hier im haus ist aber nichts kaputt gegangen seit mrs johnson meine schleuder hat bloß das fenster und das war ja ich mit dem jojo und wenn einer von den anderen jungen sich die schleuder genommen hätte sir der hätte bestimmt nicht an die fingerabdrücke gedacht das weiß man nie vielleicht hat er einbrecher gespielt und der spannung wegen die fingerabdrücke abgewischt wenn du verstehst wie ich das meine ja sir meinte rotfuchs wenig überzeugt vor allem wenn er etwas richtig schlimmes damit angerichtet hätte aber es könnte auch nicht nur wegen des nervenkitzels gewesen sein ist dir eigentlich klar joe dass man mit so einem ding ohne weiteres jemanden umbringen kann wenn man ihn an der richtigen stelle trifft einen umbringen wirklich sir ich würde es jedenfalls nicht gern darauf ankommen lassen der kater deiner tante war doch tot ne ja sir das waren neun leben auf einen streich rotfuchs und ein mensch hat nur eines bist du vollkommen sicher mein junge dass an dem tag an dem mr dean die treppe hinunter gefallen ist hier niemand mit dieser schleuder herum geschlichen ist rotfuchs wurde wurde zuerst rot dann blass aber offenbar nur vor aufregung sein stimmchen klang ganz heiser als er antwortete nein sir ich will tot umfallen sir wenn ich einen damit gesehen habe meinen sie dass einer mr dean erschossen hat sir detektive meinen nie etwas antwortete mr breeden tadelt sie sammeln fakten und ziehen daraus schlüsse gott verzeih mir die letzten drei worte waren ein geflüstertes lippenbekenntnis zur wahrheit kannst du dich erinnern wer zufällig in der nähe gewesen oder vorbeigegangen sein könnte als mrs johnson der die schleuder wegnahm und sie in die schublade legte rotfuchs überlegte das kann ich so nicht sagen sir ich war gerade die treppe rauf gekommen in den versand da hat sie das ding gesehen sie war nämlich hinter mir sir und es hat so aus der tasche raus gestanden die ganze treppe rauf hat sie mit mir geschimpft sir und wie wir oben waren hat sie mir die schleuder abgenommen und mich mit dem korb wieder runter geschickt zu mr horndy ich habe gar nicht gesehen was sie damit gemacht hat aber vielleicht einer von den anderen jungen ich habe natürlich trotzdem gewusst dass sie da drin war denn alles was sie konfiziert kommt da rein aber ich kann ja mal rum fragen sir verrate aber niemandem warum du fragst nein sir kann ich nicht sagen ich glaube dass einer sie sich ausgeliehen und mir das gummi kaputt gemacht hat das ginge schon voraus ja sir ich muss daran denken das gummi kaputt zu machen mr breeden der sich heute nachmittag schon im heiligen dienste des schönen scheins eine taschenmesserspitze in den finger gestochen hatte lächelte liebevoll auf rotfuchs joe hinab du bist ein partner auf den man stolz sein kann sagte er aber noch etwas du erinnerst dich doch an den tag an dem mr dean gestorben ist wo warst du um die zeit da hab ich im versand auf der versuch mal für mich herauszukriegen wer alles sonst noch ein alibi hat ja sir das ist ein haufen arbeit fürchte ich ich werde mein bestes tun sir ich werde mir schon was ausdenken sir keine bange das ist leichter für mich als für sie das sehe ich ein sir übrigens sir ja sind sie von scotland yard nein ich bin nicht von scotland yard oh entschuldigen sie die frage sir aber ich habe gedacht wenn dann hätten sie vielleicht ein gutes wort für meinen bruder einlegen können das kann ich vielleicht auch so joe danke sir ich habe dir zu danken sagte mr breeden mit der höflichkeit die ihn stets auszeichnete und keine silbe klar aus mir kriegen keine zehn pferde nichts raus erklärte rotfuchs mit einer entschiedenheit die ihn schlagartig alle grammatik vergessen ließ die eine fürsorgliche nation ihm auf keine zehn wilden pferde kriegen aus mir nichts raus wenn ich nicht will das gebe ich ihnen schriftlich er rannte davon mrs crump die eben mit ihrem besen über den korridor kam wunderte sich ihn noch im haus anzutreffen sie stellte ihn zur rede erhielt eine unverschämte antwort und ging kopfschüttelnd ihres weges eine viertelstunde später verließ mr breeden seine klause er war wie sie erwartet hatte im abendanzug und sah fand sie wie ein richtiger herr aus sie bediente entgegenkommend den aufzug für ihn und mr breeden der stets höfliche klappte während der abfahrt seinen zylinder aus und setzte ihn sich auf den kopf offenbar zu dem einzigen zweck ihn beim aussteigen vor ihr zu ziehen in einem taxi nach westen nahm mr breeden seine brille ab kämmte den seitenscheitel aus klemmte sich ein monokel ins auge und war bevor sie den piccadilly circus erreichten wie der lord peter whimsey mit verträumtem blick sah er zu den flimmernden lichtreklamen empor als wüßte er ein weltfremder astronom nichts von den schöpferischen händen die diese minderen sterne zur herrschaft über die nacht gesetzt hatten bestürzendes erlebnis eines chef inspektors in derselben nacht oder besser gesagt in den frühen morgenstunden hatte chef inspektor parker ein höchst unangenehmes erlebnis es war für ihn umso ärgerlicher als er nun wirklich nichts getan hatte um solches zu verdienen er hatte einen langen tag beim jahrt hinter sich keine aufregungen keine interessanten entdeckungen keine erregenden besucher nicht einmal ein entjuwelter maharatscha oder ein finsterer chinese nur 21 durchzulesende und auszuwertende berichte von gesprächen mit polizeispitzeln 513 briefe aus der bevölkerung als reaktion auf eine über den rundfunk gesendete fahndungsmeldung und ein bis zwei dutzend anonyme zuschriften alle wahrscheinlich von irren verfasst obendrein hatte er auf einen anruf von einem inspektor warten müssen der nach essex gefahren war um ein auge auf gewisse sonderbare bewegungen von motorbooten in der blackwater mündung zu werfen falls das ergebnis positiv war erforderte es unverzügliches handeln aus welchem grunde mr parker es für besser gehalten hatte den anruf in seinem büro abzuwarten statt nach hause zu gehen und sich ins bett zu legen um gegen ein uhr früh dort wieder herausgeholt zu werden so saß er also treu und brav in seinem dienstzimmer verglich informationen und stellte gerade einen plan für die arbeit des morgigen tages auf als wie erwartet das telefon klingelte er warf einen blick auf die uhr und sah dass sie zehn minuten nach eins zeigte die nachricht war kurz und unbefriedigend es gab nichts zu berichten das verdächtige boot war mit dieser flut nicht eingelaufen es gab nichts zu unternehmen chef inspektor parker durfte nach hause gehen und wenigstens noch die kurzen morgenstunden verschlafen mr parker nahm enttäuschungen mit der philosophischen gelassenheit jenes herrn in brownings gedicht hin der sich der mühe unterzog musikstunden zu nehmen nur für den fall dass die dame seines herzens von ihm ein lied mit lauten obligato verlangte vertane zeit wie sich zeigte aber es hätte ja sein können so etwas gehörte eben dazu der chef inspektor räumte seine papiere ordentlich fort schloss den schreibtisch ab verließ das gebäude ging zur embankment nahm eine verspätete bahn zur theobald road und begab sich von dort gemessenen schrittes in die great ormond street er schloss die haustür mit dem schlüssel auf und trat ein es war dasselbe haus in dem er lange eine bescheidene junggesellen wohnung gehabt hatte doch nach seiner heirat hatte er die wohnung darüber noch dazu gemietet so dass er jetzt genau genommen eine siebenzimmrige maisonette bewohnte abgesehen davon dass eine kleinliche vorschrift der stadtverwaltung es ihm verbot die beiden etagen durch eine ins treppenhaus einzubauende tür gegen das übrige haus abzusetzen denn den bewohnern der ersten etage musste im brandfalle der weg zum dach offen stehen die für alle bewohner gemeinsame eingangsstile lag im dunkeln als er eintrat er knipste das licht an und fischte in dem kleinen verglasten briefkasten auf dem wohnung drei parker stand nach post er fand eine rechnung und eine drucksache und schloss daraus völlig richtig dass seine frau den ganzen abend zu hause und zu müde oder zu faul gewesen war um nach unten zu gehen und die halb zehn uhr post herauf zu holen er wollte sich schon zur treppe wenden als ihm einfiel dass im briefkasten vier ein brief für whimsy unter dem namen breeden sein könnte normalerweise wurde dieser briefkasten natürlich nicht benutzt aber als whimsy incognito in die werbeagentur pimm eingetreten war hatte sein schwager ihm einen passenden schlüssel dazu besorgt und den briefkasten eigenhändig mit dem namen breeden beschriftet damit der postbote sich zurecht fand in diesem kasten war tatsächlich ein brief so einer wie ihn die romanschreiber gern als zarte botschaft bezeichnen das heißt der umschlag war lila getönt mit goldrand und trug eine schwungvolle weibliche handschrift parker nahm den brief heraus steckte ihn in die tasche um ihn morgen früh zusammen mit einer kleinen mitteilung an whimsy zu schicken und ging die treppe in den ersten stock hin dort schaltete er das dielenlicht aus das wie die treppenbeleuchtung eine zwei weg schaltung hatte und stieg weiter in den zweiten stock mit der wohnung drei die aus parkers wohnzimmer esszimmer und küche bestand hier zögerte er kurz fand dann aber sehr zu seinem pech dass es ihn weder nach einem teller suppe noch nach einem sandwich gelüstete weshalb er das licht für die untere treppe ausknipste und gleichzeitig auf den schalter drückte der nun der oberen treppe hätte licht spenden sollen nichts geschah parker knurrte wunderte sich aber nicht die treppenhaus beleuchtung war sache des hauswirts und der hatte die knauserige angewohnheit die billigsten birnen zu kaufen und diese so lange darin zu lassen bis der glühfaden durchgebrannt war auf diese weise verscherzte er sich die zuneigung seiner mieter und gab obendrein mehr geld für strom aus als er an den birnen sparte aber so war er nun mal parker kannte die treppe so gut wie die gewohnheiten seines hauswirts er ging im dunkeln hinauf und zündete nicht einmal ein streichholz an ob nun dieser kleine zwischenfall sein professionelles unterbewusstsein auf den Plan gerufen hatte oder ob der hauch einer bewegung oder ein atemgeräusch ihn in letzter sekunde gewarnt hatte wusste er später nicht zu sagen er hatte den schlüssel in der hand und wollte ihn gerade ins schloss stecken als er plötzlich instinktiv nach rechts auswich und im selben sekunden bruchteil landete der schlag mit mörderischer wucht auf seiner linken schulter er hörte sein schlüsselbein krachen während er sich herumwarf um sich der mordlüsternen dunkelheit zum kampf zu stellen und dachte noch in diesem moment wäre ich nicht ausgewichen hätte meine melone den schlag gebremst und mein schlüsselbein wäre heil geblieben seine rechte hand ertastete eine kehle die aber durch einen dicken schal und einen hoch geschlagenen kragen geschützt war verzweifelt versuchte er seine finger durch dieses hindernis zu wühlen während er gleichzeitig mit dem nur noch halb brauchbaren linken arm den zweiten schlag abwehrte den er auf sich herabsausen fühlte er hörte seinen gegner keuchen und fluchen dann gab der widerstand plötzlich nach und ehe er noch loslassen konnte flog er vorn über während ein hochgerissenes knie ihm mit brutaler gewalt in die magengrube stieß dass ihm die Luft weg blieb er taumelte dann krachte die faust des gegners gegen sein kinn in der letzten sekunde des bewusstseins kurz bevor sein kopf auf den boden schlug dachte er an die waffe in der hand des anderen und gab alle hoffnung auf der niederschlag hatte ihm wahrscheinlich das leben gerettet sein dumpfer fall weckte lady mary auf im ersten augenblick wusste sie gar nicht was sie geweckt hatte dann flogen ihre gedanken zu den kindern die im zimmer nebenan schliefen sie knipste das licht an und rief gleichzeitig nach drüben ob etwas passiert sei als sie keine antwort bekam sprang sie aus dem bett warf sich einen morgen mantel um und lief ins nebenzimmer dort war alles friedlich verwundert stand sie da und glaubte schon den krach nur geträumt zu haben da hörte sie jemanden in großer Hass die treppe hinunter laufen sie rannte ins schlafzimmer zurück packte den revolver der stets geladen in der nacht tisch schublade lag und riss die wohnungstür auf der lichtschein aus dem flur fiel auf die zusammengesunkene gestalt ihres mannes und während sie noch mit weit aufgerissen Augen vor diesem bestürzenden Anblick stand hörte sie unten die haustür laut zuschlagen du hättest sagte mr parker bis ich dich nicht um mich kümmern sondern zum fenster rennen und versuchen soll den kerl zu sehen als er die straße hinunter lief lady mary lächelte nachsichtig über diese aberwitzige bemerkung und wandte sich an ihren bruder das wäre also alles was ich dir darüber sagen kann er kann sehr von glück reden dass er überhaupt noch lebt und sollte dankbar sein statt zu murren du würdest genauso murren wenn du das schlüsselbein gebrochen hättest sagte parker und kopfschmerzen wie sonst was und ein gefühl als wenn dir eine herde wilder stiere auf dem bauch herum getrampelt wäre ich werde nie begreifen meinte whimsy was diese polizisten immer für ein theater wegen des kleinsten wehwehchens machen in dem saxton blake den mein freund rotfuchs mir geliehen hat wird der große detektiv mit einem bleirohr niedergeschlagen und sechs stunden lang so zusammengeschnürt liegen gelassen dass die fesseln ihm das fleisch bis auf die knochen durchschneiden dann bringt man ihn in einer stürmischen nacht mit einem boot zu einem abgelegenen Haus an der küste wirft ihn eine steintreppe hinunter in einen steinkeller wo er sich aber in dreistündiger arbeit mit hilfe einer zerbrochenen weinflasche von seinen fesseln befreien kann bis der bösewicht merkt was sich da tut und den keller unter gas setzt in der neunundfünfzigsten minute der elften stunde wird er durch einen überaus glücklichen zufer gerettet nimmt sich gerade so viel Zeit den mördern wobei er noch auf die tragfläche hinaus klettern und mit einem kerl kämpfen muss der dort soeben an einem seil gelandet ist und sich anschickt eine handgranate in die pilotenkanzel zu werfen so und hier liegt mein eigener schwager ein Mann den ich schon fast zwanzig jahre kenne und lässt sich in verbände wickeln und jammert und stöhnt nur weil so einen drei groschen granove ihm auf seiner eigenen gemütlichen treppe aufgelauert und einen tracht prügel verabreicht hat parker grinste verdrießlich ich zerbreche mir nur den kopf darüber wer das gewesen sein könnte sagte er ein ein brecher oder dergleichen war es nicht es war ein geplanter mordversuch die glühbirne war vorsätzlich entfernt worden und dann hat er sich stundenlang im kohlenverschlag versteckt gehalten seine fußspuren sieht man noch jetzt frage ich mich in gottes namen wen ich mir derart zum feind gemacht habe es kann eigentlich nicht gentleman jim oder hundskopf dan gewesen sein denn das ist nicht ihr stil wenn es vorige woche passiert wäre hätte es boxer wally gewesen sein können der arbeitet mit einem totschläger aber den haben wir eben deswegen letzten samstag abend im limehouse auf Nummer sicher gesetzt dann gibt's da noch so ein paar hoffnungsvolle bürschchen die mich auf dem kicker haben aber eigentlich traue ich es denen auch nicht ganz zu ich weiß lediglich dass der betreffende egal wer es war vor elf uhr abends im haus gewesen sein muss denn da schließt der hauswirt die tür ab und löscht das licht am eingang er hätte höchstens einen nachschlüssel haben müssen aber das ist unwahrscheinlich leider war er nicht so entgegenkommend uns etwas zu hinterlassen woran wir ihn erkennen könnten außer einem bleistift von wo wo ach einen bleistift hat er zurückgelassen ja einen drehbleistift keinen hölzernen macht er also keine hoffnung dass er uns einen schönen abdruck seiner schneidezähne oder sowas geliefert hätte zeig mal her zeig drängte whimsy bitte sehr wenn du willst kannst du ihn dir ansehen ich habe ihn schon auf fingerabdrücke untersucht aber nicht viel gefunden nur ein paar verschmierte flecken unser experte hat sie sich angesehen kann aber offenbar nichts damit anfangen holt deinem kleinen bruder doch mal den drehbleistift mary ach ja da fällt mir ein dass ich einen brief für dich habe peter in meiner linken manteltasche mary ich hatte ihn gerade erst aus dem briefkasten genommen kurz bevor es passierte mary eilte davon und kam schon bald mit dem drehbleistift und dem mantel wieder ich kann keinen brief finden parker nahm den mantel und durchsuchte mit der noch einsatzfähigen hand sorgfältig alle taschen komisch sagte er ich weiß genau dass er da war einer von diesen feinen langformatigen lila umschlägen mit goldrand und einer recht schwungvollen weiblichen handschrift oho machte whimsy der brief ist also weg seine augen schillerten vor erregung sehr bemerkenswert außerdem ist dieser drehbleistift nicht von Woolworth Charles sondern von darlings das hatte ich auch sagen wollen ist ja das gleiche so ein ding kann jeder mit sich herum tragen ha rief whimsy an dieser stelle wird sich nun mein spezialwissen bezahlt machen darlings verkaufen diese bleistifte nämlich nicht sie verschenken sie wer für mindestens ein pfund bei ihnen kauft bekommt so einen bleistift als prämie für gutes betragen wie du siehst steht da auch nicht nur darlings darauf sondern ein ganzer werbespruch bei darlings gibt's alles was gut und gar nicht teuer ist übrigens eine von pims erfolgreichsten schöpfungen der sinn der sache ist dass man jedes mal wenn man etwas auf seinen einkaufszettel schreibt daran erinnert wird wie viel sparsamer man wirtschaften kann wenn man seinen bedarf bei darlings deckt und die haben wirklich was zu bieten vor seiner lordschaft geradezu begeistert fort sie haben das baukastensystem zu einer schönen kunst entwickelt man kann auf einem darlings stuhl sitzen der aus lauter einzelteilen für einen oder einen halben schilling das stück zusammengesetzt ist und von patent stiften für sechs pence das hundert zusammen gehalten wird wenn onkel george sich drauf setzt und ein bein abbricht kauft man ein neues bein und steckt es einfach fest wenn du dir mehr wäsche kaufst als in deine darlings kommode passt nimmst du einfach die deck platte ab kaufst dir für zweieinhalb schilling ein zusätzliches schubffach baust es ein und setzt den deckel wieder drauf alles schön nummeriert und mit den besten empfehlungen und wie gesagt wenn du genug kaufst schenken sie dir einen drehbleistift dazu wer für mindestens fünf pfund kauft kriegt einen füllfederhalt das hilft uns mächtig weiter meinte parker ironisch einen verbrecher zu identifizieren der in den letzten fünf sechs monaten bei darlings für mindestens ein pfund was gekauft hat dürfte eine kleinigkeit sein nicht so voreilig ich sprach von meinem spezialwissen dieser drehbleistift ein tiefes rot mit gold beschriftung wie du siehst kommt aus keiner darlings filiale den gibt es nämlich noch gar nicht er kann nur von drei stellen stammen erstens vom hersteller zweitens von der darlings hauptverwaltung drittens von uns du meinst von pims werbedienst so ist es das ist nämlich ein ganz neuartiger drehbleistift mit verbessertem mechanismus die alten schoben die mine nur vor der hier zieht sie auch wieder zurück wenn du an dem drehst darlings waren so freundlich und sechs dutzend davon zum ausprobieren zu verehren mr parker fuhr so ruckartig hoch dass ein schmerz ihm durch kopf und schulter zuckte und er laut aufstöhnte ich halte es für höchst unwahrscheinlich fuhr lord peter fort dass du einen todfeind in der drehbleistift fabrik oder in der hauptverwaltung von darlings hast mir erscheint es viel plausibler dass der herr mit dem totsschläger oder schlagring oder sandsack oder bleirohr kurz mit dem stumpfen gegenstand aus der werbeagentur pimp kam geleitet von der adresse die du mir in deiner gewohnt freundlichen art als die meine auszugeben erlaubt hast als er meinen namen säuberlich auf den zu wohnung viergehörigen briefkasten geschrieben fand ist er hoffnungsfroh die treppe hinaufgestiegen bewaffnet mit dem totsschläger schlag ich werde verrückt rief lady mary soll das heißen du schuft dass eigentlich du anstelle meines armen geschlagenen mannes verwundet und verstümmelt hier liegen müsstest ich glaube ja antwortete whimsy mit genugtuung ich glaube es sogar ganz sicher erst recht nachdem der attentäter auch noch mit meiner privat korrespondenz abgezogen zu sein scheint ich weiß übrigens von wem der brief war von wem fragte parker von pamela dean ist doch klar deine beschreibung des umschlags lässt keinen zweifel offen von pamela dean der schwester des opfers du sagst es willis freundin genau aber wie soll er von diesem brief gewusst haben ich glaube nicht dass er davon teekränzchen ein bisschen reklame in eigener sache gemacht habe ich habe nämlich aller welt erzählt dass ich auf dem dach schießübungen mit meiner schleuder veranstaltet habe so und wer ist bitte schön alle welt die 20 leute die beim tee waren und die anderen alle denen sie es weiter erzählt haben ein ziemlich großer kreis ja ich hatte mit einer reaktion gerechnet pech dass sie nun dich und nicht mich getroffen hat allerdings pflichtete mr parker ihm mit nachdruck bei aber es hätte noch schlimmer kommen können jetzt haben wir immerhin dreierlei woran wir uns halten können erstens alle die von den schießübungen wissen zweitens alle die meine adresse kannten oder sich danach erkundigt haben und drittens natürlich den kerl der seinen drehbleistift verloren hat aber hör mal whimsy unterbrach sich gekommen haben als ich gesund und munter aufkreuzte und nicht einmal ein blaues Auge hatte warum hast du mir das alles um himmels willen nicht schon heute früh erzählt dann hätte ich die augen offen halten können wir hatten anderes zu tun sagte lady mary außerdem sind wir nicht auf die idee gekommen dass es etwas mit dir zu tun haben könnte das hättet ihr aber denken müssen wenn es irgendwo Scherereien gibt stecke immer ich dahinter aber ich will es euch noch einmal nachsehen ihr seid genug gestraft und niemand soll sagen ein whimsy könne nicht großmütig sein aber dieser Mistkerl du müsstest ihm doch wenigstens ein Andenken verpasst haben Charles oder leider nein ich habe ihn zwar an der Kehle zu fassen bekommen aber er war so dick vermummt das hast du schlecht gemacht Charles du hättest ihm eins überziehen sollen aber ich verzeihe dir nun möchte ich nur wissen ob unser Freund es noch einmal bei mir versuchen wird hoffentlich nicht unter dieser Adresse sagte Mary das will ich nicht hoffen nächstes Mal hätte ich ihn gern selber vor Augen er muss ja ziemlich auf Draht sein dass er den Brief mitgenommen hat warum in aller we ach so jetzt verstehe ich was dass heute morgen niemand bei meinem Anblick in Ohnmacht gefallen ist er muss eine Taschenlampe bei sich gehabt haben er schlägt dich nieder dann knipst er die Taschenlampe an um zu sehen ob du auch schön tot bist dabei sieht er als erstes den Brief den schnappt er sich warum weil darauf kommen wir noch zurück er schnappt ihn sich jedenfalls und dann betrachtet er deine klassischen Züge er sieht dass er den falschen erwischt hat und im selben Augenblick hört er Mary zur Attacke blasen und haut ab das wäre jetzt klar aber der Brief hätte er den Brief in jedem Falle mitgenommen oder kannte er die Handschrift wann wurde der Brief zugestellt natürlich mit der Post um halb zehn nehmen wir an der Kerl war gekommen um mich in meiner Wohnung aufzusuchen und hat den Brief im Kasten gesehen und gleich erkannt von wem er war das eröffnet uns ein weites Spekulationsfeld vielleicht sogar ein weiteres Motiv Peter sagte Lady Mary ich finde du solltest hier nicht herumsitzen und Charles mit diesen ganzen Spekulationen aufregen davon steigt nachher noch sein Fieber beim Zeus du hast recht hör zu mein Alter es tut mir furchtbar gedacht war es war wirklich ein elendes Pech und ich bin froh und dankbar dass nichts schlimmeres passiert ist aber jetzt werde ich mich aus dem Staub machen muss sowieso weg bin verabredet tschüss Wimsies erste Tat nach dem Besuch bei Parkers war ein Anruf bei Pamela Dean die er zum Glück zu Hause erreichte er erklärte ihr dass ihr Brief unterwegs verloren gegangen sei und fragte was darin war nur eine kleine Nachricht von Diane de Momery sie möchte wissen wer sie sind sie scheinen großen Eindruck gemacht zu haben man tut was man kann sagte Peter was haben sie ihr geantwortet nichts ich wusste ja nicht was sie von mir erwarteten meine Adresse haben sie ihr nicht gegeben nein die wollte sie zwar von mir wissen aber ich wollte nicht noch einen Fehler machen sagen sie ihr weiß sie eigentlich dass ich bei Pim arbeite nein ich habe mich gehütet ihr überhaupt etwas von ihnen zu erzählen nur ihren Namen habe ich ihr gesagt aber den scheint sie wieder vergessen zu haben gut also hören sie zu erzählen sie der lieben Diane dass ich ein sehr geheimnisvoller Mensch bin sie selbst wissen nie wo ich anzutreffen bin lassen sie durchblicken dass ich wahrscheinlich meilenweit weg bin in paris oder wien an irgendeinem klangvollen ort sie werden bestimmt den richtigen ton anschlagen ein bisschen philippis oppenheim mit einem schuss ethel emdell und eleanor glinn oh ja das kann ich und sie dürfen ihr auch sagen dass sie mich wahrscheinlich irgendwann wiedersehen wird wenn sie am wenigsten mit mir rechnet deuten sie an wenn es ihnen nichts ausmacht sich so vulgär auszudrücken dass ich ein windhund bin hinter dem sie alle furchtbar her sind ohne mich zu kriegen lassen sie sich etwas einfallen sorgen sie für spannung wird gemacht soll ich übrigens eifersüchtig sein wenn sie wollen gern sie soll ruhig das gefühl haben sie versuchten sie abzuwimmeln die jagd ist schwer genug da legen sie keinen wert auf konkurrenz gut das dürfte mir nicht schwer fallen wie bitte nichts ich habe nur gesagt ich werde es schon schaffen sie werden es bestimmt sehr gut machen ich verlasse mich voll und ganz auf sie danke wie kommen sie mit ihren ermittlungen voran so so erzählen sie mir irgendwann davon ja gern so wie es etwas zu erzählen gibt kommen sie mal an einem samstag oder sonntag zu mir zum tee es wäre mir ein vergnügen ich nehme sie beim wort oh ja bitte also dann gute nacht gute nacht windhund adieu whimsy legte den hörer auf hoffentlich dachte er macht die mir keine geschichten diesen jungen dingern ist nicht zu trauen von standfestigkeit keine spur höchstens dann wenn standfestigkeit ausdrücklich nicht gewünscht wird er verzog den mund zu einem schiefen grinsen und ging fort um seine verabredung mit einer jungen frau einzuhalten die ihm bisher in keiner weise entgegen zu kommen versprach und was er bei dieser gelegenheit sagte oder tat hat mit unserer geschichte nicht das allermindeste zu tun rotfuchs joe stemmte sich vorsichtig im bett hoch und sah sich im zimmer um sein älterer bruder nicht der polizist sondern der sechzehnjährige bird der nase weiß lag beruhigend tief im schlaf zusammen gekringelt wie ein hund und sicher von motorrädern träumend der schein der straßenlaterne fiel auf den unbeweglichen buckel den er unter der bettdecke machte und warf einen schwachen schimmer auf joes schmales bett unter dem kopfkissen zog joe ein schulheft und einen bleistift stummel hervor ungestörtheit gab es in joes leben kaum und so musste er die gelegenheiten beim schopf packen wie sie sich boten er leckte den bleistift an klappte das heft auf und begann die erste seite mit der großen krakeligen überschrift bericht hier stockte er er wollte mit diesem bericht ehre einlegen aber die aufsatz übungen die er in der schule hatte machen müssen waren da nicht sehr hilfreich mein lieblingsbuch was ich tun möchte wenn ich einmal groß bin was ich im zoo gesehen habe lauter schöne themen aber zu nutzen einmal war ihm die große ehre widerfahren einen blick in wallys notizbuch werfen zu dürfen wally war der polizist und darin fingen die berichte alle etwa so an um 20 uhr 30 ging ich durch die wellington street ein guter anfang nur im vorliegenden falle nicht anwendbar auch der stil von saxton blake so kraftvoll er war eignete sich besser für die schilderung packender ereignisse als für eine aufzählung von namen und fakten und über allem hing noch drohend das schwierige problem der orthographie von jeher ein stolperstein rotfuchs hatte das unbestimmte gefühl dass ein berichtvoller rechtschreibfehler nicht sehr vertrauen erweckend sein könne in dieser notsituation zog er seinen gesunden menschenverstand zu rate und fand in ihm einen guten führer am besten fange ich am an an sagte er bei sich und damit drückte er die bleistiftmine kräftig aufs papier zog die stirn in wild entschlossene falten und schrieb bericht von joseph l potz 14 ein halb jahre nach kurzem nachdenken fand er dass hierzu noch einige ergänzende angaben notwendig sein und fügte seine adresse und das datum hinzu der bericht ging dann weiter ich habe mit den anderen über die schleuder geredet bill jones sagt er weiß noch wie ich im versand gestanden bin und mrs johnson mir die schleuder weggenommen hat sam tebbett und george pike waren auch da ich habe ihnen gesagt dass mr breeden mir die schleuder wieder gegeben hat aber das leder zerrissen war und jetzt will ich wissen wer das war sie sagten alle dass sie nie an mrs johnsons schublade waren und ich glaube dass sie die wahrheit gesagt haben sir denn bill und sam sind prima kerle und george sieht man immer an wenn er flunkert und er sah ganz normal aus ich habe dann gefragt ob es einer von den anderen gewesen sein kann und sie sagen sie haben keinen mit schleuder gesehen und ich habe gesagt es ist eine schande dass ein junge nicht mal seine schleuder konfl gestrichen konfliziert kriegen kann ohne dass sie ihm einer kaputt macht und dann ist clarence madcalf gekommen das ist der älteste von uns und hat was zu sagen sir und wollte wissen was es gibt und ich hab es ihm gesagt und er hat gesagt wenn einer an mrs. johnsons schublade war ist es sehr schlimm dann hat er sie alle gefragt und alle haben nein gesagt aber Jack Bolter ist eingefallen dass mrs. Johnson mal ihre handtasche auf dem schreibtisch gelassen hat und miss parten hat sie genommen und runter in die kantinne gebracht wann frag ich und er sagt das war zwei tage nachdem mir meine schleuder weggenommen wurde und kurz nach dem lunch sir sie sehen sir sie muss da eine stunde rumgestanden haben wo keiner da war und jetzt sir wer noch alles da gewesen ist und gesehen hat wie sie mir weggenommen worden ist jetzt wo ich es mir überlege fällt mir ein dass mr proud an der treppe gestanden ist und er hat noch was zu mrs johnson gesagt und mich am ohr gezogen und dann war noch eine von den jungen dammen da ich glaube miss hartley die auf einen botenjungen gewartet hat und wie ich weg war zu mr hornby sagt sam da ist mr weatherburn gekommen und mrs johnson hat mit ihm witze darüber gemacht aber ich glaube sir dass viele leute bescht wussten weil mrs johnson es ihnen bestimmt in der kantinne erzählt hat sie erzählt immer geschichten über uns jungen weil sie das glaube ich komisch findet sir das ist alles was ich über die schleuder berichten kann sir nach der anderen sache habe ich mich anderen tun und die denken sonst nur ich frage zu viel aber ich habe mir schon einen plan dafür ausgedacht sir hoch achtungsvoll jay potz was zum teufel treibst du da joe rotfuchs war so in seinen bericht vertieft gewesen dass er bird aus den augen gelassen hatte und nun erschrak er heftig und stieß schnell das heft um das kissen nichts für dich sagte er hast die privatsache schreibst du gedichte fragte er voller verachtung geht dich überhaupt nichts an versetzte rotfuchs lass mich in ruhe gib das buch her verdankte bird nein ach du willst nicht wie nein ich will nicht hau ab rotfuchs riss mit aufgeregten fingern das heft an sich ich will das sehen lass los rotfuchs war ein zähes bürschchen für sein alter und nicht feige aber er hatte wegen des hefts die Hände nicht frei und alle vorteile hinsichtlich größe gewicht und stellung lagen bei bird der kampf war geräusch voll lass mich los du gemeiner mistkerl dir werde ich einen mistkerl geben du kleiner frech dachs au heulte rotfuchs nein ich will nicht sag ich es geht dich nichts an klatsch plums he sagte eine würdevolle stimme was ist denn hier los wally sagt bird er soll mich in ruhe lassen dann soll er nicht so frech zu mir sein ich hab ja nur wissen wollen warum er da sitzt und gedichte schreibt wenn er längst schlafen müsste das ist privat beharrte rotfuchs wirklich und ehrlich das ist ganz unheimlich privat kannst du denn den jungen nicht in ruhe lassen meinte constable potz in amtlichem ton so einen krach zu machen nachher weckt er noch dad auf und dann kriegt ihr es beide und jetzt marscht zurück ins bett mit euch alle beide sonst muss ich euch wegen ruhestörung einbuchten und du solltest längst schlafen joe und nicht gedichte schreiben das sind keine gedichte es ist etwas das ich mache für einen herrn in der firma und der hat gesagt ich soll keinem was davon verraten also pass mal auf sagte Wally potz in dem er eine große beamtete hand ausstreckte du gibst das heft jetzt mir verstanden ich leg's zu mir in die schublade und morgen früh kannst du es wieder haben und legt euch jetzt um gottes willen schlafen alle beide wirst du es auch nicht lesen Wally na schön ich werde es nicht lesen wenn du so furchtbar empfindlich bist rotfuchs gab widerstrebend aber im vertrauen auf wallys ehre das heft heraus so ist recht sagte wall und wenn ich jetzt noch was von euch höre könnt ihr euch beide auf was gefasst machen verstanden er stolzierte davon gigantisch in seinem gestreiften schlafanzug rotfuchs joe rieb sich die körperteile die bei dem kampf in mitleidenschaft gezogen worden waren zog die bettdecke fest um sich und tröstete sich in dem er sich eine neue fortsetzung jener nächtlichen erzählung vortrug deren autor und held er gleichzeitig war geschunden und zerschlagen aber ungebrochen in seinem mut ließ der berühmte detektiv sich auf sein hartes strohlager in dem rattenverseuchten verließ zurücksinken trotz seiner schmerzenden wunden war er glücklich denn er wusste dass die dokumente in sicherheit waren er musste lachen wenn er sich den verdutzten verbrecher könig vorstellte wie er in seinem vergoldeten orientalischen salon mit den zähnen knirschte wieder hereingelegt faltenauge knurrte der schurkische doktor aber nächstes mal bin ich am zug unterdessen detektive haben ein schweres leben schwerste erschütterung einer werbeagentur es geschah am freitag der woche in der alle diese auffühlenden ereignisse stattfanden dass pims werbedienst von dem großen nutragskrach erschüttert wurde der das unternehmen von den fundamenten bis zum dach erbeben ließ das sonst so friedliche haus in ein heerlager verwandelte und fast sogar das traditionelle cricketspiel der belegschaft gegen die mannschaft von brotherhood limited gefährdet hätte initiator dieses krachs war der fleißige verdauungsgestörte mr copley wie die meisten unruhestifter handelte er von anfang bis ende mit den besten absichten und wirklich wenn man aus der gelassenen und unparteilichkeit auf den aufruhr zurückblickt fällt es schwer zu sagen was er denn anderes hätte tun können als das was er tat aber wie schon mr engelby seinerzeit bemerkte es ist nicht was mr copley tut sondern wie er es tut und in der hitze und wut des kampfes wenn die leidenschaften starker männer erregt sind leidet oft die urteils fähigkeit angefangen hatte alles so am donnerstagabend um viertel nach sechs war das gebäude menschenleer bis auf die putzfrauen und mr copley der zufällig ausnahmsweise einmal überstunden machen musste um eine eilige serie von sonderangebots anzeigen für jamboree geles fertig zu machen er kam gut damit voran und hoffte um halb sieben fertig zu werden und somit pünktlich um halb acht zum abendessen zu hause zu sein da begann im versand das telefon laut und beharrlich zu klingeln holst der kuckuck sagte mr copley ärgerlich über den lärm die dürften doch wissen dass wir feierabend haben oder erwarten sie von uns dass wir die nacht durch arbeiten er arbeitete weiter und verließ sich darauf dass der krach von selbst aufhören würde er hörte auch bald auf und dafür hörte er mrs crumms schrille stimme die den anrufer belehrte dass niemand mehr im haus sei er schluckte eine natron tablette sein satz entwickelte sich herrlich der echte fruchtgeschmack wie frisch aus dem eigenen garten aprikosen gereift in der sonnigen wärme eines alten um mauerten entschuldigung sir mrs crump war schüchtern mit ihren stoffpantinen herangeschlurft und schob ängstlich den kopf um den türpfosten was gibt's denn schon wieder fragte mr tallboy ich hab schon gesagt dass alle nach hause gegangen sind aber sie sagen es ist sehr wichtig sir und da hab ich gedacht ich frag sie lieber mal worum geht's denn irgendwas mit der anzeige für morgen sir da stimmt was nicht sagen sie und ob sie sie nun ganz weglassen sollen oder ob wir ihnen etwas anderes schicken sir also gut sagte mr kopley resigniert dann gehe ich wohl besser mal hin und rede mit ihnen ich weiß nicht ob es richtig von mir war sir fuhr mrs crumb fort indem sie nervös hinter ihm dreintrippelte aber ich hab gedacht sir wenn noch einer von den herren da ist sage ich ihm besser bescheid denn ich kann ja nicht wissen ob es nicht vielleicht furchtbar wichtig ist ganz recht mrs crumb ganz recht sagte mr koppel ich denke das werde ich schon regeln können er ging mit kundiger miene ans telefon und nahm den hörer ab hallo sagte er mürrisch hier pims werbedienst was gibt's oh sagte eine stimme ist dort mr tall boy nein mr tall boy ist schon nach hause gegangen alle sind nach hause gegangen um diese zeit durften sie das doch wissen was gibt's denn also sagte die stimme es geht um den nutrax zweispalter für die morgige lokalseite was soll damit sein haben sie nicht bekommen typisch tall boy dachte mr koppel keine organisation auf diese jungen Männer war einfach kein verlass doch wir haben ihn sagte die stimme mit leichtem zweifel im ton aber mr weeks sagt wir können die anzeige nicht drucken sehen sie sie können sie nicht drucken nein sehen sie mal mr ich bin mr koppel und das ist nicht mein gebet ich weiß wirklich nichts davon was ist denn damit also wenn sie die anzeige vor sich hätten wüssten sie was ich meine sie kennen doch die schlagzeile nein bellte mr koppel außer sich ich sagte ihnen doch schon dass es mich nichts angeht und ich das ding nie gesehen habe oh sagte die stimme mit irritierender fröhlichkeit also die schlagzeile lautet haben sie sich zu sehr verausgabt tja und mr weeks findet dass da in verbindung mit der skizze eine etwas unglückliche zweideutigkeit hineingelesen sagte mr koppel bedächtig seine 15 jährige erfahrung sagte ihm dass dies eine katastrophe war da half kein bitten und gut zureden wenn der morning star sich in den kopf setzte dass eine anzeige eine versteckte zweideutigkeit enthielt dann druckte er sie nicht und wenn der himmel einstürzte und es war auch besser so fehler dieser art brachten das angepriesene produkt in verruf und schadeten dem ansehen der verantwortlichen werbeagentur mr kopley stellte sich ungern vor wie der morning star an der börse zu wucherpreisen verkauft würde damit die schmierfinken etwas zu lachen hätten doch mitten in seinem ärger hatte er auch das triumph gefühl des jeremias dessen prophezeiungen sich erfüllten er hatte ja schon immer gesagt dass diese junge generation von werbetextern nichts taugte viel zu viel von diesem neumodischen universitätsvolk flatterhaft kein ordentlicher geschäftssinn gedankenlos er aber verstand sich auf so etwas er trug den krieg sofort ins lager des feindes so etwas sollten sie uns früher sagen forderte er streng es ist lächerlich hier um viertel nach sechs anzurufen wenn wir längst feierabend haben was erwarten sie denn jetzt noch von uns unsere schuld ist das nicht antwortete die stimme gut gelaunt das klischee wurde erst vor zehn minuten gebracht wir bitten mr tallboy jedes mal uns die klischees früher zu schicken eben um solche situationen zu vermeiden mr copley sah seine prophezeiungen mehr und mehr bestätigt schlamperei wohin man blickte das war es mr tallboy war pünktlich um halb sechs nach hause gegangen mr copley hatte ihn gehen sehen die stierten doch alle den ganzen tag nur auf die uhr tallboy hatte nicht nach hause zu gehen bevor er von der zeitung die bestätigung hatte dass die klischees angekommen waren und alles eine ordnung hatte und wenn außerdem der bote das päckchen erst um fünf nach sechs abgeliefert hatte war er entweder zu spät losgegangen oder hatte unterwegs gebummelt keine solch albernen fehler aber jetzt musste etwas geschehen das ist sehr dumm sagte mr copley also gut ich versuche jemanden zu erreichen wann müssen sie die änderung spätestens haben bis sieben muss sie hier sein antwortete die stimme unnachgiebig eigentlich wartet die gießerei schon jetzt auf die seite für die martha fehlt uns nur noch ihre anzeige aber ich habe mit works gesprochen und er auf schnell ging er im geiste die liste der leute durch die diese situation zu bereinigen imstande war mr tallboy der gruppenleiter mr weatherburn sein gruppensekretär mr armstrong der verantwortliche chef der textabteilung der verfasser des anzeigentextes wer es auch sein mochte und als letzte zuflucht mr pym der zeitpunkt war denkbar unglücklich mr tallboy wohnte in croydon und schaukelte und ist wahrscheinlich noch im zug mr weatherburn er hatte genau genommen keine ahnung wo der wohnte aber wahrscheinlich war es ein noch abgelegenerer vorort mr armstrong wohnte in hamstead er stand nicht im telefonbuch aber seine nummer war zweifellos beim empfang registriert es bestand eine gewisse chance ihn zu erreichen mr copley eilte nach unten fand die liste und die nummer und rief an nach zwei falschen verbindungen kam er durch mr armstrong haushälterin meldete sich mr armstrong sei ausgegangen sie wisse nicht wohin er gegangen sei und wann er zurückkomme ob sie ihm etwas ausrichten könne mr copley sagte es sei nicht wichtig und legte auf halb sieben er ging noch einmal das telefon verzeichnis durch mr weatherburn stand nicht darin und hatte wahrscheinlich kein telefon mr tallboys name war verzeichnet ohne große hoffnung ließ mr copley sich mit der nummer in creighton verbinden aber nur um erwartungsgemäß zu hören dass mr tallboy noch nicht zu hause sei mr copleys herz sang immer tiefer als er nun noch bei mr pym anrief mr pym sei in diesem augenblick aus dem haus gegangen wohin es sei dringend mr und mrs pym seien mit mr armstrong im fraskati oh ja mr pym habe einen tisch für halb acht bestellt er sei noch nicht da ob man ihm etwas ausrichten könne wenn er komme mr copley hinterließ die bitte mr pym oder mr armstrong möchten ihn möglichst vor sieben uhr in der firma anrufen obwohl er im innersten überzeugt war dass dabei nichts herauskommen würde zweifellos waren die feinen herrendirektoren zuvor auf irgendeiner Cocktail party er sah auf die uhr viertel vor sieben im selben augenblick klingelte wieder das telefon es war wie erwartet der morning star der ungeduldig auf instruktionen wartete ich kann niemanden erreichen erklärte mr copley was sollen wir denn tun die anzeige weglassen wenn sie lieber leser einen weißen fleck in der zeitung finden auf dem steht dieser anzeigen raum ist reserviert für die firma so und so dann denken sie sich vielleicht nichts dabei aber für jeden der etwas von der arbeit einer werbeagentur versteht tragen diese worte das unauslöschliche schändliche brandmal der unfähigkeit und des versagens die agentur der firma so und so ist ihrer aufgabe nicht gewachsen zu ihrer entschuldigung ist nichts zu sagen so etwas darf es nicht geben so sehr mr copley ist dieser bande von schlampern und hohlköpfen in seiner wut auch gegönnt hätte wenn der anzeigenraum frei geblieben wäre stieß er darum doch hastig hervor nein nein auf keinen fall bleiben sie am apparat ich will sehen was ich tun kann somit handelte er ganz wie sich es gehörte denn es ist das erste und nahezu einzige gebot der geschäftsmoral das die firma an erster Stelle zu stehen hat er hastete über den korridor und stürzte in mr tall boys zimmer das auf dem selben flur lag wie der versand und die textabteilung an dem der eisentreppe entgegengesetzten ende in einer minute war er da nach einer weiteren minute des wühlens in mr tall boys schubladen hatte er was er suchte einen probeabzug von diesem dämlichen notrags zweispalter ein einziger blick bestätigte ihm dass mr weeks zweifel voll gerechtfertigt waren skizze und schlagzeile jede für sich ganz harmlos waren in dieser kombination mörderisch ohne sich erst lange zu fragen wie so ein offenkundiger schnitzer den adleraugen der abteilungsleiter entgangen sein konnte setzte mr copley sich hin und zückte seinen bleistift an der skizze war nichts mehr zu ändern sie als auch zu der ersten zeile des anzeigentextes passte und die ungefähr gleich lang war wie das original in großer eile schmierte er ein paar ideen hin und strich sie wieder durch arbeit und kummer zerren an den nerven das lag im ton ungefähr richtig war jedoch ungünstig für die zeilen aufteilung es klang auch ein bisschen platt und stimmte außerdem nicht ganz im text war nicht von arbeit die rede sondern von über arbeit um sorgen und über arbeit um nein das klang nach nichts anspannung und hektik schon viel besser aber was kam danach damit es nicht so lang wurde die schlagzeile füllte drei zeilen viel zu viel fand mr kopley für einen zweispalter und war so aufgeteilt haben sie sich zu sehr verausgabt verzweifelt kritzelte er weiter versuchte hier einen buchstaben und da ein wort ein zu sparen nerven nerven kraft die minuten flogen dahin aber ja wie war's denn damit anspannung und hektik kost nerven kraft nicht eben genial aber richtig im ton unanfechtbar und ohne weiteres unter zu bringen gerade wollte er zu seinem telefon zurück laufen als ihm einfiel das Mr. Torboys Apparat vielleicht noch mit der Zentrale verbunden war er nahm den hörer ab ein beruhigendes summen sagte ihm dass dies der fall war er sprach hastig sind sie noch dran ja passen sie auf können sie die schlagzeile herausnehmen und den gaudi halbfett neu setzen ja doch das können wir wenn wir es sofort bekommen ich diktiere gut schießen sie los fangen sie genau da an wo es jetzt mit haben sie sich bei zu sehr in der zweiten zeile haben richtig die zeile heißt jetzt anspannung ja in versalien haben sie das ja nächste zeile gleiche größe versalien ein gefährt einzug plus zeichen hektik fertig haben sie ja jetzt dritte zeile noch ein gefährt einzug gaudi 24 punkt kursiv gemeine kosten nerven kraft ausrufe zeichen haben sie ja ich wiederhole gaudi halb fett erste zeile versalien gleicher anfang wie im original anspannung zweite zeile ein gefährt einzug versal plus hektik dritte zeile ein weiteres gefährt ein zug gaudi 24 punkt kursiv gemeine kosten nerven kraft ausrufe zeichen zeilen abstände wie im original richtig so stimmt haben sie herzlichen dank keine ursache ich danke ihnen entschuldigen sie die belästigung wiederhören wiederhören mr kopley ließ sich zurücksinken und wischte sich die stirn ab es war geschafft die firma war gerettet es hatten schon leute für geringeres kostbare Umschlag mit fortgefegt und vernichtet worden wäre, wenn er nun im Papierkorb gelandet und von dort in den Sack und schließlich in die Papiermühle gewandert wäre oder womöglich gar in die Heizanlage, irgendeine unschuldige Person wäre in falschen Verdacht geraten und diesen Makel ihr Leben lang nicht mehr losgeworden. Es war unverzeihlich von Mr. Torboy. So etwas war wirklich böse. Natürlich konnte Mr. Copley sich genau vorstellen, wie das passiert war. Mr. Torboy hatte diese große Summe bekommen. Von wem? Es lag kein Brief dabei, aber das ging Mr. Copley wohl kaum etwas an. Vielleicht war es ein Gewinn vom Hunderennen oder etwas ähnlich Verwerfliches und mit ins Büro gebracht, um sie bei der Metropolitan und Counties Bank an der Ecke Southampton Row einzuzahlen, wo die meisten Kollegen ihr Konto hatten. Aber irgendetwas war ihm dazwischen gekommen, sodass er den Betrag nicht mehr fortbringen konnte, bevor die Bank schloss. Anstatt nun aber den Umschlag in die Tasche zu stecken, hatte er ihn einfach in seinen Schreibtisch geworfen und war, wie üblich, Schlag halb sechs, Hals über Kopf nach Hause gerannt und hatte das Geld vergessen. Und wenn er seitdem noch einen Gedanken daran verschwendet hatte, dann höchstens, wie Mr. Copley sich empört ausmalte, in dem Sinne, dass alles in bester Ordnung sei. Dem Mann gebührte wirklich eine Lektion. Bitte sehr, die sollte er haben. Das Geld würde in sicheren Gewahrsam genommen werden, und Mr. Copley würde Mr. Tallboy morgen früh gründlich ins Gewissen reden. Er zögerte noch einen Augenblick und überlegte, welche Möglichkeit hier wohl die beste sei. Wenn er das Geld mit nach Hause nahm, bestand die Gefahr, dass es ihm unterwegs gestohlen wurde, und das wäre sehr unangenehm. Besser nahm er das Geld mit in sein eigenes Zimmer und schloss es dort sicher in der untersten Schublade seines Schreibtisches ein. Mr. Copley gratulierte sich zu seiner weitblickenden Gewissenhaftigkeit, die ihn um eine Schublade mit einem anständigen Schloss hatte bitten lassen. Er trug also das Geld in sein Zimmer, schob es unter einen Stapel vertraulicher Papiere, bei denen es um künftige Kampagnen für Konservennahrung und Gelees ging, räumte seinen Schreibtisch auf, schloss ihn ab, steckte den Schlüssel ein, bürstete Hut und Mantel ab und trat seinen tugendhaften Gang nach Hause an, nicht ohne beim Weg durch den Versand noch den Hörer aufzulegen. Er trat durch den Hauptausgang auf die Straße und ging auf die andere Seite hinüber, bevor er sich nach Süden zur Straßenbahnhaltestelle Theobalds Road wandte. Drüben angekommen, schaute er zufällig noch einmal zurück und sah Mr. Tallboy auf der gegenüberliegenden Seite aus Richtung Kingsway kommen. Mr. Copley blieb stehen und sah ihm nach. Mr. Tallboy verschwand im Eingang zu Pims Werbedienst. »Aha«, dachte Mr. Copley bei sich, »endlich ist ihm doch das Geld wieder eingefallen.« An dieser Stelle wäre nun Mr. Copleys Verhalten erstmals zu kritisieren. Man sollte meinen, dass kollegiales Mitgefühl ihn veranlasst haben, würde sich noch einmal durch den Straßenverkehr zu wagen, in die Agentur zurückzukehren, nach oben zu fahren, den besorgten Mr. Tallboy ausfindig zu machen und zu ihm zu sagen, »Hören Sie mal, mein Junge, ich habe einen eingeschriebenen Umschlag, der Ihnen gehört, herumliegen sehen und in Verwahrung genommen. Und apropos dieser Zweispalter für Notrags.« Aber das tat er nicht. Wollen wir uns zu seinen Gunsten ins Gedächtnis zurückrufen, dass es inzwischen halb acht war und er somit kaum noch eine Chance hatte, vor halb neun zu seinem Abendessen zu kommen, dass er ferner einen empfindlichen Magen hatte und sehr auf Regelmäßigkeit angewiesen war und dass er schließlich einen langen Arbeitstag hinter sich hatte, endend mit einer gänzlich überflüssigen Aufregung und Hektik, die zudem auf das Konto des liederlichen Mr. Tallboy ging. »Das soll er ruhig büßen,« sagte Mr. Koppeligrimmig, »es geschieht ihm ganz recht.« Er stieg in seine Bahn und trat den trostlos langen Weg in einen abgelegenen nördlichen Stadtteil an. Und während er so dahin rumpelte und zockelte, malte er sich aus, wie er es andern Tags Mr. Tallboy geben und von denen da oben Lob und Anerkennung einheimsen würde. Aber da war ein Faktor in Mr. Koppeligs Rechnung, den er im Vorgefühl seines Triumphs nicht berücksichtigt hatte, nämlich dass er, um die volle Wirkung und Pracht seines Theaterkuhs entfalten zu können, unbedingt vor Mr. Tallboy in der Firma sein musste. In seinem Tagtraum hatte er das für gegeben gehalten, mit Recht, denn er war allzeit ein pünktlicher Mensch, während Mr. Tallboy meist pünktlicher ging, als er kam. Mr. Koppelig hatte sich das so vorgestellt, dass er, nachdem er um neun Uhr Mr. Armstrong in angemessener Form informiert hätte, im Verlauf dieses Gesprächs würde dann Mr. Tallboy hinzugerufen und seinen Rüffel bekommen, den reugen Gruppenleiter beiseite nehmen, ihm einen Vortrag über Ordnung und Rücksicht auf andere halten und dann mit einer väterlichen Ermahnung die 50 Pfund zurückgeben würde. In der Zwischenzeit würde Mr. Armstrong die Nutrax-Geschichte den anderen Direktoren erzählen, die sich zu so einem verlässlichen, erfahrenen und treuen Mitarbeiter gratulieren würden. Die Worte fügten sich in Mr. Koppeligs Kopf schon zu einem kleinen Werbespruch. »In Krisen ist auf Koppelig stets Verlass!« Aber es kam ganz anders. Es fing schon damit an, dass Mr. Koppeligs später Heimkehr am Donnerstagabend ihm ein häusliches Ungewitter eintrug, das bis in die Nacht dauerte und selbst am nächsten Morgen noch vernehmlich nachgerollte. »Während du mit all diesen Leuten telefoniert hast,« sagte Mrs. Koppelig bissig, »war es dir wohl zu viel, auch einmal an deine Frau zu denken?« »Natürlich, ich bin ja auch nicht wichtig. Was kümmert es denn dich, dass ich hier rumsitze und mir alles Mögliche ausmale. Na gut. Aber mach mir keinen Vorwurf, wenn jetzt das Hühnchen hart wie Stroh ist, die Kartoffeln zerkocht sind und du dir wieder Magenbeschwerden damit holst.« Das Hühnchen war hart wie Stroh, die Kartoffeln waren zerkocht und infolgedessen holte Mr. Koppelig sich damit heftige Magenbeschwerden, die seine Frau mit Natrontabletten, Wismut und Wärmflaschen lindern helfen musste, nicht ohne ihm bei jeder Handreichung von neuem die Meinung zu sagen. Erst um sechs Uhr morgens fiel er in einen tiefen, wenig erholsamen Schlaf, aus dem seine Frau ihn um Viertel vor acht mit den Worten weckte, »Wenn du heute zur Arbeit gehen willst, Frederick, solltest du allmählich aufstehen. Wenn du aber nicht gehst, sag es wenigstens, damit ich anrufen und dich entschuldigen kann. Ich habe dich schon dreimal gerufen und dein Frühstück wird kalt.« Wie gern hätte Mr. Koppelig der scheußliche Kopfschmerzen über dem rechten Auge und einen widerwärtigen Geschmack im Mund hatte, sie ermächtigt ihn in der Firma zu entschuldigen. Wie gern hätte er sich auf dem Kissen umgedreht und seine Leiden im Schlaf begraben. Aber die Erinnerung an den Nutrax-Zweispalter und die fünfzig Pfund brandete wie eine Flutwelle über ihn hinweg und spülte ihn aus dem Bett. Im Licht des Morgens, begleitet von tanzenden schwarzen Punkten vor seinen Augen, verlor die Vorschau auf seinen Triumph gar manches von ihrem Glanz. Dennoch konnte er es nicht einfach bei einer telefonischen Erklärung bewenden lassen. Er musste an Ort und Stelle sein. Er rasierte sich mit zitternder Hand und schnitt sich in der Eile. Das Blut ließ sich nicht stillen, es tropfte auf sein Hemd. Er riß sich dieses Kleidungsstück vom Leib und rief nach einem frischen. Mrs. Koppelig brachte es ihm, nicht ohne Vorwurf. Es schien, als ob der Wunsch nach einem frischen Hemd am Freitagmorgen den ganzen Haushalt durcheinander brächte. Um zehn Minuten nach acht setzte er sich endlich zum Frühstück nieder, von dem er nichts hinunterbrachte. Seine Wange zierte ein lächerlicher Wattebausch. Seine Ohren dröhnten von Migräne und ehrlichem Gezeter. Der Zug um acht Uhr fünfzehn war nicht mehr zu erreichen. Verdrieslich nahm er den nächsten um acht Uhr fünfundzwanzig. Um viertel von neun wurde dieser Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof King's Cross, zwanzig Minuten aufgehalten, weil ein Güterzug entgleist war. Um halb zehn schlich Mr. Koppelig niedergeschlagen in die Agentur und wünschte, er wäre nie geboren. Als er aus dem Aufzug trat, begrüßte ihn der Pförtner mit der Nachricht, dass Mr. Armstrong ihn sofort zu sprechen wünsche. Mr. Koppelig trug wütend seinen Namen tief unterhalb des roten Strichs ein, der die pünktlichen, von den zu spät gekommenen Trente, nickte und wünschte sofort, er hätte nicht genickt, denn ein jäher Schmerz durchzuckte seinen armen Kopf. Er stieg die Treppe empor und begegnete Miss Parton. Die Mutter rief »Ah, da sind Sie ja, Mr. Koppelig! Wir hatten Sie schon verloren geglaubt! Mr. Armstrong möchte Sie sprechen!« »Ich gehe gerade hin«, antwortete Mr. Koppelig ungehalten. Er ging in sein Zimmer, zog den Mantel aus und überlegte, ob ein Aspirin seinen Kopfweh heilen oder nur seine Magenschmerzen verschlimmern würde. Da klopfte Rotfuchs Joe an seine Tür. »Bitte sehr, Sir, Mr. Armstrong lässt fragen, ob Sie einen Augenblick Zeit für ihn haben.« »Schon gut, schon gut«, sagte Mr. Koppelig. Er torkelte auf den Korridor hinaus und fiel beinahe Mr. Engelby in die Arme. »Hallo«, rief dieser. »Sie werden schon gesucht, Mr. Koppelig. Eben wollten wir den Stadtausrufer nach Ihnen schicken. Jetzt sollten Sie sich aber schleunigst mal bei Mr. Armstrong blicken lassen.« »Tallboy verlangt Ihr Blut!« »Ha!« sagte Mr. Koppelig. Er schob Mr. Engelby beiseite und machte sich auf den Weg, nur um Mr. Breeden vor der Tür zu seinem Zimmer anzutreffen, bewaffnet mit einem schwachsinnigen Grinsen und einer Maultrommel. »Seht, da kommt er! Preisgekrönt!«, sang Mr. Breeden und ließ der Bemerkung ein paar Töne auf seinem Instrument folgen. »Affe«, sagte Mr. Koppelig, woraufhin Mr. Breeden zu seinem Entsetzen vor ihm auf dem Korridor drei saubere Räder schlug, die ihn genau bis vor Mr. Armstrongs Tür brachten, aber gerade noch außerhalb von Mr. Armstrongs Blickfeld. Mr. Koppelig klopfte an die Glasscheibe, durch die er Mr. Armstrong an seinem Schreibtisch sitzen, Mr. Tallboy erzürnt und aufrecht davor stehen und Mr. Henkin in seiner gewohnten, leicht zögernden Haltung an der gegenüberliegenden Wand lehnen sah. Mr. Armstrong sah auf und winkte Mr. Koppelig herein. »Ah«, sagte Mr. Armstrong, »da ist der Mann, den wir suchen. Ein bisschen spät heute Morgen, nicht wahr, Mr. Koppelig?« Mr. Koppelig erklärte, dass es unterwegs ein Zugunglück gegeben habe. »Wegen dieser Zugunglücke muss einmal was geschehen?« sagte Mr. Armstrong. »Immer wenn Pimsleute reisen, verunglücken die Züge. Ich muss einmal an die Eisenbahndirektion schreiben.« Mr. Koppelig sah, dass Mr. Armstrong heute wieder seinen albernen Tag hatte, an dem er einem so richtig auf die Nerven gehen konnte. Er antwortete nicht. »Also, Mr. Koppelig«, fuhr Mr. Armstrong fort, »was war denn nun los mit diesem Nutrax-Zweispalter? Wir haben eben ein aufgeregtes Telegramm von Mr. Jollop bekommen. Ich kann den Mann beim Morningstar nicht erreichen. Wie heißt der noch?« »Weeks«, sagte Mr. Tallboy. »Weeks«, komischer Name, »aber wie ich von jemandem gehört habe, beziehungsweise wie Mr. Tallboy gehört hat, haben Sie gestern Abend die Nutrax-Schlagzeile geändert. Ich zweifle nicht, dass Sie einen ausgezeichneten Grund dafür hatten, aber nun wüsste ich gern, was wir Mr. Jollop sagen sollen.« Mr. Koppelig nahm alle Kraft zusammen und berichtete ausführlich über die Krise von gestern Abend. Er hatte das Gefühl, sich selbst nicht ganz gerecht zu werden. Aus einem Augenwinkel sah er den Wattebausch albern an seiner Wange auf- und niedertanzen. Nachdrücklich und mit aller Schärfe wies er auf die überaus unglückliche Anspielung hin, die sich aus der Skizze im Zusammenhang mit der ursprünglichen Schlagzeile ergab. Mr. Armstrong wirrte vor Lachen. »Meine Güte«, rief er, »da haben Sie uns aber erwischt, Tallboy. Von wem ist die Schlagzeile? Das muss ich Mr. Pimm erzählen. Teufel aber auch, wie ist Ihnen denn das entgangen, Tallboy?« »Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen«, erklärte Tallboy mit unerklärlicher Weise hochrotem Kopf. Mr. Armstrong lachte von neuem los. »Ich glaube, die Schlagzeile ist von Engelby«, ergänzte Mr. Tallboy. »Ausgerechnet Engelby«! Mr. Armstrongs Heiterkeit war nicht mehr zu bremsen. Er drückte auf einen Knopf auf seinem Schreibtisch. »Miss Parton, schicken Sie Mr. Engelby mal zu mir.« Als Mr. Engelby kam, lässig und unverschämt wie immer, schob Mr. Armstrong ihm halb sprachlos vor Belustigung den Abzug der Originalanzeige zu, begleitet von einem so barbarisch eindeutigen Kommentar, dass Mr. Kopley rot wurde. Mr. Engelby, unerschrocken, krönte die Situation mit einer noch schamloseren Bemerkung und Miss Parton, die mit einem Stenogrammblock in der Hand wartend da stand, gluckste geziert. »Aber wissen Sie es,« sagte Engelby, »das ist nicht meine Schuld. Ich hatte für die Skizze ursprünglich einen von beruflichen Pflichten überlasteten Mann vorgesehen. Wenn nun diese Unschuldslämmer im Atelier meinen wohlanständigen Vorschlag ignorieren und stattdessen ein männliches Synonym und ein weibliches Synonym malen, die aussehen, als wenn sie die Nacht durchgemacht hätten, muss ich jede Verantwortung dafür ablehnen.« »Haha!«, machte Armstrong, »das ist typisch, Barrow. Ich will doch nicht hoffen, dass Barrow...« Die Fortsetzung dieses Satzes war mehr ein Kompliment für die Tugendhaftigkeit des Atelierleiters als für seine Männlichkeit. Mr. Hankin brach plötzlich in brüllendes Gelächter aus. »Mr. Barrow verwirft sehr gern die Vorschläge, die von den Textern kommen,« sagte Mr. Copley, »ich möchte nicht annehmen, dass dahinter so etwas wie innerbetriebliche Eifersucht steckt. Aber Tatsache ist...« Aber Mr. Armstrong war so guter Dinge, dass er ihm gar nicht zuhörte und stattdessen unter allgemeinem Beifall einen Limerick rezitiert. »Ist schon gut, Mr. Copley«, sagte er, nachdem er sich halbwegs wieder gefasst hatte. »Sie haben völlig richtig gehandelt. Ich werde Mr. Jollop die Sache erklären.« »Den trifft der Schlag.« »Er wird sich wundern, dass Sie das haben durchgehen lassen,« meinte Mr. Hankin. »Und mit Recht«, stimmte Mr. Armstrong ihm fröhlich zu, »es kommt ja nicht oft vor, dass ich eine Zweideutigkeit übersehe. Ich muss gestern nicht in Form gewesen sein.« »Und Sie auch nicht, Toreboy.« »Oh Gott!« »Mr. Pim wird dazu noch einiges zu sagen haben. Ich freu mich schon auf sein Gesicht. Wenn das Ding doch nur durchgeschlüpft wäre. Er hätte die ganze Abteilung rausgeschmissen.« »Es wäre jedenfalls sehr unangenehm gewesen«, sagte Mr. Copley. »Natürlich. Ich bin sehr froh, dass der Morningstar es noch gemerkt hat. Also gut, das wäre erledigt.« »Nun, Mr. Hankin, zu dieser ganzseitigen Sopo-Anzeige.« »Ich hoffe«, sagte Mr. Copley, »dass Sie mit dem zufrieden sind, was ich getan habe. Ich hatte ja nicht viel Zeit.« »Völlig richtig.« »Völlig richtig«, sagte Mr. Armstrong. »Ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber am Rande bemerkt, Sie hätten schon jemandem Bescheid sagen können. Ich hing heute Morgen ziemlich in der Luft.« Mr. Copley erklärte, dass er versucht habe, Mr. Pim, Mr. Armstrong, Mr. Torboy und Mr. Weatherburn zu erreichen, aber vergebens. »Aha, verstehe«, sagte Mr. Armstrong. »Aber warum haben Sie es nicht bei Mr. Hankin versucht?« »Ich bin immer ab sechs zu Hause«, fügte Mr. Hankin hinzu, »und gehe selten aus. Und wenn ich ausgehe, hinterlasse ich immer, wo ich zu erreichen bin.« Das war ein Seitenheb gegen Mr. Armstrong. Mr. Copley packte die Verzweiflung. Er hatte Mr. Hankin glatt vergessen und wusste nur zu gut, dass Mr. Hankin bei seiner ganzen zurückhaltenden Art alles, was nach Nicht-Achtung roch, sehr leicht übel nahm. »Natürlich«, stammelte er, »natürlich, ja doch, das hätte ich tun sollen, aber da Nutrax Irrkunde ist, Mr. Armstrong, dachte ich, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass Mr. Hankin...« Das war ein schlimmer taktischer Fehler. Erstens verstieß es gegen das große, pimsche Prinzip, dass jeder in der Textabteilung bereit und in der Lage zu sein hatte, die Arbeit jedes anderen zu übernehmen, wenn Not am Mann war. Und zweitens schloss es die Andeutung ein, dass Mr. Hankin weniger wendig sei als Mr. Copley selbst. »Nutrax«, sagte Mr. Hankin leicht von oben herab, »gehört gewiss nicht zu meinen Lieblingskunden, aber ich bin zu meiner Zeit auch damit fertig geworden.« Dies war erneut ein Seitenhieb gegen Mr. Armstrong, der manchmal seine Launen hatte und dann unter dem Vorwand nervöser Erschöpfung alle seine Kunden Mr. Hankin aufhalste. »Jedenfalls übersteigt es meine Fähigkeiten nicht mehr als die eines kleinen Texters.« »Nun, nun«, griff Mr. Armstrong schnell ein, bevor Mr. Hankin etwas wirklich Ungehöriges tat, nämlich einen Mitarbeiter der eigenen Abteilung vor dem Angehörigen einer anderen Abteilung herunterzuputzen. »Es ist ja nicht so wichtig, und Sie haben in einer unangenehmen Lage Ihr Bestes getan. Kein Mensch kann an alles denken.« »Also, Mr. Hankin«, er entließ die niederen Chargen mit einem Kopfnicken, »nun wollen wir die Sopo-Frage ein für alle Mal klären.« »Gehen Sie nicht, Miss Parton, Sie sollen noch etwas notieren.« »Das mit Nutrax erledige ich, Mr. Tallboy. Lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen.« Die Tür schloss sich hinter Mr. Copley, Mr. Engelby und Mr. Tallboy. »Mein Gott«, sagte Mr. Engelby, »was für ein Theater! Spannungsgeladen von Anfang bis Ende. Fehlte nur noch Barrow, um das Glück vollkommen zu machen. Da fällt mir ein, dass ich zu ihm muss und ihn ein bisschen auf den Arm nehmen. Das wird ihm künftig lehren, meine intelligenten Vorschläge zu verwerfen. Ach, hallo, da ist ja die Mietjahrt. Der muss ich noch schnell erzählen, was Armstrong über Barrow gesagt hat.« Er verschwand in Miss Mietjahrts Zimmer, aus dem schon bald ein höchst undamenhaftes Lachen erscholl. Mr. Copley, dessen Kopf sich anfühlte, als ob er voller Granitbrocken wäre, die dauernd gegen seine Schädeldecke krachten, begab sich steifbeinig in Richtung seines eigenen Reviers. Als er durch den Versand kam, hatte er eine Vision von Mrs. Crump, die in Tränen aufgelöst vor Mrs. Johnsons Schreibtisch stand, aber er achtete nicht weiter darauf. Sein einziger verzweifelter Wunsch war, Mr. Tallboy abzuschütteln, der ihm grimmig entschlossen auf den Fersen blieb. »Oh, Mr. Tallboy!« Mrs. Johnsons schriller Ruf war für Mr. Copley wie ein Befreiungssignal. Wie ein Kaninchen schoss er in seinen Bau. Er musste jetzt das Aspirin nehmen und es auf die Folgen ankommen lassen. Hastig schluckte er drei Tabletten auf einmal, ohne sich zuerst auch nur ein Glas Wasser zu holen, setzte sich auf seinen Drehstuhl und schloss die Augen. »Rums! Rums! Rums!« machten die Steine in seinem Kopf. Wenn er doch nur so sitzen bleiben könnte, ganz still, nur ein halbes Stündchen. Die Tür wurde heftig aufgestoßen. »Hören Sie mal, Copley!« sagte Mr. Tallboy mit einer Stimme wie ein Pressluftbohrer. »Als Sie gestern Abend in meinem Schreibtisch gewühlt haben, hatten Sie da etwa die bodenlose Unverschämtheit, in meinen Privatsachen herumzuschnüffeln?« »Um Himmels Willen,« stöhnte Mr. Copley, »machen Sie doch nicht solchen Lärm. Ich habe einen Kopf zum Zersprengen.« »Es ist mir, Schnurzpiep, egal, was Sie für einen Kopf haben,« erwiderte Mr. Tallboy, wobei er die Tür hinter sich zuwarf, dass es klang wie ein Kanonenschuss. »Gestern Abend war in meinem Schreibtisch noch ein Umschlag mit 50 Pfund, und der ist weg. Und diese alte Beiwort Mrs. Crump sagt, sie hat sie in meinen Papieren herum...« »Ordinäres Wort. Sehen!« »Ich habe Ihre 50 Pfund hier. «, entgegnete Mr. Copley mit aller Würde, die er aufbieten konnte. »Ich habe Sie für Sie an einem sicheren Ort aufbewahrt. Und ich muss sagen, Tallboy, dass ich es äußerst rücksichtslos von Ihnen finde, Ihr Eigentum so vor den Augen der Putzfrauen herumliegen zu lassen. Das ist eine Gemeinheit. Sie sollten da etwas rücksichtsvoller sein. Und ich habe nicht in Ihrem Schreibtisch gewühlt, wie Sie es ausdrücken. Ich habe nur nach dem Bürstenabzug des Nutrax-Zweispalters gesucht, und als ich den Schreibtisch wieder zuschloss, ist dieser Umschlag herausgefallen. Er bückte sich, um seine Schublade aufzuschließen, und fühlte dabei einen grässlichen Schmerz. »Wollen Sie sagen«, rief Mr. Tallboy, »dass Sie die unaussprechliche Frechheit hatten, mein Geld mit in Ihr verdammtes Zimmer zu nehmen?« »In Ihrem Interesse«, sagte Mr. Copley, »ich pfeif auf Ihr Interesse. Warum zum Teufel konnten Sie es nicht in ein Fach legen, statt Ihre Finger da hineinzustecken?« »Ist Ihnen nicht klar?« »Mir ist nur eines klar«, sagte Mr. Tallboy, »nämlich, dass Sie ein«, »nicht druckreif«, »seniler, idiotischer Schnüffler« sind. »Wieso Sie da Ihre Nase hineinstecken muss«, »wirklich, Mr. Tallboy. Was ging die Sache Sie überhaupt an?« »Die Sache ging jeden etwas an«, sagte Mr. Copley, so zornig, dass er darüber fast sein Kopfweh vergaß, dem das Wohl der Firma am Herzen liegt. Ich bin wesentlich älter als Sie, Mr. Tallboy, und zu meiner Zeit hätte ein Gruppenleiter sich geschämt, aus dem Haus zu gehen, bevor er Gewissheit hatte, dass mit seiner Anzeige für den nächsten Tag alles in Ordnung war. Es ist mir schon unbegreiflich, wie Sie so eine Anzeige überhaupt durchgehen lassen konnten. Dann haben Sie die Klischees zu spät geliefert. Sie wissen vielleicht noch gar nicht, dass es erst um fünf nach sechs beim Morningstar angekommen ist. Fünf Minuten nach sechs! Und statt auf Ihrem Posten zu sein, um eventuelle Korrekturen vornehmen zu können. »Ich brauche mich von Ihnen nicht über meine Aufgaben belehren zu lassen«, sagte Mr. Tallboy. »Entschuldigung, das glaube ich aber doch. Und was hat das überhaupt hiermit zu tun? Hier geht es darum, dass Sie Ihre Nase in meine Privat angelegt.« »Das habe ich nicht. Der Umschlag ist doch...« »Das ist eine gemeine Lüge!« »Entschuldigung, es ist die Wahrheit.« »Sagen Sie nicht dauernd Entschuldigung wie eine Küchenmarkt.« »Verlassen Sie mein Zimmer«, schrie Mr. Kopley. »Ich verlasse Ihr vermaledeites Zimmer nicht, bevor ich eine Entschuldigung von Ihnen zu hören bekomme.« »Ich glaube, die Entschuldigung müsste ich von Ihnen bekommen.« »Sie«, Mr. Tallboys Stimme überschlug sich fast. »Sie«, »Wieso in drei Teufelsnamen konnten Sie nicht wenigstens so viel Anstand besitzen und mich anrufen?« »Sie waren ja nicht zu Hause.« »Woher wissen Sie das? Haben Sie es versucht?« »Nein. Ich wusste, dass Sie nicht zu Hause waren. Ich habe Sie nämlich in der Southampton Row gesehen.« »Sie haben mich in der Southampton Row gesehen und nicht einmal den simplen Anstand besessen, mich anzusprechen und mir zu sagen, was Sie getrieben hatten?« »Wahrhaftig, Kopley. Ich glaube, Sie wollten mich unbedingt hereinreißen. Und das Geld wollten Sie womöglich auch gleich für sich behalten.« »Wie können Sie es wagen, so etwas zu behaupten?« »Und dann Ihr ganzer Quatsch von wegen Rücksicht auf die Putzfrauen.« »Das ist doch die blanke Heuchelei.« »Natürlich habe ich gedacht, eine von Ihnen hätte es genommen.« »Ich habe zu Mrs. Crump gesagt.« »Sie haben Mrs. Crump beschuldigt?« »Ich habe Sie nicht beschuldigt. Ich habe ihr gesagt, dass ich 50 Pfund vermisse.« »Das zeigt mir, was Sie für einer sind«, begann Mr. Kopley. »Und zum Glück hatte Sie gesehen, dass Sie an meinem Schreibtisch waren. Sonst hätte ich von meinem Geld wahrscheinlich nie mehr was gehört.« »Sie haben kein Recht, so zu reden. Ich habe sehr viel mehr Recht, so zu reden, als Sie ein Recht hatten, das Geld zu stehlen.« »Nennen Sie mich etwa einen Dieb?« »Jawohl!« »Und ich nenne Sie einen Schurken,« keuchte Mr. Kopley. »Einen unverfrorenen Schurken, jawohl! Und ich kann nur sagen, wenn Sie auf ehrliche Weise an dieses Geld gekommen wären. Was ich bezweifle, mein Herr! Was ich sehr bezweifle!« Mr. Breden schob seine lange Nase um den Türpfosten. »Sagen Sie mal«, blückte er besorgt, »ich mische mich ja ungern ein und so weiter, aber Henke lässt grüßen und fragen, ob Sie sich nicht ein bisschen leiser unterhalten können. Mr. Simon Brotherhood ist bei ihm.« Eine Pause trat ein, in der sich beide Kontrahenten der dünne, der nur aus Hartfaserplatten bestehenden Trennwand zwischen Mr. Hankins und Mr. Kopleys Zimmer bewusst wurden. Dann steckte Mr. Tallboy den zurückgehaltenen Umschlag in die Tasche. »Na schön, Kopley«, sagte er, »ich werde Ihnen Ihre freundliche Einmischung jedenfalls nicht vergessen.« Damit stürzte er hinaus. »Oh, mein Gott, mein Gott«, stöhnte Mr. Kopley und nahm den Kopf zwischen die Hände. »Ist was los?« erkundigte sich Mr. Breden. »Bitte gehen Sie«, flehte Mr. Kopley, »mir ist so furchtbar elend.« Mr. Breden zog sich wie auf Katzenpfoten zurück. Sein neugieriges Gesicht strahlte vor stiller Bosheit. Er verfolgte Mr. Tallboy bis in den Versand und traf ihn dort im ernsten Gespräch mit Mrs. Johnson an. »Sagen Sie, Tallboy«, meinte er, »was ist denn mit Kopley los?« »Es sieht schrecklich mitgenommen aus. Haben Sie ihm auf die Hühneraugen getreten?« »Sie geht das jedenfalls nichts an«, versetzte Mr. Tallboy mürrisch. »Also gut, Mrs. Johnson, ich werde Mrs. Crump aufsuchen und das in Ordnung bringen.« »Das will ich hoffen, Mr. Tallboy. Und wenn Sie das nächste Mal Wertsachen mit herherbringen, wünschte ich, Sie geben sie bei mir ab, damit ich sie unten im safe einschließen kann. Solche Geschichten sind nicht sehr erfreulich und Mr. Pimp wäre sehr aufgebracht, wenn er davon erführe.« Mr. Tallboy flüchtete sich in den Aufzug, ohne sich zu einer Antwort herabzulassen. »Heute Morgen scheint es hier ein wenig hektisch zuzugehen, Mrs. Johnson«, bemerkte Mr. Breeden, indem er auf dem Schreibtisch der guten Dame Platz nahm. »Selbst die hohe Herrscherin über den Versand wirkt etwas abgekämpft, aber so ein bisschen gerechte Empörung steht ihnen gut, lässt das Auge funkeln und gibt dem Tar einen rosigen Schimmer.« »Jetzt ist es aber genug, Mr. Breeden. Was sollen denn meine Jungen von mir denken, wenn sie mich hier zum Besten halten?« »Aber es stimmt schon. Einige von unseren Leuten hier sind wirklich etwas anstrengend. Jedenfalls muss ich mich vor meine Frauen stellen, Mr. Breeden, und vor meine Jungen. Da ist keiner darunter, dem ich nicht trauen würde. Und es ist einfach nicht recht, Anschuldigungen gegen sie zu erheben, ohne etwas beweisen zu können.« »Sowas ist schlicht ungehörig«, gab Mr. Breeden zu. »Wer hat denn Anschuldigungen gegen wen erhoben?« »Nun, ich weiß nicht, ob ich aus der Schule plaudern soll«, sagte Mrs. Johnson. »Aber es erfordert einfach die Gerechtigkeit gegenüber Mrs. Crump, wenn ich sage, ...« Natürlich kannte der schmeichlerische Mr. Breeden binnen fünf Minuten die ganze Geschichte. »Aber Sie dürfen nicht hingehen und das überall herum erzählen«, sagte Mrs. Johnson. »Natürlich nicht«, versicherte Mr. Breeden. »Hallo, ist das der junge Mann mit unserem Kaffee?« Er sprang elastisch von seinem Sitz und eilte ins Schreibzimmer, wo Miss Parton einem gebannt lauschenden Publikum soeben die saftigsten Stellen aus der morgendlichen Szene mit Mr. Armstrong erzählte. »Das ist noch gar nichts«, verkündete Mr. Breeden. »Sie kennen die neueste Entwicklung nicht.« »Oh, und was ist das?« rief Miss Rossiter. »Ich habe versprochen, nichts weiter zu erzählen«, sagte Mr. Breeden. »Gemeinheit, so was!« »Na ja, ich hab's nicht direkt versprochen. Ich wurde darum gebeten.« »Geht es um Mr. Tallboys Geld?« »Sie wissen es also schon?« »So eine Enttäuschung!« »Ich weiß, dass die arme kleine Mrs. Crump heute früh geweint hat, weil Mr. Tallboy ihr vorgeworfen hat, sie habe Geld aus seinem Schreibtisch genommen.« »Nun, wenn Sie das schon wissen«, sagte Mr. Breeden unschuldig, »dann erfordert es die Gerechtigkeit gegenüber Mrs. Crump«. Seine Zunge lief wie geschmiert. »Also, das finde ich wirklich zu garstig von Mr. Tallboy«, sagte Miss Rossiter. »Er ist immer so ungezogen, zu dem armen Mr. Copley. Eine Schande ist das, und es ist gemein, die Putzfrauen zu verdächtigen.« »Oh ja«, pflichtete Miss Parton ihr bei, »aber für diesen Copley habe ich nun auch nichts übrig. Er ist ein bösartiger kleiner Petzer. Einmal hat der Henke erzählen müssen, dass er mich mit einem Herrn beim Hunderennen gesehen hat, als ob es ihn was anginge, was unser einer in der Freizeit tut. Überall muss er sich einmischen. Auch als kleine Stenotypistin ist man ja noch nicht gleich eine heidnische Sklaven. »Ah, da kommt Mr. Ingleby. Kaffee, Mr. Ingleby? Sagen Sie, haben Sie schon davon gehört, dass Copley 50 Pfund von Mr. Tallboy geklaut haben soll?« »Was Sie nicht sagen«, rief Mr. Ingleby, indem er ein buntes Gemisch von diesem und jenem aus dem Papierkorb kippte, bevor er diesen umdrehte und sich darauf setzte. »Erzählen Sie mir's schnell. Mein Gott, ist das ein herrlicher Tag heute.« »Also«, begann Miss Rossiter lustvoll die Berichterstattung übernehmend, »da hat jemand Mr. Tallboy 50 Pfund in einem eingeschriebenen Brief zugeschickt.« »Was ist da los?«, unterbrach Miss Mityard, die mit ein paar beschriebenen Blättern in der einen und einer Tüte Pfefferminzbonbons in der anderen Hand eintrat. »Hier sind ein paar Lutscher für meine lieben Kleinen, und jetzt erzählen Sie noch mal von Anfang an. Ich wünschte, jemand würde mir mal 50 Pfund in eingeschriebenen Briefen schicken. Wer war der Wohltäter?« »Weiß ich nicht. Wissen Sie es, Mr. Breeden?« »Keine Ahnung, aber es war alles in kleinen Scheinen, was fürs Erste schon einmal verdächtig ist.« »Und er hat sie mit in die Firma gebracht, um sie zur Bank zu bringen.« »Aber dann hatte er zu viel zu tun«, fiel Miss Parton ein, »und hat's vergessen.« »50 Pfund möchte ich auch mal vergessen«, meinte Miss Partons Busenfreundin aus der Druckerei. »Nun, wir sind ja auch nur arme, kleine Stenotypistinnen, die für ihr Geld arbeiten müssen. 50 Pfund scheinen für Mr. Tallboy jedenfalls gar nichts zu sein. Er hat sie in seinen Schreibtisch gelegt. Warum nicht in die Tasche gesteckt? Weil er in Hemdsärmeln arbeitete und solche Reichtümer nicht einfach am Kleiderhaken hängen lassen wollte. So was Misstrauisches wie dieser Mann!« »Stimmt, also in der Mittagspause hat er es vergessen. Und nachmittags musste er feststellen, dass die Klischeehersteller etwas Dummes mit der Nutrax-Anzeige angestellt hatten.« »War er deswegen so spät damit dran?«, erkundigte sich Mr. Breeden. »Ja, das war's. Und wisst ihr was? Ich habe noch etwas herausgekriegt. Mr. Drew! Wer ist Mr. Drew? Dieser kleine Dicke von Cormorant Press. Er hat zu Mr. Tallboy gesagt, er findet die Schlagzeile ein bisschen heiß. Und Mr. Tallboy hat gemeint, er habe eine schmutzige Fantasie. Und außerdem hätten alle die Schlagzeile genehmigt. Und jetzt sei es sowieso zu spät, noch was daran zu ändern.« »Yemini«, brach es plötzlich aus Mr. Garrett heraus. »Wie gut, dass Copley davon nichts erfahren hat. Das hätte er ihm tüchtig reingerieben. Ich muss schon sagen, ich finde auch, dass Tallboy da was hätte unternehmen sollen.« »Wer hat Ihnen das erzählt?« »Mr. Weatherburn.«, »Du«, hat ihn heute Morgen darauf angesprochen und gemeint, Sie hätten es sich ja anscheinend doch noch anders überlegt. Na, nun erzählen Sie mal weiter. Bevor Mr. Tallboy das Klischee korrigiert hatte, war die Bank zu. Daraufhin hat er es wieder vergessen, ist nach Hause gegangen und hat die 50 Pfund im Schreibtisch liegen lassen. Macht er sowas öfter? Weiß der Himmel. Und Copley musste Überstunden machen wegen seines Gelees. Tratsch, Tratsch. Nichts von der Geschichte ging in der Erzählung verloren. Die arme Mrs. Crump hat geheult wie ein Schlosshund. Mrs. Johnson hatte so eine Wut, einen entsetzlichen Krach gemacht. Mr. Breeden hat es gehört. Wie hat er ihn genannt, Mr. Breeden? Hat ihm vorgeworfen, er hätte das Geld stehlen wollen. Dieb und Schurke, was Brotherhood gedacht haben muss. Fliegen raus, mich wird's nicht wundern. Mein Gott, wie aufregend es hier zugeht. Und nebenbei bemerkte Mr. Ingleby schadenfroh, ich hab's Barrow wegen dieser Skizze ganz schön gegeben. Sie werden ihm doch nicht erzählt haben, was Mr. Armstrong gesagt hat. Nein, wenigstens hab ich ihm nicht gesagt, dass es von Armstrong stammt. Aber ich habe ihm mit eigenen Worten so etwas angedeutet. Sie sind ein schrecklicher Mensch. Er will sich an der Abteilung bitter rächen, besonders an Copley. Weil Copley vorige Woche wegen einer Jamboree-Anzeige zu Henke gegangen ist und sich beschwert hat, dass Barrow sich nicht an seine Anweisungen hält. Und nun meint er, diese Geschichte ist ein Komplott von Copley. Um... Ruhe! Miss Rossiter sprang an ihre Schreibmaschine und begann wie wild auf die Tasten zu hämmern. Mitten in den bedeutungsvollen Stillstand der Zungen hinein trat Mr. Copley ins Zimmer. Ist dieser Jamboree-Text für mich fertig, Miss Rossiter? Hier scheint ja heute Morgen nicht sehr viel gearbeitet zu werden. Sie werden sich ein wenig gedulden müssen, Mr. Copley. Ich muss noch einen Bericht für Mr. Armstrong fertig schreiben. Und ich werde mal mit Mr. Armstrong darüber reden müssen, wie hier gearbeitet wird, sagte Mr. Copley. In diesem Zimmer geht es zu wie in einer Kneipe. Eine Schande ist das. Warum erschrecken Sie nicht Mr. Henken mal damit, fuhr Miss Parton ihn ungnädig an. Nein, aber wirklich, Copley, alter Freund, meinte Mr. Breeden ernst. Sie dürfen sich von solchen Kleinigkeiten nicht gleich so aufregen lassen. Das tut man doch nicht, altes Haus. Wirklich nicht. Sie müssten mal sehen, wie ich von Miss Parton bedient werde. Sie frisst mir aus der Hand. Ein paar Nettigkeiten und ein warmer Händedruck wirken bei ihr Wunder. Wenn sie recht schön bitten, tut sie alles für sie. Ein Mann in ihrem Alter, Breeden, sollte etwas Besseres zu tun wissen, sagte Mr. Copley, als den ganzen Tag hier herumzulungern. Bin ich der Einzige in diesem Haus, der zu arbeiten hat? Wenn Sie nur wüssten, erwiderte Mr. Breeden, wie ich hier schufte. Passt mal auf, fügte er hinzu, als der unglückliche Mr. Copley sich verzog. Schreibt doch dem armen alten Knaben rasch sein Zeug. Es ist nicht nett, ihn so auf den Arm zu nehmen. Er war ja furchtbar grün um die Kiemen. Schon recht, meinte Miss Parton lebenswürdig. Mir macht's ja nichts aus. Ich kann es auch gleich hinter mich bringen. Die Schreibmaschinen klapperten wieder. Herzlose Maskerade eines Harlequins Diane de Mormery behauptete ihren Platz. Gewiss, der große Chrysler und der Bentley vor ihr hatten mehr Pferdestärken, aber der junge Spenlow war zu betrunken, um noch lange durchzuhalten, und Harry Thorne war schon immer ein miserabler Fahrer gewesen. Sie brauchte sich nur in sicherem Abstand anzuhängen und zu warten, bis sie Bruch machten. Wenn Spot Lancaster sie doch nur in Ruhe ließe. Es störte sie beim Fahren, wenn er mit seinen plumpen Händen nach ihren Hüften grapschte. Sie nahm die schmale Sandale ein wenig vom Gashebel und stieß ihm zornig den Ellbogen ins erhitzte Gesicht. Hör auf damit, du Trottel! Durch dich landen wir noch im Graben und dann haben wir verloren. »Hey, sag mal«, protestierte Spot, »mach sowas nicht, das tut weh!« Sie ignorierte ihn und hielt den Blick auf der Straße. Alles stimmte heute Nacht bis aufs I-Töpfelchen. Bei Todd Milligan hat es einen sehr anregenden und amüsanten Krach gegeben, und Todd hat ihm also einiges zu hören bekommen. Umso besser. Sie hatte Todds Herumkommandiererei satt. Sie war gerade richtig beschwipst, nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Hecken blitzten und brüllten an ihnen vorüber. Die Straße, erhellt von den tastenden Scheinwerfern, wirkte wie ein Kriegsschauplatz voller Löcher und Hügel, die sich unter den jagenden Rädern wie durch ein Wunder glätteten. Der Wagen nahm die Bodenwellen wie ein Schiff. Sie wünschte nur, es wäre ein offener Wagen, nicht Spots ordinäre, spießige Limousine. Der Chrysler vor ihnen schlingerte bedenklich, schleuderte sein großes Heck hin und her wie ein Fisch den Schwanz. Was hatte Harry Thorne, so ein Auto zu fahren, wenn er es nicht einmal auf der Straße halten konnte? Und jetzt nahte eine scharfe S-Kurve. Diane wusste das. Ihre Sinne schienen unnatürlich geschärft. Sie sah die Straße vor sich ausgebreitet wie auf einer Landkarte. Thorne nahm die erste Kurve, fiel zu weit, und der junge Spenlow schnitt ihn von links. Jetzt machte sie das Rennen. Nichts konnte sie mehr daran hindern. Spot trank schon wieder aus einer Reiseflasche. Sollte er doch. Ihr konnte es nur nützen. Der Chrysler, mit brutaler Gewalt auf die andere Straßenseite gerissen, erwischte den Bentley in der Innenkurve, drückte ihn gegen die Böschung und riss ihn herum, bis er quer auf der Straße stand. War da noch Platz zum Vorbeifahren? Sie scherte aus. Ihre Außenräder holperten übers Grasbankkett. Der Chrysler taumelte weiter, heftig schlingernd in Folge des Anpralls. Er raste die Böschung hinauf und brach durch die Hecke. Sie hörte Thorne einen Schrei ausstoßen, sah den großen Wagen wie durch ein Wunder wieder auf den Rädern landen, ohne sich zu überschlagen, und antwortete mit einem Triumphschrei. Und dann war die Straße plötzlich taghell, wie im Strahl eines Suchscheinwerfers, der den Schein ihrer eigenen Lampen schluckte, wie die Sonne ein Kerzenlicht. Sie beugte sich zu Spot hinüber. »Wer ist das da hinter uns?« »Weiß nicht«, knurrte Spot, indem er vergebliche Verrenkungen ausführte, um durch das kleine Heckfenster hinaus zu sehen. Irgendein komischer Trottel. Diane schob das Kind vor. »Zum Teufel! Wer hatte so ein Auto?« Im Rückspiegel war nur das grelle Licht des Scheinwerferpaars zu sehen. Sie trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, und der Wagen machte einen Satz nach vorn. Aber der Verfolger hielt mühelos mit. Sie zog zur Straßenmitte. Sollte er sie rammen, wenn er wollte? Er blieb unbarmherzig dran. Aus der Dunkelheit sprang eine schmale, bucklige Brücke auf sie zu. Sie schoss hinüber und schien über den Rand der Welt hinaus zu springen. Dann ein Dorf mit einem breiten, offenen Platz. Das war eine Chance für den Mann. Er nutzte sie. Ein großer, dunkler Schatten tauchte neben ihr auf, lang, flach und offen. Aus dem Augenwinkel schielte sie nach dem Fahrer. Für die Dauer von fünf Sekunden blieb er neben ihr, Kopf an Kopf, und sie sah die schwarze Maske und Kappe und einen Blitz von Schwarz und Silber. Dann verengte sich die Straße wieder, und er zog an und setzte sich vor sie. Sie erinnerte sich, was Pamela Dean zu ihr gesagt hatte. »Du wirst ihn sehen, wenn du am allerwenigsten mit ihm rechnest.« Was immer passierte, sie musste dranbleiben. Er fuhr vor ihr her, leicht und kraftvoll wie ein Panther, das rote Rücklicht in neckend kurzem Abstand vor ihr. Sie hätte aufschreien mögen vor Wut. Er spielte mit ihr. »Ist das alles, was dein dämlicher Ofen schafft?« Spot war eingeschlafen. Sein Kopf fiel gegen ihren Arm, und sie stieß ihn unsanft weg. Zwei Meilen, und die Straße fuhr in einen Tunnel aus Bäumen ein, auf beiden Seiten Wald. Der führende Wagen schwenkte plötzlich in einen Seitenweg ab, und durch ein offenes Gatter unter den Bäumen kurfte tief in den Wald hinein und hielt plötzlich an. Alle Lichter gingen aus. Sie trat hart auf die Bremse und sprang hinaus. Über ihr neigten sich die Baumkronen im Wind gegeneinander. Sie lief zu dem anderen Wagen. Er war leer. Sie blickte um sich. Bis auf den Lichtkegel aus ihren eigenen Scheinwerfern herrschte ringsum ägyptische Finsternis. Zwischen Dornengestrüpp und Gras stolperte sie über ihr langes Kleid. Sie rief, »Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Sei doch nicht so albern!« Keine Antwort. Aber kurz darauf ertönte von Weitem wie zum Hohn eine hohe, dünne Flötenmelodie. Kein Schlager, sondern ein Lied, das sie aus Kindertagen kannte. Tom, Tom, the Piper's son stole a pig and awaited run. The pig was eat and Tom was beat and came a-howling down the street. »Das ist doch zu dumm«, sagte Diane. Der Ton war so körperlos, als komme er aus dem Nichts. Sie lief vorwärts. Der Ton wurde schwächer. Eine kräftige Brombeerranke schlang sich um ihr Bein und zerriss ihr den Seidenstrumpf und den Knöchel darunter. Sie befreite sich gewaltsam und lief in eine neue Richtung. Die Flötentöne verstummten. Plötzlich bekam sie Angst vor den Bäumen und der Dunkelheit. Der Alkohol versagte ihr die beruhigende Stütze, die er ihr bisher gegeben hatte, und an deren Stelle traten Angst und Grauen. Sie dachte an Toms Schnapsflasche und begann sich zum Wagen zurückzukämpfen. Da gingen die Scheinwerfer aus, und sie stand allein zwischen den Bäumen im Wind. Die durch Djinn und ausgelassene Gesellschaft hervorgerufene Hochstimmung überlebte keine lange Belagerung durch Dunkelheit und Einsamkeit. Sie rannte jetzt verzweifelt drauf los und schrie. Eine Wurzel griff wie eine Hand nach ihrem Knöchel und brachte sie zu Fall, und sie blieb angstvoll liegen. Die dünne Melodie begann von Neuem. Sie richtete sich auf. »Die Angst, die Wald und Dunkelheit uns einflößen«, sagte eine spöttische Stimme irgendwo über ihr, »wurde von den Menschen der Antike panische Angst genannt, oder die Angst vor dem großen Gott pan.« »Es ist interessant zu beobachten, dass der moderne Fortschritt es nicht ganz und gar vermocht hat, sie aus disziplinlosen Köpfen zu verbannen.« Daian starrte nach oben. Ihre Augen gewöhnten sich an die Nacht, und in den Ästen über ihr erblickten sie einen blassen, silbernen Schema. »Was wollen Sie mit diesem idiotischen Benehmen?« »In erster muss anders sein. Ich bin immer anders. Und genau aus diesem Grund, meine Verehrteste, bin ich der Verfolgte und nicht der Verfolger. Sie können es billige Effekthaschereien nennen, und die ist es auch, aber für Gin erweichte Gehirne genau das Richtige. Bei Leuten wie Ihnen, wenn ich das sagen darf, wären feinere Methoden für die Katz.« »Ich wünschte, Sie kämen endlich mal da herunter.« »Kann schon sein. Aber ich habe es lieber, wenn man zu mir aufblickt.« »Sie können nicht die ganze Nacht da oben bleiben. Überlegen Sie mal, was Sie am Morgen für eine komische Figur abgeben.« »Schon. Aber verglichen mit Ihnen werde ich immer noch aussehen wie aus dem Ei gepellt. Mein Kostüm ist für mitternächtliche akrobatische Übungen im Wald besser geeignet als Ihres.« »Wozu machen Sie das überhaupt?« »Nur zu meinem Vergnügen. Das ist doch der einzige Grund, der für Sie zählt.« »Dann bleiben Sie oben und vergnügen sich allein. Ich mache, dass ich nach Hause komme.« »Ihr Schuhzeug eignet sich nicht sehr für einen langen Marsch, aber wenn es Ihnen Spaß macht, sollten Sie unbedingt gehen.« »Wieso soll ich zu Fuß gehen?« »Weil ich die Zündschlüssel beider Autos in der Tasche habe. Eine einfache Vorsichtsmaßnahme, mein lieber Watson. Auch wäre es nicht sehr sinnvoll, wenn Sie versuchten, Ihren Begleiter mit einer Nachricht fortzuschicken. Er liegt selig in Morpheus' Armen. Das ist ein sehr alter und mächtiger Gott, wenn auch nicht so alt wie Pan.« »Ich hasse Sie«, sagte Diane. »Dann sind Sie auf dem besten Wege, mich zu lieben, was nur natürlich ist. Wir müssen stets das Höchste lieben, das wir sehen. Können Sie mich sehen?« »Nicht sehr gut. Ich könnte Sie besser sehen, wenn Sie runterkämen.« »Könnten Sie mich dann auch mehr lieben?« »Vielleicht.« »Dann fühle ich mich sicherer, wo ich bin. Ihre Liebhaber haben es an sich, ein schlimmes Ende zu nehmen. Der junge Carmichael zum Beispiel.« »Dafür konnte ich nichts. Er hatte zu viel getrunken. Er war ein Idiot.« »Und Arthur Barrington?« »Dem habe ich gesagt, dass es wenig Sinn hat.« »Überhaupt keinen. Aber er hat es trotzdem versucht und sich das Gehirn aus dem Schädel gepustet, wenn es auch kein besonders gutes Gehirn war. Es war aber das Einzige, das er hatte.« »Und Victor Dean, diese kleine Ratte, das hatte mit mir überhaupt nichts zu tun.« »Nein?« »Wieso denn?« »Ist eine – ich dachte, Sie wüssten es vielleicht.« »Warum haben Sie den Victor Dean den Laufpass gegeben?« »Weil er ein blöder kleiner Langweiler war, genau wie alle anderen.« »Sie mögen Leute, die anders sind?« »Ich mag alles, was anders ist.« »Und wenn Sie einen finden, der anders ist, versuchen Sie, ihn zu machen wie alle anderen. Kennen Sie jemanden, der anders ist?« »Ja, Sie.« »Nur solange ich auf meinem Ast bleibe, Zirze. Wenn ich mich zu Ihnen hinunterbegebe, bin ich genau wie alle anderen.« »Komm doch mal runter und versuch's.« »Ich weiß, wo ich sicher bin. Kommen Sie doch rauf zu mir.« »Sie wissen genau, dass ich nicht zu Ihnen rauf kann.« »Natürlich nicht. Sie können nur immer tiefer sinken.« »Wollen Sie mich beleidigen?« »Ja, aber es ist nicht leicht.« »Komm runter, Harlekin. Ich will dich hier haben.« »Das ist wohl ein ganz neues Gefühl für Sie, ja? Etwas zu wünschen, was Sie nicht haben können. Sie sollten mir dankbar sein.« »Ich wünsche mir immer, was ich nicht haben kann.« »Was denn?« »Leben. Aufregung.« »Sehen Sie, das bekommen Sie jetzt. Erzählen Sie mir alles über Victor Dean.« »Warum wollen Sie etwas über ihn wissen?« »Das ist ein Geheimnis.« »Wenn ich es Ihnen erzähle, kommen Sie dann runter?« »Vielleicht.« »Komischer Geschmack, dass Sie über den was hören wollen.« »Ich bin berühmt für meinen komischen Geschmack. Wie haben Sie in sich geangelt?« »Wir sind mal eines Abends in irgend so ein furchtbar spießiges Tanzlokal gegangen. Wir hatten gedacht, das wird sensationell.« »Und war's das?« »Nein, es war ziemlich fad. Aber er war da und hat sich gleich in mich verknallt, und ich fand ihn so putzig. Das war alles eine einfache Geschichte, in einfachen Worten wiedergegeben. Wie lange war er, Ihr Hündchen?« »Ungefähr ein halbes Jahr. Aber er war so furchtbar, furchtbar langweilig und so ein Spießer. Stell dir vor, Harlekin, er wurde richtig sauer und wollte mich vor den Traualtar schleppen. Lachst du, Harlekin?« »Ich lache Tränen.« »Er war gar nicht komisch. Ein Jammerlappen.« »Mein Kind, Sie erzählen diese Geschichte sehr schlecht. Sie haben ihn zum Trinken verführt, und das hat sein Bäuchlein nicht vertragen. Sie haben ihn mit hohem Einsatz spielen lassen, und er hat gesagt, das könne er sich nicht leisten. Und Sie haben versucht, ihm Rauschgift zu geben, und das hat ihm nicht geschmeckt. Noch was?« »Er war ein kleiner Schmarotzer, Harlekin.« »Wirklich.« »Er nahm mit, was er kriegen konnte.« »Sie nicht?« »Ich?« Diane war wirklich überrascht. »Ich bin ungeheuer großzügig. Ich habe ihm gegeben, was er haben wollte. So bin ich nun mal, wenn ich jemanden mag.« »Er nahm, was er kriegen konnte, aber er gab es nicht aus wie ein Gentleman?« »Genau.« »Weißt du, er hat sich ja sogar selbst mal als Gentleman bezeichnet. Ist das nicht zum Lachen? Wie im Mittelalter. Ein Gentleman tut so was nicht. Er meinte, wir brauchten nicht zu denken, dass er kein Gentleman sei, nur weil er als Angestellter arbeite. Ist das nicht zum Kugeln, Harlekin?« Sie schüttelte und krümmte sich vor Heiterkeit. »Passt mal auf, Harlekin. Ich erzähle dir etwas ganz Komisches. Eines Abends kam Todd Milligan rein, und ich habe zu ihm gesagt, das ist Victor Dean, ein Gentleman, und er arbeitet bei Pims Werbedienst. Worauf Todd gemeint hat, aha, Sie sind das also. Und ganz mörderisch hat er ihn dabei angeguckt. Und hinterher hat er mich auch gefragt, genau wie du, wie ich an Victor herangekommen bin. Das ist doch komisch, oder? Hat Todd dich etwa geschickt, mich danach zu fragen? Nein, ich lasse mich nie schicken. Ich gehe immer, wohin ich will. Also, warum willst du denn nun so genau über Victor Dean Bescheid wissen? Das ist doch richtig schön geheimnisvoll, nicht? Und was hat Milligan zu Dean gesagt? Nicht viel, aber zu mir hat er gesagt, ich soll ihn mir warm halten. Und später hat er dann ganz plötzlich gesagt, ich soll ihn zum Teufel jagen. Und als braves, kleines Mädchen haben Sie alles getan, was man Ihnen sagte? Ich hatte Victor sowieso über. Und es ist nicht ratsam, sich mit Todd anzulegen? Sicher nicht. Er könnte den Nachschub sperren, wie? Wo kriegt er das Zeug eigentlich her? Den Koks, meinst du? Weiß ich nicht. Stimmt vermutlich. Und Sie können es wohl auch nicht aus ihm herausbringen. Nicht mit all Ihrem Charme, Zirze. Oh, nicht bei Todd. Der hält dicht. Ein dreckiges Schwein ist er. Ich verachte ihn. Ich würde alles tun, um von Todd loszukommen, aber er weiß zu viel. Und außerdem hat er den Stoff. Es haben schon viele versucht, von Todd loszukommen, aber sie sind immer wiedergekommen. Freitags und samstags. Da verteilt er das Zeug. Meist. Aber sie begann wieder zu lachen. Heute Abend warst du nicht da, oder? Es war zu komisch. Es muss ihm ausgegangen sein oder so was. Ein Höllenkrach hat's gegeben. Und dieses Frunkelweib, Babs Woodley, die hat das ganze Haus zusammengebrüllt. Gekratzt hat sie ihn. Hoffentlich kriegt er eine Blutvergiftung. Er hat versprochen, dass es morgen da ist, aber richtig idiotisch hat er ausgesehen, wie ihm das Blut so übers Kinn gelaufen ist. Sie hat gesagt, sie will ihn erschießen. Es war einfach herrlich. Zweifellos eine rablaische Szene. Zum Glück hatte ich genug und konnte ihr wenigstens so viel geben, dass sie still war. Und dann haben wir ein Autorennen beschlossen. Ich hab gewonnen! Oder hätte gewonnen, wenn du nicht dazwischen gekommen wärst. Wie kommst du überhaupt hierher? Ach, nur so. Ich komme immer nur so. Das stimmt nicht. Du kommst nur manchmal so. Du gehörst nicht zu Tots fest im Kreis, oder? Zurzeit nicht. Willst du vielleicht? Lass das lieber. Ich besorge dir das Zeug, wenn du möchtest. Aber Todd ist ein Tier. Von dem solltest du dich fernhalten. Warnen sie mich in meinem Interesse? Ja. Welche Liebe? Nein, ich mein's ehrlich. Das Leben ist so schon die Hölle. Aber wenn du dich mit Todd einlässt, wird's noch schlimmer. Warum machen sie dann nicht Schluss mit Todd? Geht nicht. Angst vor ihm? Weniger vor ihm, mehr vor den Leuten hinter ihm. Todd hat auch Angst. Er würde mich nie freigeben. Eher würde er mich töten. Faszinierend. Ich glaube, ich muss Todd näher kennenlernen. Am Ende hättest du dann auch Angst. So? Nun, auch Angst haben kann aufregend sein. Komm mal herunter, Harlekin. Dann zeige ich dir, wie das Leben auch auf andere Art aufregend sein kann. Könnten Sie das? Versuch's mal. Es raschelte im Laub, und er glitt herunter und stand neben mir. Nun? Heb mich hoch. Ich bin ganz verkrampft. Er hob sie hoch, und sie fühlte seine Hände hart wie Eisen unter der Brust. Sie war groß, und als sie den Kopf drehte, um ihn anzusehen, konnte sie seine Augäpfel auf gleicher Höhe mit den ihren Blitzen sehen. Na? Wäre ich recht? Wofür? Für dich? Für mich? Wozu sollten sie für mich gut sein? Ich bin schön. Nicht so schön, wie sie mal waren. In fünf Jahren werden sie hässlich sein. In fünf Jahren? Fünf Jahre will ich dich nicht behalten. Ich würde sie nicht für fünf Minuten haben wollen. Das kalte Morgenlicht drang allmählich durch das Gezweig. Es zeigte ihr nur ein vorstehendes, unerbittliches Kinn und den dünnen Bogen eines lächelnden Mundes. Sie wollte rasch nach seiner Maske greifen, aber er war zu flink für sie. Ganz betont langsam wandte er sie zu sich um, drehte ihr beide Arme auf den Rücken und hielt sie so fest. Was jetzt? fragte sie spöttisch. Nichts. Ich bringe sie nach Hause. Du willst also, ja? Du willst? Wie schon einmal. Genau wie schon einmal? Nicht ganz genau, denn damals waren sie betrunken und jetzt sind sie nüchtern, aber abgesehen von diesem winzigen Unterschied wird das Programm nach dem gehabten Schema ablaufen. Du könntest mir einen Kuss geben, Harlekin. Verdienen sie einen Kuss? Zum einen für ihre Informationen, zum zweiten für ihren selbstlosen Versuch, mich vor Mr. Milligan zu retten, und zum dritten, weil mir gerade die Laune danach steht. Die drei Küsse waren wie vorsätzliche Beleidigungen. Dann hob er sie auf, die Arme immer noch hinter ihrem Rücken festhaltend, und lud sie in den Fond seines offenen Wagens. Hier haben Sie eine Decke, die werden Sie brauchen. Sie sagte nichts. Er ließ den Motor an, wendete den Wagen und fuhr langsam den Pfad hinauf. Als sie neben die Limousine kamen, beugte er sich hinüber und warf Spot Lancaster, der selig auf seinem Sitz schnarchte, den Zündschlüssel auf den Schoß. Nach wenigen Minuten waren sie aus dem Wald und auf die Straße eingebogen. Der Himmel war blass gestreift vom gespenstischen Schimmer der trügerischen Morgendämmerung. Diane de Mormery schlüpfte unter ihrer Decke hervor und beugte sich nach vorn. Er fuhr lässig, bequem zurückgelehnt in seinen Sitz, den schwarzverkleideten Kopf sorglos nach hinten geneigt, die Hand salopp am Steuer. Mit einem Griff könnte sie ihn und sich in den Graben steuern, und er hätte es verdient. »Tun Sie es nicht,« sagte er, ohne den Kopf zu wenden. »Sie Teufel!« Er hielt den Wagen an. »Wenn Sie sich nicht benehmen, setze ich Sie hier an der Straße ab, dann können Sie auf einem Meilenstein sitzen wie das Töchterlein des Sheriffs von Islington, oder, wenn es Ihnen lieber ist, kann ich Sie auch fesseln. Was darf es also sein?« »Sein nett zu mir!« »Das bin ich ja.« »Ich habe Sie geschlagene zwei Stunden lang vor Langeweile bewahrt. Jetzt bitte ich Sie, uns nicht in das Grauen der Ernüchterung zu stoßen.« »Warum weinen Sie?« »Ich bin müde.« »Und du liebst mich nicht.« »Mein armes Kind, nun reißen Sie sich mal zusammen. Wer würde es für möglich halten, dass Diane de Mormery auf ein Clownskostüm und eine Pennyflöte hereinfällt? Das ist es ja nicht. Du bist es. Du hast etwas Unheimliches an dir. Ich habe Angst vor dir. Du denkst überhaupt nicht an mich. Du denkst an irgendetwas Schreckliches. An was? An was? Halt mal!« Sie streckte eine kalte Hand aus und packte ihn am Arm. »Ich sehe etwas, aber ich werde nicht richtig schlau daraus.« »Jetzt habe ich's. Riemen! Sie binden ihn mit Riemen an den Ellbogen fest und streifen ihm einen weißen Sack über den Kopf. Der Gehängte! In Ihren Gedanken ist ein Gehängter. Warum denken Sie an eine Hinrichtung?« Sie wich vor ihm zurück und verkroch sich in die hinterste Ecke des Wagens. Wimsey startete den Motor wieder und ließ die Kupplung kommen. »Auf mein Wort«, dachte er, »das ist die merkwürdigste Nachwirkung von Alkohol und Rauschgift, die mir je untergekommen ist. Sehr interessant, aber nicht ganz ungefährlich. Auf eine Art jedoch auch ein Akt der Vorsehung. Vielleicht kommen wir auf diese Weise nach Hause, ohne uns den Hals zu brechen. Ich wußte gar nicht, dass ich so eine Friedhofsatmosphäre um mich verbreite.« Diane schlief fest, als er sie aus dem Wagen hob. Sie erwachte halb und schlang die Arme um seinen Nacken. »Es war wunderschön, Liebling«. Dann kam sie mit einem leichten Schrecken zu sich. »Wo sind wir? Was ist passiert?« »Wir sind zu Hause. Wo ist der Schlüssel?« »Hier. Küss mich. Nimm die Maske ab.« »Ab mit Ihnen ins Haus. Der Polizist da hinten findet schon, dass wir uns sehr ungebührlich benehmen.« Er schloss die Tür auf. »Kommst du nicht mit rein?« Sie schien die Geschichte mit dem Gehängten ganz vergessen zu haben. Er schüttelte den Kopf. »Also dann auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen.« Er küsste sie diesmal ganz sanft und schob sie ins Haus. Der Polizist, der neugierig näher gestapft kam, zeigte ein Gesicht, das Whimsy kannte. Er musste im stillen Lächeln, als der Beamte ihn mit amtlichem Blick von oben bis unten maß. »Guten Morgen.« »Guten Morgen, Sir«, sagte der Polizist unbewegt. »Moffett, Moffett«, sagte seine Lordschaft missbilligend. »Sie werden es nie weit bringen. Wenn Sie mich schon nicht erkennen, sollte Ihnen wenigstens mein Wagen bekannt vorkommen.« »Du lieber Gott, eure Lordschaft!« »Verzeihung aber, irgendwie hatte ich nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mal die Lordschaften weg, es könnte uns jemand zuhören. Sind Sie auf Ihrer Runde?« »Grade auf dem Heimweg, euer Sir.« »Steigen Sie ein, ich fahre Sie.« »Haben Sie in dieser Gegend je einen gewissen Milligan gesehen?« »Major Todd Milligan?« »Ja, hin und wieder. Das ist ein Halunke, wie er im Buche steht. Das Haus unten am Fluss gehört ihm. Er hat mit diesem großen Rauschgiftring zu tun, hinter dem Mr. Parker her ist. Wir könnten ihn jederzeit einbuchten, aber er ist nicht der eigentliche Großmogul.« »Ist er's wirklich nicht, Moffett?« »Nein, Milord.« »Dieser Wagen ist ne Wucht, was?« »Sie überholt unterwegs bestimmt keiner.« »Nein.« »Also, Mr. Parker will, dass er uns zu dem Mann führt, der an der Spitze von allem steht. Aber groß ist die Chance da wohl nicht. Die sind schlau wie die Wiesel, diese Burschen. Ich glaube, der weiß selbst nicht, wer der andere ist.« »Wie ist das organisiert, Moffett?« »Also, Milord, soweit man uns gesagt hat, kommt das Zeug ein- oder zweimal die Woche von der Küste her und wird nach London gebracht. Wir haben schon öfter als einmal versucht, sie unterwegs abzufangen. Das heißt, Mr. Parkers Sonderdezernat hat das versucht, aber sie haben uns noch immer das Nachsehen gegeben. Dann wird es irgendwo hingebracht, aber wir wissen nicht, wohin und an die Großverteiler ausgegeben. Von denen geht es dahin und dorthin. Wir könnten dann zugreifen, aber mein Gott, was soll's? In der nächsten Woche würde es nur wieder woanders auftauchen.« »Und an welcher Stelle kommt Milligan?« »Wir nehmen an, dass er einer der Unterverteiler ist, Milord. Er verteilt es in seinem Haus und anderswo weiter. Zum Beispiel da, wo Sie mich vorhin getroffen haben?« »Uter anderem.« »Aber die Frage ist, woher bekommt Milligan seinen Nachschub?« »Das ist es eben, Milord. Könnten Sie ihn nicht beschatten und das herauskriegen?« »Schon, aber er holt es ja nicht selbst, Milord. Das machen andere für ihn. Und sehen Sie, wenn wir anfingen, die Pakete zu öffnen, die er bekommt, und seine Lieferanten zu durchsuchen, würden die ihn einfach von ihrer Liste streichen, und wir wären wieder am Anfang.« »Richtig.« »Wie oft gibt er in diesem Haus eigentlich seine Partys?« »Fast jeden Abend, Milord. Scheint ein offenes Haus zu sein.« »Na, dann halten Sie mal an Freitag- und Samstagabenden die Augen offen, Moffat.« »Freitags und Samstags, Milord? An diesen Abenden tut sich was.« »Tatsächlich, Milord. Haben Sie herzlichen Dank, das wussten wir noch gar nicht. Das ist ein guter Hinweis. Wenn Sie mich an der nächsten Ecke absetzen, Milord, komme ich bestens zurecht. Ich fürchte, Sie haben meinetwegen einen Umweg machen müssen, Milord.« »Nicht im Mindesten, Moffat, wirklich nicht.« »War schön, Sie zu treffen. Und nebenbei, Sie haben mich nicht gesehen.« »Nicht, dass Sie meinen, ich fürchtete um meinen guten Ruf, aber ich habe das Gefühl, dass Major Milligan von meinem Besuch gerade in diesem Haus nicht erbaut wäre.« »Alles klar, Milord. Ich war sowieso nicht mehr im Dienst. Da brauche ich davon auch nichts in meinem Bericht zu erwähnen. Guten Morgen, Milord. Und vielen Dank nochmal.« Alarmierende Zuspitzung eines Bürokrachs »Du kannst ja gut reden, Bill Jones«, sagte Rotfuchs Joe. »Aber ich wette mit dir einen halben Schilling, wenn du mal Zeuge vor Gericht wärst, würdest du mit Glanz und Gloria eingehen. Pass auf, die würden dich zum Beispiel fragen, was du heute vor einem Monat gemacht hast. Und was würdest du davon überhaupt noch wissen?« »Wetten, ich weiß es.« »Überhaupt nichts, weißt du. Jede Wette, dass ich es weiß. Wetten, wenn ich ein Kriminaler wäre.« »Heiliger Bim Bam, du wärst mir vielleicht ein Kriminaler.« »Wetten, ich wär einer...« »Hat die Welt schon mal einen rotfuchsigen Kriminaler gesehen?« Dieser Einwand erschien Rotfuchs Joe irrelevant. Er antwortete jedoch automatisch, »Wetten, ich wär ein besserer Kriminaler als du.« »Von wegen. Wetten, wenn ich ein Kriminaler wäre und würde dich fragen, wo du warst, wie Mr. Dean die Treppe runtergefallen ist. Du hättest kein Alibi.« »So was Blödes«, erwiderte Bill Jones. »Wozu soll ich ein Alibi brauchen, wie Mr. Dean die Treppe runtergefallen ist. Das war doch ein Unfall.« »Meinetwegen, Mondgesicht. Ich sag ja nur, wenn ich ein Kriminaler wäre und untersuchen müsste, wie Mr. Dean die Treppe runtergefallen ist. Und wenn ich dich dann fragen täte, wo du warst und was du gemacht hast, dann hättest du keine Ahnung.« »Wetten, ich weiß es.« »Im Aufzug war ich. Und das kann Harry beweisen. Also steck dir das hinter die Ohren und halt endlich die Klappe.« »So, so. Im Aufzug warst du?« »Woher weißt du, dass es gerade dann war?« »Wann?« »Wie Mr. Dean die Treppe runtergefallen ist.« »Weil ich kaum aus dem Aufzug raus bin, da höre ich, wie Mr. Tomkin es Sam erzählt.« »Stimmt's etwa nicht, Sam?« Sam Tappitt blickte von seiner Amateurfunkzeitschrift auf und nickte kurz. »Das beweist gar nichts«, ließ Rotfuchs nicht locker. »Dazu müsstest du wenigstens wissen, wie lange Mr. Tomkin zum Quasseln gebraucht hat.« »Nicht lange«, sagte Sam. »Ich war gerade aus dem großen Sitzungssaal gekommen. Da hatte ich Tee für Mr. Pim und zwei Kunden hingebracht. Von Muggleton, wenn du's ganz genau wissen willst. Und da hab ich einen schrecklichen Schrei gehört und zu Mr. Tomkin gesagt. »Mann«, sag ich, »was ist'n da los?« Und da sagt er, dass Mr. Dean die Treppe runtergefallen ist und sich den Hals gebrochen hat und dass Sie gerade nach einem Doktor telefoniert haben. »Das stimmt«, fügte Cyril hinzu, der für das Chefsekretariat und die Telefonvermittlung zuständige Junge. »Mr. Stanley ist Hals über Kopf angekommen bei uns und hat gerufen, Mensch, Miss Firney, Mr. Dean ist die Treppe runtergefallen und wir glauben, dass er tot ist und Sie müssen schnell einen Doktor rufen. Und Miss Firney hat zu Miss Bate gesagt, sie soll anrufen und ich bin schnell zur anderen Tür raus, wo Miss Firney mich nicht sehen kann. Das ist die Tür hinter Mr. Tomkins' Empfangstisch und sage, »Mr. Dean ist die Treppe runtergefallen und ist tot.« Und er sagt, »Lauf mal nachsehen, was passiert ist, Sir. Da bin ich hin und sehe, wie Sam gerade aus dem großen Konferenzraum kommt. Stimmt das, Sam?« Sam bestätigte es. »Und dann habe ich den Schrei gehört«, fügte er an. »Wer hat denn geschrien?« »Mrs. Crump hat geschrien, vor dem Chefsekretariat. Sie hat gesehen, wie Mr. Dean die Treppe runtergefallen ist«, sagt sie, »und er ist tot und sie bringen gleich her. Da habe ich in den Flur geguckt und da haben sie ihn gerade gebracht. Furchtbar sah der aus.« »Und da bin ich raufgekommen«, kehrte Bill wieder zur Ausgangsfrage zurück. »Ich höre, wie Mr. Tomkin es Sam erzählt und laufe hinter Sam her und rufe zu Mr. Tomkin zurück, dass sie ihn gerade herbringen. Und da kommt er und guckt auch. Die haben ihn ins Konferenzzimmer getragen. Und Miss Firney hat gesagt, »Müssen wir das nicht Mr. Pimm sagen?« Und Mr. Tomkin sagt, »Der ist noch in einer Besprechung.« Und sie sagt, »Das weiß ich und wir wollen ja nicht, dass die Kunden das erfahren.« Da sagt Mr. Tomkin zu ihr, »Rufen Sie ihn lieber nur an.« Und das hat sie gemacht. Und dann hat sie mich geschnappt und gesagt, »Bill, hol mal ein Stück braunes Packpapier und lauf damit ins Konferenzzimmer und sag Ihnen, Sie sollen das vor die Glastür tun.« Und gerade wie ich losrennen will, kommt Mr. Atkins vorbei und sagt, »Gibt's hier irgendwo was zum Zudecken? Er ist nämlich tot,« sagt er, »und wir müssen doch was über ihn legen.« Und Miss Firney sagt ganz scharf, »Für sowas sind wir hier nicht zuständig,« sagt sie. »Oder wie denken Sie sich das? Gehen Sie nach oben und fragen Sie Mrs. Johnson.« »Mann, das war vielleicht eine Aufregung, kann ich dir sagen.« Bill grinste wie einer, der sich an einen großen Festtag erinnert, an eine leuchtend grüne Oase inmitten einer Wüste der Eintönigkeit. Dann fiel ihm wieder ein, um was der Streit eigentlich gegangen war. »Und was ist nun mit deinem blöden Alibi?« fragte er streng. »Und wo ist überhaupt deins, Rotfuchs, hä?« Mit solch hinterhältigen, aber wirkungsvollen Methoden betrieb Rotfuchs Joe seine Ermittlungen. Die Augen eines Botenjungen sind überall und sein Gedächtnis ist zuverlässig. Nach fünf Tagen war das gesamte Innendienstpersonal der Werbeagentur PIM durchleuchtet und mehr war nicht nötig, denn an dem Tag, an dem Mr. Dean starb, hatten die Außendienstmitarbeiter nichts in der Agentur zu suchen gehabt. Von den etwa 90 Belegschaftsmitgliedern blieben zehn übrig, von denen nichts oder nur wenig bekannt war. Diese waren in der Textabteilung Mr. Willis. Er war etwa fünf Minuten nach dem Unfall von der Außentreppe hergekommen und geradewegs durch die Empfangshalle, die Treppe hinauf, durch den Versand und in sein Zimmer gegangen, ohne mit jemandem zu sprechen. Etwa eine Viertelstunde später war er in Mr. Deans Zimmer gegangen, hatte ihn nicht angetroffen und das Schreibzimmer aufgesucht, um nach Mr. Dean zu fragen. Dort hatte er die Neuigkeit erfahren, die ihn offenbar erschreckt und entsetzt hatte. Zeuge? Der Botenjunge George Pike, der gehört hatte, wie Miss Rossiter das alles Mrs. Johnson berichtet hatte. Mr. Henkin. Er war ab halb drei nicht mehr in seinem Büro gewesen, sondern in einer Privatangelegenheit fortgegangen und erst um halb fünf wiedergekommen. Harry hatte ihn sofort von der Katastrophe in Kenntnis gesetzt und so wie er aus dem Aufzug trat, hatte Mr. Tomkin ihn gebeten, zu Mr. Pym zu gehen. Zeugen? Harry und Cyril. Mr. Copley. Vermutlich war er die ganze Zeit in seinem Zimmer gewesen, aber das konnte nicht nachgeprüft werden, da er nie Tee nahm und gewöhnlich an seinem Stehpult arbeitete, das an der Innenwand stand und von Vorbeikommenden nicht eingesehen werden konnte. Er war ein emsiger Arbeiter und verließ vermutlich nie sein Zimmer, egal wie viel Krach und Gerenne auf den Korridoren herrschen mochte. Um Viertel vor fünf war er auf denkbar normale Weise ins Schreibzimmer gegangen, um zu fragen, warum seine Texte noch nicht getippt seien. Miss Parton hatte ihm recht schnippisch geantwortet, sie verstehe nicht, wie er denn erwarten könne, dass unter den gegebenen Umständen etwas fertig sei und nachdem er von Mr. Deans tödlichem Unfall informiert worden war, hatte er sein Erstaunen und Bedauern ausgedrückt, aber hinzugefügt, dass er keinen Grund sehe, warum die Arbeit in der Abteilung nicht weitergehen soll. Zeugen? Vier Bodenjungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten mitgehört hatten, wie dieser schockierende Beweis von Gefühllosigkeit von und mit Mrs. Johnson besprochen wurde. Im Archiv Mr. Binns, ein eleganter junger Mann, der um drei Uhr aufgebrochen war, um für Mr. Armstrong den Connoisseur vom letzten September zu suchen und für diesen Auftrag aus unerfindlichen Gründen eineinhalb Stunden gebraucht hatte. Zeuge Sam, dessen ältere Schwester als Stenotypistin im Archiv arbeitete und die Vermutung geäußert hatte, der junge Binns sei mit seiner Liebsten zum Tee verabredet gewesen. Anmerkung, Mr. Binns war Mr. Breeden bereits als der Pfeilwurf-Experte bekannt, der oft mit Mr. Deans zum Lunch gewesen war. Von den verschiedenen Gruppenleitern Mr. Hagedorn, Sopo und verwandte Produkte, den ganzen Tag abwesend wegen Beerdigung einer Tante, war aber dem Vernehmen nach im Laufe des Nachmittags in einer Frühvorstellung des Adelphi-Theaters gesehen worden. Zeugen Jack Dennis, der Junge, der ihn gesehen zu haben glaubte, und Mr. Tompkins' Anwesenheitsliste, in der Cyril nachgeschaut hatte. Mr. Tallboy. Genauer Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Geschehens nicht feststellbar. Ungefähr um halb vier war Mr. Wedderburn ins Archiv hinuntergegangen, um nach ein paar alten Nummern der Fischhändler-Zeitschrift zu fragen, wobei er angab, dass Mr. Tallboy sie ganz eilig brauche. Als er zehn Minuten später wieder hinuntergehen wollte, nachdem die Zeitungen für ihn herausgesucht worden waren, geriet er mitten in den Trubel um Mr. Dean hinein und vergaß die Zeitungen. Stattdessen befand er sich im Chefsekretariat und unterhielt sich mit Miss Fairney, als Mr. Tallboy plötzlich eintrat und fragte, ob er vielleicht die ganze Nacht auf seine Fischhändler-Zeitschriften warten solle. Mr. Wedderburn erklärte ihm, dass er in der Aufregung um Mr. Dean seinen Auftrag glatt vergessen habe, und Mr. Tallboy antwortete ihm, die Arbeit müsse dessen ungeachtet getan werden. Zeugen Horace, der Botenjunge im Archiv, und Cyril. Mr. McAllister, Gruppensekretär für Dairyfield Limited, unter Mr. Smale, den ganzen Nachmittag abwesend wegen Zahnarztbesuchs. Zeuge Mr. Tompkins Liste. Im Atelier? Mr. Barrow. Im Britischen Museum zum Studium griechischer Vasen im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit in der Werbung für Klassiker-Korsetts. Zeuge Mr. Barrows Kontrollkarte. Mr. Weibart. Angeblich in Westminster zwecks Anfertigung einer Skizze von der Terrasse des Unterhauses für Farleys Schuhe. Die Füße, die an dieser historischen Städte wandeln, sind nicht selten mit Farleys modischem Schuhwerk bekleidet. Abwesend von halb drei bis halb fünf. Zeugen Mr. Weibarts Kontrollkarte und die Skizze selbst. Wilfred Cotterill klagte um drei Uhr über Nasenbluten und wurde ins Jungenzimmer geschickt, um sich hinzulegen, während die anderen Jungen die Anweisung bekamen, ihn dort in Ruhe zu lassen. Wurde von allen bis fünf Uhr vergessen und erst dann von den Jungen, die zum Umkleiden herunterkamen, festschlafend angetroffen. Behauptete, die ganze Zeit geschlafen zu haben. Zeugen? Sämtliche anderen Jungen. Wilfred Cotterill war ein kleiner, blasser, leicht erregbarer Junge von 14 Jahren, sah aber viel jünger aus. Als man ihm erzählte, was er verpasst hatte, bemerkte er dazu nur ... Ein sehr beachtliches Stück Arbeit von Rotfuchs Joe, dachte Mr. Breeden, den wir während der Arbeitsstunden weiterhin so nennen wollen. Wirklich sehr beachtlich, aber es bedarf noch sehr viel weiterer Nachforschungen. Seine eigenen Ermittlungen gingen nicht allzu gut voran. Bei seiner Suche nach Darlings Drehbleistiften war er mit dem praktizierten Kommunismus des Bürolebens konfrontiert worden. Die Texter zogen zum Schreiben ihrer Rohentwürfe weiche Zeichenbleistifte Nummer 5b oder sogar 6b vor und interessierten sich nicht sehr für dieses Darlingserzeugnis, abgesehen natürlich von Mr. Garrett, der für eine Darlingsanzeige einen Einschub entworfen hatte, in dem eigens auf dieses großzügige Drehbleistiftangebot hingewiesen wurde. Er besaß zwei Exemplare und vier weitere befanden sich in verschiedenen Stadien des Verfalls im Schreibzimmer. Einer lag auf Mr. Armstrongs Schreibtisch. Mr. Hankin hatte keinen. Mr. Ingleby gestand, den seinen in einem Wutanfall aus dem Fenster geworfen zu haben, und Miss Midyard meinte, sie glaube, irgendwo einen zu haben, falls Mr. Breeden unbedingt einen haben wollte, aber besser frage er deswegen einmal bei Miss Paten nach. In den anderen Abteilungen war es noch schlimmer. Die Drehbleistifte waren mit nach Hause genommen, verloren oder weggeworfen worden. Mr. McAllister besaß nach eigenen Angaben nicht weniger als sechs Stück, was ebenso unerklärlich wie typisch für ihn war. Mr. Weatherburn hatte den seinen verloren, dafür aber einen anderen von Mr. Tallboy stibitzt. Mr. Prout sagte, man solle ihn damit in Ruhe lassen, der Drehbleistift sei sowieso nur eine alberne Spielerei. Wenn Mr. Breeden einen richtigen Drehbleistift haben wolle, solle er sich einen Ever Sharp besorgen. Er, Mr. Prout, habe das Ding nicht mehr gesehen, seit er es habe fotografieren müssen, und er fügte hinzu, dass es jeden empfindsamen Menschen zum Selbstmord treiben müsse, wenn ein erstklassiger Fotograf sein Leben lang Bleistifte und Marmeladegläser fotografieren müsse. Es sei geradezu herzzerreißend. In der Adressenfrage erhielt Mr. Breeden nur eine einzige Auskunft. Mr. Willis hatte irgendwann danach gefragt. Durch behutsames Nachbohren konnte das Datum auf einen Zeitraum von zwei Tagen vor oder nach Chefinspektor Parkers unerfreulicher Begegnung auf der Treppe eingeengt werden. Genauer konnte Miss Bate, die Telefonistin, die auch über das Adressbuch der Firma wachte, sich nicht festlegen. Es war alles ebenso entnervend wie ärgerlich. Mr. Breeden hoffte, dass der erste fehlgeschlagene Versuch den Attentäter hinreichend erschreckt hatte, um ihn künftig von Gewalttätigkeit und stumpfen Waffen absehen zu lassen. Dennoch machte er es sich zur Gewohnheit, sich jedes Mal, wenn er das Gebäude verließ, vorsichtig nach eventuellen Verfolgern umzusehen. Er begab sich auf Umwegen nach Hause und bei Erledigung seiner Tagespflichten ertappte er sich dabei, dass er die Eisentreppe mied. In der Zwischenzeit tobte der große Nutrax-Krach mit unverminderter Wut weiter und entwickelte in seinem Verlauf ein Gewirr von Verästelungen und Verzweigungen, deren bedeutendste und erschreckendste der gewaltsame Bruch zwischen Mr. Smale und Mr. Tallboy war. Dieser begann auf ziemlich absurde Weise, unten vor dem Aufzug, wo Mr. Tallboy und Miss Mityard standen und darauf warteten, dass Harry wieder herunterkam und sie nach oben in ihre Tretmühle beförderte. Zu ihnen gesellte sich Mr. Smale, aufgekratzt und lächelnd, die blitzenden Zähne wie poliert, eine rote Rosenknospe im Knopfloch, den Schirm säuberlich zusammengeheult. »Morgen, Miss Mityard«, sagte Mr. Smale und lüftete die Melone, um sie sich im kecken Winkel wieder auf den Kopf zu setzen. »Ein schöner Tag mal wieder, was?« Miss Mityard bestätigte ihm, dass es ein schöner Tag sei und fügte hinzu, »wenn die ihn uns nur nicht wieder mit Steuerbescheiden verderben.« »Erinnern Sie mich nicht an Steuern«, antwortete Mr. Smale mit einem schaudernden Lächeln. »Ich habe erst heute früh zu meiner Frau gesagt, meine Liebe, wir werden dieses Jahr unseren Urlaub im Garten hinterm Haus verbringen müssen, das sehe ich schon, und das ist die Wahrheit. Woher das Geld für unsere gewohnte kleine Reise nach Eastbourne kommen soll, ist mir schleierhaft.« »Es ist einfach ein Skandal«, sagte Mr. Tallboy. »Wenn ich an den letzten Etat denke.« »Ah, Sie müssen ja auch Supersteuern zahlen«, sagte Mr. Smale, indem er Mr. Tallboy seinen Schirm freundlich in die Rippen stieß. »Lassen Sie das«, sagte Mr. Tallboy. »Tallboy braucht das alles nicht zu kümmern«, meinte Mr. Smale spöttisch. »Er hat so viel Geld, dass er gar nicht weiß, was er damit tun soll. Das wissen wir schließlich alle, nicht wahr, Miss Mityard?« »Dann geht's ihm besser als den meisten«, fand Miss Mityard. »Er kann es sich ja sogar leisten, sein Geld fünfzig Pfundweise überall im Büro herumliegen zu lassen«, fuhr Mr. Smale fort. »Möchte nur wissen, woher er es bekommt, und das Finanzamt würde das sicher auch interessieren. Ich will Ihnen mal was sagen, Miss Mityard. Dieser Mann ist ein stilles Wasser. Er muss heimlich mit Rauschgift handeln oder an der Börse betrügen.« »Sie sind mir einer, Sie«, sagte Mr. Smale, indem er einen schämischen Zeigefinger ausstreckte und ihn Mr. Tallboy auf den zweiten Westenknopf präste. In diesem Augenblick kam der Aufzug, und Miss Mityard stieg ein. Mr. Tallboy stieß Mr. Smale grob beiseite und stieg nach ihr ein. »Na, na«, sagte Mr. Smale, »was sind das für Manieren? Wissen Sie, mein Lieber, Ihr Fehler ist, dass Sie keinen Scherz vertragen können«, fuhr er fort, »was nicht böse gemeint ist und hoffentlich auch nicht so aufgenommen wird«. Damit gab er Mr. Tallboy einen Klaps auf die Schulter. »Wird's Ihnen was ausmachen, die Finger von mir zu lassen, Smale?« sagte Mr. Tallboy. »Oh, schon gut, schon gut, euer Hoheit. Er scheint mit dem falschen Bein aus dem Bett gestiegen zu sein. Wie«, warnte er sich an Miss Mityard, von der dunklen Ahnung geplagt, dass Männer sich nicht in Gegenwart einer Dame streiten sollten, weshalb er es als seine Aufgabe betrachtete, Sitte und Anstand zu wahren, indem er alles ins Lächerliche zog. »Ich fürchte, Geld ist bei uns allen ein Wunderpunkt, Mr. Smale«, antwortete Miss Mityard, »reden wir von etwas Erfreulicherem. Was haben Sie da für eine hübsche Rose?« »Aus dem eigenen Garten«, antwortete Mr. Smale voller Stolz, »meine Frau hat eine glückliche Hand für Rosen. Den Garten überlasse ich ganz ihr, natürlich bis auf das Graben und Düngen.« Sie traten aus dem Aufzug und trugen sich beim Pförtner ein. »Dolle bharun pahathe, einer bharwein p witnessing» »Dolle bharun pahathe, einer bharwein p similarities« Ich bin ein Wunderbarer, ich bin ein Wunderbarer. Musik 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 Ich bin der Schübert des Schüberschü, der Schüberschü aus der Schüberschü, der Schüberschü das mit dem Zügeber. Das war's, war's war's, war's 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 War of die Schuhe zu schieben. Sollte sich in diese frei erfundene Geschichte irgendwo ein Name oder Werbespruch eingeschlichen haben, von dem man auf eine wirkliche Person, Firma oder Ware schließen könnte, so wäre dies reiner Zufall und keineswegs in der Absicht geschehen, auch nur den kleinsten Schatten auf eine existierende Ware, Firma oder Person zu werfen. Der Tod kommt zu Pims Werbedienst. Ach übrigens, sagte Mr. Hankin zu Miss Rossiter, die gerade aufstehen und gehen wollte, wir bekommen heute einen neuen Texter. Ja, Mr. Hankin? Breeden, heißt er. Viel kann ich Ihnen nicht über ihn sagen. Mr. Pim hat ihn persönlich eingestellt, aber Sie werden bitte dafür sorgen, dass man sich um ihn kümmert. Ja, Mr. Hankin. Er bekommt Mr. Deans Büro. Ja, Mr. Hankin. Ich würde meinen, dass Mr. Ingleby sich seiner annehmen und ihm zeigen könnte, was er zu tun hat. Sie können Mr. Ingleby mal zu mir schicken, wenn er einen Augenblick Zeit hat. Ja, Mr. Hankin. Das wär's. Und, ach ja, bitten Sie Mr. Smale, mir die Dairyfield-Kladde zu überlassen. Ja, Mr. Hankin. Miss Rossiter klemmte sich ihren Stenogrammblock unter den Arm, zog die verglaste Tür geräuschlos hinter sich zu und trippelte flink den Korridor entlang. Bei einem verstohlenen Blick durch eine andere Glastür sah sie Mr. Ingleby auf einem Drehstuhl sitzen, die Füße auf dem kalten Heizkörper und sich angeregt mit einer jungen Frau in Grün unterhalten, die auf der Schreibtischkante saß. Verzeihung, sagte Miss Rossiter, um der Höflichkeit Genüge zu tun. Mr. Hankin lässt fragen, ob Sie einen Augenblick Zeit für ihn haben, Mr. Ingleby. Wenn's wegen Tomboy Toffees ist, antwortete Mr. Ingleby abwehrend, das wird gerade getippt. Hier, nehmen Sie die zwei Dinger lieber mit, damit die kühne Behauptung einen gewissen Anstrich von Wahrhaftigkeit. Es geht nicht um Tomboy Toffees, es geht um einen neuen Texter. Was, jetzt schon? rief die anwesende junge Frau. Bevor die Schuhe verbraucht? Mein Gott, der kleine Dean ist erst am Freitag beerdigt worden. Das ist das Tempo der modernen Zeit, sagte Mr. Ingleby. Sehr betrüblich für so einen altehrwürdigen, vornehmen Laden. Vermutlich darf ich mal wieder das Kneblein abrichten. Warum nur immer ich? Quatsch, meinte die junge Frau. Sie brauchen ihm nur einzuschärfen, dass er das Direktionsklo nicht benutzen und nicht die Eisentreppe runterfallen darf. Sie sind die Herzlosigkeit in Person, Miss Meteor. Naja, solange Sie den Kerl nicht auch noch zu mir reinsetzen, da können Sie beruhigt sein, Mr. Ingleby. Er bekommt Mr. Deans Büro. Aha. Was ist der für einer? Mr. Henken sagt, er weiß es auch nicht. Mr. Pim hat ihn eingestellt. Ach, du lieber Himmel, ein Günstling der Direktion, stöhnte Mr. Ingleby. Dann habe ich ihn schon gesehen, glaube ich, sagte Miss Meteor. Farblos. Wirkt ziemlich eingebildet. Ich bin ihm gestern über den Weg gelaufen, wie er aus Pimmys Büro kam. Hornbrille, Kreuzung zwischen Ralph Lynn und Bertie Wooster. Tod, wo ist dein Stachel? Naja, dann sollte ich mal Leine ziehen und mich um ihn kümmern. Mr. Ingleby nahm die Füße vom Heizkörper, rekelte sich langsam zur vollen Höhe empor und trottete unglücklich davon. Na, das bringt wenigstens ein bisschen Abwechslung, meinte Miss Meteor. Finden Sie nicht, dass wir davon in letzter Zeit eher etwas zu viel hatten? Übrigens könnte ich wohl Ihren Obolus für den Kranz haben. Ich sollte Sie daran erinnern. Ach ja, natürlich. Wie viel macht's? Einen Schilling? Hier haben Sie zweieinhalb. Davon können Sie dann gleich meinen Einsatz mit abziehen. Heißen Dank, Miss Meteor. Hoffentlich ziehen Sie diesmal ein Pferd. Wird höchste Zeit. Ich bin schon fünf Jahre in diesem Laden und habe noch nie einen Platz gezogen. Ich glaube, ihr mogelt bei der Auslosung. Bestimmt nicht, Miss Meteor, sonst würden wir die Pferde nicht immer in die Druckerei gehen lassen. Wollen Sie nicht mal selbst ziehen? Miss Paten tippt gerade die Namen. Na schön. Miss Meteor ließ sich langbeinig von der Schreibtischkante gleiten und folgte Miss Rosseter ins Schreibzimmer. Das Schreibzimmer war eine kleine, ungemütliche Zelle und im Augenblick zum Bersten voll. Ein pummeliges junges Mädchen mit Brille, den Kopf zurückgelegt und die Augen zusammengekniffen, um den Rauch ihrer Zigarette nicht hineinzubekommen, hämmerte auf einer Schreibmaschine den Namen der für das Rennen gemeldeten Pferde herunter, assistiert von einer Freundin, die ihr aus dem Morningstar diktierte. Ein gelangweilter junger Mann in Hemdsärmeln schnitt die Namen der Toto-Teilnehmer von einer vorgetippten Liste und drehte die Zettel zu geheimnisvollen kleinen Rollen zusammen. Ein magerer, lebhafter junger Mann, der auf einem umgedrehten Papierkorb saß, blätterte in den Durchschlägen in Miss Rosseters Ablagekorb und gab ironische Kommentare zu den Texten ab, während der stämmige, dunkelhaarige junge Mann mit Brille, an denen seine Bemerkungen gerichtet waren, in einen Roman von P. G. Woodhouse vertieft saß und aus einer großen Dose Kekse stibitzte. An den Türpfosten lümmelten sich, so dass sie den Eingang versperrten, ein junges Mädchen und ein weiterer junger Mann, anscheinend Besucher aus einer anderen Abteilung, und unterhielten sich rauchend über Tennis. »Hallo, ihr Süßen«, rief Miss Rosseter fröhlich, »Miss Mityard nimmt heute die Ziehung vor, und wir kriegen einen neuen Text da.« Der stämmige junge Mann sah kurz auf, sagte »Armer Teufel« und vertiefte sich wieder in sein Buch. »Einen Schilling für den Kranz und sechs pens fürs Toto«, fuhr Miss Rosseter fort und kramte in einer Blechdose herum. »Kann mir einer zwei Schilling wechseln? Wo ist die Liste, Parton? Streich Miss Mityard durch, ja?« »Hab ich Ihren Beitrag schon, Mr. Garrett?« »Bin pleite bis Samstag«, sagte der Woodhouse-Leser. »Hört euch den an«, rief Miss Parton entrüstet, »man sollte uns glatt für Millionäre halten, wenn wir hier immer die Abteilung finanzieren müssen.« »Zieht mir mal einen Gewinner«, antwortete Mr. Garrett. »Dann könnt ihr es nachher davon abziehen.« »Ist der Kaffee noch immer nicht da?« »Sehen Sie mal nach, Mr. Jones«, sagte Miss Parton zu dem jungen Mann am Türpfosten, »ob der Laufjunge nicht bald kommt. Und du geh noch mal die Pferde mit mir durch, Kindchen.« »Mityard Bright«, »Tura Lural«, »Phidipides II.« »Roundabout.« »Roundabout ist gestrichen«, sagte Mr. Jones. »Und da kommt der Laufjunge.« »Gestrichen? Nein, wann denn? Wie schade. Auf den habe ich doch beim Morningstar-Wettbewerb gewettet. Wer sagt das?« »Der Evening-Banner. Extra-Ausgabe. Im Stall ausgerutscht.« »Mist«, sagte Miss Rossiter kurz und bündig. »Da geht mein Tausender flöten.« »Ach ja, so ist das Leben.« »Danke, mein Kleiner. Stell's auf den Tisch.« »Hast du an die Gurke gedacht?« »Brav.« »Wie viel?« »Einen Schilling fünf Pens?« »Leih mir mal einen Pennyparten.« »Hier, bitte.« »Moment noch, Mr. Willis?« »Ja?« »Ich brauche mal einen Bleistift und Radiergummi für den neuen.« »Wie heißt er?« »Breden.« »Wo kommt er her?« »Weiß Hanky auch nicht. Aber Miss Mityard hat ihn schon gesehen. Bertie Wooster mit Hornbrille, sagt sie.« »Aber älter«, sagte Miss Mityard. »Guterhaltener Vierziger.« »Du liebes bisschen.« »Wann kommt er?« »Heute Morgen. Ich an seiner Stelle hätte noch bis morgen gewartet und wäre zum Rennen gegangen.« »Ah, da kommt Mr. Engelby. Der wird's wissen.« »Kaffee, Mr. Engelby?« »Haben Sie schon was gehört?« »Star of Asia, Twinkle Toes, St. Whitney Tusch, Duke Humphrey.« »Zweiundvierzig«, sagte Mr. Engelby. »Danke, keinen Zucker.« »War noch nie in der Werbung.« »Balliol College.« »Oh Gott«, stöhnte Miss Mityard. »Sie sagen es. Wenn es etwas noch widerwärtigeres gibt als alles andere, dann ist es Balliolität,« pflichtete Mr. Engelby ihr bei, denn er hatte am Trinity studiert.« »Breden ging aufs Balliol und saß zu Füßen von Gamaliel,« sang Mr. Garrett, indem er sein Buch zuklappte. »Um nichts er sich scherte, ganz wie sich's gehörte,« ergänzte Miss Mityard. »Wetten, dass Sie jetzt keinen Rhym mehr auf Balliol finden?« »Flittermaus, Tom Pinch, Fly by Night.« »Und seine Sprache war Universiel.« »Welch klassische Verskunst. Man tut, was man kann. Dreh die Zettel ganz fest zusammen, Kindchen. Leg sie in den Deckel der Keksdose.« »Zum Teufel!« »Das ist Mr. Armstrongs Summa.« »Stell eine Untertasse auf meinen Kaffee. Wo ist mein Stenoblock?« »Zwei Doppelfehler hintereinander, und da hab ich gesagt, ich finde die Durchschläge von Magnolia nicht. Angefangen mit fünfzig zu eins. Wer hat meine Schere eingesteckt? Entschuldigen Sie, Mr. Armstrong möchte seine Nutrax-Durchschläge. Und gut durchschütteln. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen.« »Mr. Ingleby, haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?« Bei Mr. Hankins leicht sarkastischem Ton löste das Gruppenbild sich wie von Zauberhand auf. Die Pfostensteher und Miss Patons Busenfreundin verzogen sich unauffällig auf den Korridor. Mr. Willis, den Ablagekorb in der Hand, sprang hastig auf, riß wahllos einen Durchschlag heraus und starrte ihn zürnend an. Miss Patons Zigarette fiel ohne großes Aufheben zu Boden. Mr. Garrett, der seine Kaffeetasse nicht schnell genug loswerden konnte, lächelte geistesabwesend und machte ein Gesicht, als habe er sie nur zufällig in die Hand genommen und wisse gar nicht, dass sie da war. Miss Meatyard legte die lose geistesgegenwärtig auf einen Stuhl und setzte sich darauf. Miss Rossiter, die Mr. Armstrongs Durchschläge in der Hand hielt, benutzte diesen glücklichen Umstand, um beschäftigt auszusehen. Nur Mr. Ingleby verschmähte allen Schein. Mit leicht unverschämtem Grinsen stellte er seine Kaffeetasse hin und näherte sich gehorsam seinem Vorgesetzten. Das, sagte Mr. Henkin, indem er taktvoll die allseitige Verlegenheit übersah, ist Mr. Breeden. Sie werden ihm zeigen, was er zu tun hat. Ich habe die Dairyfield-Kladde in sein Büro schicken lassen. Sie könnten ihm zunächst die Margarine geben. Ich glaube nicht, dass Mr. Ingleby zu ihrer Zeit in Oxford war, Mr. Breeden. Er war am Trinity. An ihrem Trinity meine ich, nicht an unserem. Mr. Henkin hatte in Cambridge studiert. Mr. Breeden streckte eine gepflegte Hand aus. Guten Tag! Guten Tag, echohte Mr. Ingleby. Sie musterten einander mit der Reserviertheit zweier Katzen bei ihrer ersten Begegnung. Mr. Henkin lächelte sie beide an. Und wenn Ihnen zur Margarine etwas eingefallen ist, Mr. Breeden, kommen Sie damit zu mir, damit wir es uns ansehen. Abgemacht, sagte Mr. Breeden schlicht. Mr. Henkin lächelte wieder und trottete friedlich davon. Na, dann mache ich Sie am besten mal erst mit allen bekannt, sagte Mr. Ingleby schnell. Miss Rossiter und Miss Parton sind unsere beiden Schutzengel. Sie tippen unsere Texte, verbessern unser Englisch, versorgen uns mit Bleistiften und Papier und füttern uns mit Kaffee und Kuchen. Miss Parton ist die Blonde und Miss Rossiter die Brünette. Die Herren der Schöpfung bevorzugen im Allgemeinen Blond, aber ich persönlich finde sie beide gleich engelhaft. Mr. Breeden verneigte sich. Miss Meatyard, Somerville College, eine der strahlenderen Zierten unserer Abteilung, sie dichtet die ordinärsten Limericks, die je in diesen keuschen Mauern erklungen sind. Dann werden wir uns gut verstehen, versicherte Mr. Breeden in herzlichem Ton. Mr. Willis zu ihrer Rechten, Mr. Garrett zu ihrer Linken, beides Leidensgefährten. Das wäre schon die ganze Abteilung, außer Mr. Henkin und Mr. Armstrong, die allerdings Direktoren sind, und Mr. Copley, einem Mann von Gewicht und Erfahrung, der nicht zum Herumalbern ins Schreibzimmer kommt. Er nimmt seinen Elf-Uhr-Imbiss immer außer Haus ein und wehnt sich über uns stehend, was ihm indessen nicht zukommt. Mr. Breeden ergriff die Hände, die sich ihm entgegenstreckten, unter höflichem Murmeln. »Möchten Sie sich an unserem Renntoto beteiligen?«, erkundigte sich Miss Rossiter mit einem Blick zur Geldbüchse. »Sie kommen gerade noch zur Ziehung zurecht.« »Oh ja, bitte«, sagte Mr. Breeden. »Was kostet das?« »Sechs Pens.« »Ja, bitte. Ich meine, furchtbar nett von Ihnen.« »Natürlich, klar. Man muss doch beim Renntoto mitmachen, wie?« »Damit beträgt der erste Preis genau ein Pfund,« sagte Miss Rossiter mit einem dankbaren Seufzer. »Ich hatte schon Angst, ich müsste selbst zwei Lose kaufen. Schreib ein Los für Mr. Breeden aus, Parton. B-R-E-D-O-N. Wie Sommer auf dem Breedenberg, ja?« »Ganz recht.« Miss Parton tippte gehorsam den Namen und legte eine weitere Niete in die Keksdose. »Na, dann sollte ich Sie mal gleich in Ihre Hundehütte führen,« meinte Mr. Ingleby mit Leichenvitamine. »Aber ja,« sagte Mr. Breeden. »Oh ja, natürlich.« »Wir sind alle auf diesem Flur,« fuhr Mr. Ingleby fort, indem er voranging. »Sie werden sich mit der Zeit schon zurechtfinden. Hier ist Mr. Garrets Zimmer, und hier ist das von Mr. Willis, und da ist Iris zwischen Miss Midyards und meinem. »Diese Eisentreppe gegenüber führt ein Stockwerk tiefer. Da sind hauptsächlich Gruppenleiter und Konferenzräume. Fallen Sie da übrigens nicht runter. Der Mann, dessen Zimmer Sie bekommen, ist vorige Woche runtergepurzelt und war tot.« »Was? Wirklich?«, rief Mr. Breeden bestürzt. »Genick gebrochen und Schädel eingeschlagen,« sagte Mr. Ingleby, »an einem dieser Knöpfe.« »Was haben denn die Knöpfe auf einem Treppengeländer verloren?«, entrüstete sich Mr. Breeden. »Damit die Leute sich den Schädel daran einschlagen, das gehört sich nicht.« »Allerdings nicht,« sagte Miss Rossiter, die mit Notizblöcken und Löschblättern beladen hinzukam. »Angeblich sollen sie verhindern, dass die Laufjungen auf dem Geländer runterrutschen, aber es ist die Treppe selbst, die so...« »Hoppla, gehen Sie lieber weiter, da kommt Mr. Armstrong. Die Firma hört es nicht gern, wenn allzu viel über die Eisentreppe gesprochen wird.« »So, und hier sind Sie zu Hause,« sagte Mr. Ingleby in Befolgung dieses Rats. »Nicht viel anders als die anderen, außer, dass die Heizung nicht besonders gut funktioniert, aber das soll im Augenblick nicht Ihre Sorge sein. Hier hat Dean gearbeitet.« »Der die Treppe runtergefallen ist?« »Ja.« Mr. Breeden sah sich in der kleinen Zelle um, die einen Tisch, zwei Stühle, einen wackeligen Schreibtisch und ein Bücherregal enthielt und sagte, »Oh, es war wirklich schrecklich,« sagte Miss Rossiter. »Muss es wohl,« stimmte Mr. Breeden ihr aus vollem Herzen zu. »Ich war gerade bei Mr. Armstrong zum Diktat, als wir diesen entsetzlichen Krach hörten. Er hat gesagt, »Großer Gott, was ist denn das?« Und ich habe gedacht, das ist einer von den Laufjungen, denn letztes Jahr ist einer von ihnen mal mit einer Schreibmaschine darunter gefallen und das hat sich genauso angehört, nur noch schlimmer. Und da habe ich gesagt, »Ich glaube, da muss einer von den Jungen die Treppe runtergefallen sein, Mr. Armstrong.« Und er darauf, »Kann wohl nicht aufpassen, der Kerl.« Und dann hat er weiter diktiert und mir hat die Hand so gezittert, dass ich kaum noch einen geraden Strich machen konnte. Und dann ist Mr. Ingleby vorbeigelaufen und Mr. Daniels Tür ist aufgegangen. Und dann haben wir einen fürchterlichen Schrei gehört und Mr. Armstrong hat gesagt, »Gehen Sie besser mal nachsehen, was da los ist.« Und da bin ich rausgegangen und habe runtergeguckt, aber sehen konnte ich nichts, weil da unten so viele Leute standen. Und dann ist Mr. Ingleby raufgerannt gekommen mit so einem Gesicht. Sie waren weiß wie ein Blatt Papier, Mr. Ingleby, wirklich. »Schon möglich,« meinte Mr. Ingleby ein wenig begehrt. Drei Jahre in diesem abstumpfenden Beruf haben wir noch nicht jede menschliche Regung nehmen können, aber das wird schon noch kommen. »Mr. Ingleby hat gesagt, er hat sich erschlagen.« Und ich habe gefragt, »wer?« »Mr. Dean,«, sagt er. Und ich darauf, »das ist doch nicht wahr.« Und er, »leider doch.« Und da bin ich wieder zu Mr. Armstrong reingegangen und habe gesagt, »Mr. Dean hat sich erschlagen.« Und er hat gemeint, »was heißt das, sich erschlagen?« Und da ist Mr. Ingleby reingekommen und Mr. Armstrong hat ihn nur angesehen und ist rausgegangen. Und ich bin die andere Treppe runtergegangen und habe gesehen, wie sie Mr. Dean ins Konferenzzimmer getragen haben. Und sein Kopf hing ganz schief herunter. »Passiert sowas öfter?«, erkundigte sich Mr. Boll. »Boll.«